Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt The Callisto Protocol, ein Spiel das schon sehr sehr oft gewünscht wurde. Schon in der Vergangenheit, als es auch noch gar nicht draußen war, wurde es gewünscht und jetzt ist es schon ein paar Tage draußen. Da ihr wahrscheinlich wisst, dass ich gerade mit Renovierungsarbeiten bei mir zu Hause beschäftigt bin, habe ich jetzt nicht direkt zum Release dieses Spiel spielen können, aber zur kleinen Entschädigung gibt es das jetzt als Einteiler. Und ja, es ist von den Dead Space Machern, das ist besonders toll, weil Dead Space habe ich selber noch nicht gespielt und ich habe den Key von dem Publisher oder Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Und wir werden jetzt eine neue Erfahrung starten. Es ist also so, Weltraumhorror, aber ich glaube, es ist ziemlich gut gemacht. Ähm, Kämpfe gibt es glaube ich auch. Da bin ich schnett so gut. Deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, wir können hier verschiedene Sicherheitsstufen auswählen. Ich habe gehört, es soll ziemlich schwierig sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich nehme trotzdem Mittel. Mittelsicherheitstrakt. Minimal-Sicherheitstrakt. Ich weiß es nicht. Andererseits ist es auf auf leicht natürlich, ähm, haben wir vielleicht nicht so viele Wiederholungen durch. Ich nehme mal Mittel. Ich bin mal, ich bin mal mutig. Okay, ich muss noch meine Helligkeit einstellen. Mal sehen, kaum sichtbar. Ich muss mal hier gucken. Kaum sichtbar. Okay. Ich schätze mal, für YouTube ist das ungefähr so in Ordnung. So ungefähr. Ich hoffe, das ist gut. Wir wählen das aus und eigentlich gibt bestimmt ein Intro jetzt. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Erschreckende Bilder von Europa. Ein schadloser Angriff der Terrorgruppe Outer Way. Angeführt von der berüchtigten Dani Nakamura. Das reicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Hier Callisto Hangar Control und UJC Caron. Sie haben die Sicherheitszone verlassen. Verstanden Hangar Control. Nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Es ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann. Was soll das? Hin und her, Callisto nach Europa. Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismode, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Hm? Wie erklärst du dir die? Die vom Outer Way? Die greifen schon seit sechs Monaten Ziel im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Trachtraum. Ist bestimmt nichts. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Oh, oh. Fracht. Ja, ich geh ja schon. Hab ich doch gesagt. Ich will mich doch erst mal umgucken. E öffne die Tür. Okay, ich glaube, ich habe die Grafikeinstellung doch ein bisschen zu Max gewählt. Ich weiß nicht. Es wirkt doch ein bisschen zäh hier. Oh, cool. Können wir irgendwie reinzoomen? Write what you need. Schreib, was du brauchst. So, jetzt hoffentlich besser. Da versagt selbst die RTX 3080 TI. Okay, öffne die Tür. Gucken wir mal. Die Tür kann ich schon mal nicht öffnen. Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Uh, wir können... Warte mal. Ah, geschlossen. Ah. Die Schlafzellen. Öffne Container. Und was haben wir hier? Neue automatische Aufnahme. Jacob Lee Jacobs. Was? Audio, Protokolle, BIOS. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Drücke Bild runter, um das Daten-BIOS-Menü auszuwählen. Verwende die File-Tasten zum Auswählen von Daten-BIOS-Kategorie und einzelnen Daten-Bio-Einträgen. Drücke Enter, um aus die aufgewählten Daten-Bio-Einträgen nochmal erneut und das... Okay. Gott, ist das... Escape zurück. Okay. Okay, schön. Daten-BIOS. Alt. Ah, okay. Und das können wir jetzt... Und jetzt nochmal Enter. Audio-Protokoll. Persönliches Logbuch. Wir haben am Kalisto-Handar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europa-Fahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Europa ist... Der Frachtraum, Junge. Europa ist ein Mond. Ich überlege gerade, von welchem Planeten. Von Jupiter. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal weiter hier. Ob es hier noch was gibt. Ich habe übrigens eine neue Maus. Also wenn ich am Anfang noch... Wenn alles ein bisschen schwammig ist, ich kann auch die Geschwindigkeit umschalten hier. Auf sehr langsam. Ja, das ist mein normaler Modus. Und schnell. Also, falls ihr das... Falls ihr das The Devil In Me Let's Play gesehen habt, dann wisst ihr, dass da wahrscheinlich meine Maus kaputt war. Die rechte Maustaste. Und deswegen habe ich mir eine neue gekauft. Ja, und... An die muss ich mich aber erstmal gewöhnen. Ich habe die andere über 10 Jahre gehabt oder so. Und ich habe sie geliebt. Okay, der Frachtraum, Junge. Der Frachtraum. Ich nehme jede Tür mit, die ich kriege hier. Ah, die Küche. Nein, das Klo. Ich bin noch da, ja. Was zum Teufel? Ein beleuchtetes Klo. Wie geil ist das denn? Okay. Der Frachtraum. Wow. Wer weiß, was wir hier Böses erleben. Also, er hat ja von einem Mond gesprochen. Von Europa. Und es dann Gefängnismond ist. Also, werden Gefangene auf den Mond Europa gebracht oder was? Komm schon, Max. So packt man die doch nicht. W und E drücken. Das ist ja, warum kann ich hier nicht Space drücken? Na gut. Alles so, wie es das Spiel will. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich sollte den Rest des Schiffs prüfen. Okay. Landeausrüstung. Sehr schön. Den Rest des Schiffs... Oh, 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 stopp. Ich will... Okay. Gab's da hinten noch was? Oder kommen wir da nicht her? Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee, da gab's nichts. Okay, das hab ich mir... Das hab ich mir fast gedacht. So, also hier rein. Einfach mal schön E drücken. Oh ja, das... Das sieht, äh... Sehr gut aus. Immer diese Erschütterung. Im schwerelosen Raum. Da kann doch... Da kann doch das Gas nichts für. Ist das hier so? Kann ich dir irgendwas machen? Hallihallöchen. Aufschließen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon auf Monster treffen werden. Also... Oh, das ist ja nicht so gut. Feuer! Geh zurück ins Cockpit. Da darf ich nicht her. The Outerway. Oh! Control-Dumpen. Das ist ja nicht so gut. Suche im Frachtraum. Es muss hier irgendwo sein. Oh fuck. Wehe, hindurchkriechen. Man sieht sogar den Schweiß auf seiner Haut. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Ich bleib mal geduckt, ne? Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Tja, was suchen sie, ne? Suchen sie. Shift, sprinten. Ah, jetzt also doch. Halt ihn auf! Sie gehen in Richtung Brücke. Lass mich rein! Was immer nötig ist. Oh ja! Ich glaube, es ist hier bitte. Scheiße! Achtung! Achtung! Exklusive Dämpfungsgeräusche auf die Schlachtraum! Haltet durch! Ich bin gleich da! Ah, ich muss vorab gehen. Oh! Achtung! Ich muss wieder auf Erlassen! Ich bin da schon. Ich krieche. Ich bin da links. Ach, du Gniss, wir haben den Falle zu sein. Wir sind in der Wunderschutzkraft. Wir ziehen uns runter. Gleich da. Ich verheime schon. Papa ist schnell. So, bis zum Sitz. Genau. Oh. 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 Layday, layday, layday. Hier ist UCG Caron. Kehren zurück nach Callisto. Wir sind schon auf Marzimung. Negativ. UJC Caron. Keine Erlaubnis zum Wiedereintritt. Sorry, ich hab keine Wahl. Wir singen Rapide. Versteckt die Antigrasse. Wir sind schon auf Marzimung. Kann hier irgendwas lenken? Ich glaube, Callisto ist auch ein Jupiter-Mond. Max ist, glaube ich, Max-Dead. Immerhin, haben wir Licht. Hohoho, fängt ja heftig an, ey. Oh, no. Die kommen rein, die haben überlebt. Nein, das ist ein Roboter. Was? Ein Bildszeichen erfasst. Schütze Schupe fort. Lager in Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Okay. Ja. Bringen wir sie hier raus. Bist du der jetzt nicht? Das ist alles, transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelance haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Kameranregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Arzt, sonst. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Hier. Hier. Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey! Was soll das? Hey! Ich hab nichts getan! Das sagen sie immer. Kalisto. Protokoll. Also, sowohl Kalisto als auch Europa sind Mohnen von Yubitam. Yubitam hat ganz viele Mohnen. Ich weiß nicht genau, wie viele. Aber... Zwei Hände voll mindestens. Ausbruch. Ausbruch. Glenn A. Schoffiert. Oder Schoffiert. Ach, das ist ein Blöder. Oh! Es ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Herr Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein, 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 nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist... Oh, egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt, Black Island. Der letzte Teil ist das Schönste. Und mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge. Das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Dazu, weißt du, dass man Kallisto den Toten Mond nennt. Tod. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Denn dein neues Leben liebt. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, du toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Eye. Eine Abteilung des UJC Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey, lass mich! Hey. Hey. Halt! Nein! Nein! Hey! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Gerät? Echt? Dieses Gerät? Sie sehen doch an! Verdammt! Verdammt! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Wow, Implantat mit Lebensbalken. Das ist die Zukunft. Jetzt wissen wir auch, wie Medi-Packs funktionieren werden. Nix mehr da. War es nur ein Traum? Erkunde... Erkunde die Zelle. 5-3-2-5-2-1. Block 12, Zelle B-15. Licht aus, um 17 Uhr. Was wird mir denn vorgeworfen? Ja, genau. Seh dich mal um. Erkunde die Zelle. Wir haben eine Küche in unserer Zelle. Die Küche ist direkt neben dem Klo. Wie appetitlich. Was ist das hier? Ein Würfel. Diesen Würfel haben wir im Intro gesehen. Hoho! Achtung! Sicherheitspersonal sofort im Hauptblock melden! Dies ist keine Übung! Bewahren Sie Ruhe! Es gibt nichts zu befürchten! Was zur Hölle? Ja, stimmt was nicht. Oh! Ich würde mal sagen, die Hölle ist ausgebrochen, ne? Flieh! Gut! Okay. In welche Richtung? Bleibt genital. Oh! Achtung! 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 Oh! Jetzt hier einer ordentlich durchgesnackt, ne? Nur die besten Teile. Verschlossen. Okay. Wie sieht's mit dir aus, Bro? Okay. Da oben sind Wärter, oder? Sind das Wärter? Was versuchen sie zu rufen? Das ist neblig hier. Kommt, wird alles in Ordnung? Oh, schon gut. Schon gut! Eine Sicherheitsschleuse. Pechst du einfach durch? Sicherheitssystem auf Offline. Bleiben Sie in der Zelle. Ähm, anscheinend nicht. Okay. Hier lang. Follow the blood. Okay. Ja, ist gut. Ja, ich. Ja. Ja, ich komme mal. Komm her. Komm her. Was zur Hölle geht hier vor? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist angestotzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Weißt du, du bist Pilot, oder? Ja? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus. Ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier aushilfst, helfe ich hier. Erdenfluchtplan. Okay. Okay. Jacob und Elias. Harte Seite. Überquere die Brücke. Wir haben einen Schraubenstock. Können wir den irgendwie benutzen? Angriff. Muss ich in dieses Ding hier reingehen? Arsenal. Daten BIOS. Oh, was ist das denn alles? Unbekannt, unbekannt, unbekannt? Habe ich das schon abgespielt? Ausbruch. Gesuchte Person. Fracht. Muss ich das finden hier? Okay. Ich glaube, das muss ich finden. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie ich kämpfen kann. Aber vielleicht kriegen wir es noch. Muss ich mit dem Ding gar nicht kämpfen. Das war knapp, ne? Wie hat das so gesund ist, hier so viel Rauch einzuatmen? Ach, wir sollen über die Brücke gehen. Haben wir hier auch so ein To-Do oder sowas? Daten BIOS. Da. Überquere die Brücke zum Kontrollzentrum. Wir haben die Klinge. Ein angespitzter Schraubenschlüssel. Der improvisierte Waffe oder Werkzeug. Sicherheits-Türen außer Kraft setzen. Okay, alles klar. Schön. Wie sieht es hier so aus? Was soll hier schon schief gehen? Dahin ist ja auch die Hölle los. Guck mal, wie sie da wegrennen. Richtig was los hier. Okay. Ach, shit. Ein Panel auf hier. Hochsicherheitstrakt. Alles, was wir brauchen, ist ein angespitzter Schraubenschlüssel. Ah, doch Quick-Time-Events. Oh! A D E D A Halten Vor dem Angriff nach links, um auszuweichen. Achso. Oh Gott. Und nochmal. Okay. Tschüssi. Oh Gott, ich fühle die Kämpfe sehr schwerer. Okay. Okay. Gut. Ein bisschen rechts, ein bisschen links. Fleischwunde. Öffne Elias oder Elias Zelle. Uh, was zum Teufel war das? Ich würde sagen mal... Boah, wir müssen den voll zermatschen. Alter. Ob YouTube das gefällt? Ich weiß es nicht. Alles offen. Kehre zu Elias zurück. Nahkampfangriffen ausweichen. Halte A oder D gedrückt, bevor ein Gegner angreift, um mir auszuweichen. Es gibt kein Zeitfenster. Halte einfach A oder D gedrückt. Bevor dich der Gegner trifft. Okay. Um in der Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte A gedrückt, wechsle dann zu D und halte es gedrückt, bevor der Gegner angreift und wechsle dann wieder zu A und D. Und hin und her, weiche niemals mehr als einmal in die gleiche Richtung aus. Anderfalls wird die Sequenz abgebrochen. A und D. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Jetzt haben die ja noch Schusswaffen. Das Tor geht nicht. Die Konsole reagiert nicht. Aber was hat mich angegriffen? Und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachtor? Ja. Das ist unser erster Halt. Wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde dich. Verstanden. Ah. Auf einmal ist hier frei. Finde den Aufzug. Oh. Da hinten ist einer. Mann, 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 Mann. Nach hinten, um Angriff zu blocken. Also im Prinzip A und D immer hin und her, zwischendurch zu kloppen. Nachdem du deinen Gegner besiegt hast, drücke die Leertaste, um mit seinem Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf. Mit der Leertaste. Nein. Kalisto-Credits. Ich matsch dich kaputt. Okay. Alles klar. Das hättest du mir mal eher sagen können. Der Typ im Kontrollraum, da gab es bestimmt auch noch was zu holen. Okay. Verschlossen. Alles klar. Ja. Jacob. Hörst du mich? Ja. Wie? Er wirklich zwei Wegefunk mit deinem Chor. Hm. Ja. Was? Fahr runter? Bin ich doch, oder? Ich bin jetzt eine Weit... Ich bin eine Ebene weiter runter. Jede Ebene... Habe ich das richtig verstanden? Zehn Block 15. Oh, babe! Oh, babe! Okay. Okay. Oh, okay. Was gibt's hier? Achso, das wäre der andere Ausgang gewesen. Wo ist mein... Wo ist er hin? Da ist er. Gibt's bei dir auch noch was? Nur bei dem. Okay, Leben! Okay. Achtung, Achtung! Gesundheitsinjektor. Ah ja. Suche nach anwenden montierten Kästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Drücke 3, um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Sie füllen Gesundheit wieder auf, aber verwende sie mit Bedacht, da du während des Injektionsvorgangs angegriffen werden kannst. Gesundheitsinjektoren können auch über den Inventarbildschirm verwendet werden. Also, nochmal reinzugehen. Da haben wir den Injektor, wir können ihn eh nutzen. Sturz. Okay. Okay, über 3, alles klar. Achtung! 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 Oh Gott, ich hoffe, ich muss nicht gegen diese Robys hier, diese Roberts kämpfen. Irgendwas Schönes hier sieht nicht so aus. Klopapier! Ist es doch, oder? Okay, mit rechts kann ich so leicht reinzoomen. Sehen wir gut aus. Wir haben schon eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Wenn ich die Haare oben drauf auch so kurz hätte, wie an der Seite. Dann wäre das schon was. Achtung! 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 B.I.P. British Rotorinlandsprodukt. Wer denkt da auch die ganze Zeit dran? Was der so auf seinem... Oh! Hemdchen stehen hat. Herr Reyers, mit dem Aufzug stimmt das nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Verdammt! Das bringt dich zum Isolationstrakt. Er reicht mir doch noch kurz hin. So ist das länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie dich völlig durchgeknallt. Haha! Durchquer den Isolationstrakt. Oh, da hängt einer. Da. Huh! Wir gehen mal langsamer ran. Da ist er weg. Und blutet aus. Da kriegen wir noch einen Gasjump Scare. Das sind immer die schlimmsten. Zugangshallet S019. Wer flüstert da? Jacob? Das sind wir. Sowas mag ich ja gar nicht. Jacob. Hä? Hast du mit mir geredet? Der kennt bestimmt auch einen, der... Jacob heißt Energieumwandler. Wertvolle, verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden. Nice. Kalisto-Credits Okay, wir müssen gucken, ob wir auch in die Zellen kommen Ah, da müssen wir durch Guck mal, da ist ein Spalt Das ist auch ein Spalt Können wir hier, können wir das Können wir das kaputt machen? Treten vielleicht Ah, treten, okay Kalisto-Credits, alles klar Muss einer einem erstmal sagen eigentlich Wie er sich umguckt Also ist schon cool gemacht Uh, die ganz, ganz bösen Jungs hier, ne? Da kann ich nicht drauf treten Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt aus so einem Schacht rauskommt hier Ich bin mal besser vorsichtig Kann ich das da auch zertreten? Ne, ich glaub nur, wenn's leuchtet Kann ich da rein Bro Da ist noch was Kalisto-Credits Okay Es wird nicht so ruhig bleiben, Freunde Das wird nicht passieren Alter, wie zugeschissen das Klo ist Das wird ja immer widerlicher hier Wer mammt für Tier Oh, scheiße, Alter Einer meiner Kumpel Ich kenn ihn schon seit Jahren Er war so ein Ding Hat mich angegriffen Alles okay? Nein Nein, aber Ich muss den verraten Es töten Was zur Hölle geht dir vor? Huh Was zum Oh Parasiten, die in diesen Körpern lauern Aliens Möglicherweise Oh, eine Kiste Sesam, öffne dich Schön Kalisto-Credits Und ein Gesundheitsinjektor Wie sieht's denn aus hier? Sollen wir mal einen nehmen? Just for fun Ja, wir haben so 75% noch, würde ich sagen 60% Das Viech kommt gleich aus diesen Schächten Ich sag's dir, du Noch bevor wir hier unser Ding drüber ziehen Fuck you Okay Geschafft Die Sicherheitseinheiten sind aktiv Ja, mal sehen, was uns da erwartet Er hat hier gegrunzt Oh Gott Nein, hör auf Nein, sie sind nicht Tutums Erlaubenslose erteilt Oh Juh Bereich gesichert Weiter zum Medizinbereich Tötungserlaubnis Schleich dich an den Sicherheits Wachen Vorbei Schleichen Meine heimliche Stärke Können wir da vielleicht rein? Ich glaube schon Uh Gibt's schön Rambazamba hier Im Mondgefängnis Vielleicht Ich hab ja ein Safe Game, oder? Kontroll drücken und außer Sichtweite bleiben Sie dürfen mich nicht sehen über die 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 ich bin die die Schön unten bleiben. Jetzt hab ich fast erwischt, du. Die haben alle keine Köpfe. Okay, da verpisst er sich. Was ist denn das da? Injektor. Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Uh. Eine Sache wollte ich mir aber nochmal angucken. Und zwar dahinten. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nicht. Na, da steht einfach dahinten. Okay, das ist definitiv die Krankenstation, wo wir hin müssen. Hier können wir nicht wirklich durch. Also müssen wir wahrscheinlich irgendwas hier machen. Oh Gott. Was ist zum Teufel? Kiste. Wow. Hier ist ein Monster. Zeit sich zu injekten. Okay. Direkt in den Heizdorf. Ist nichts drin in der Scheißkiste. Das ist natürlich gefährlich. Wenn in solchen Orten oder in Leichen, wo wir halt normalerweise Goodies finden können, wenn dann Aliens da hängen. Äh. Ja. Auffällig. Viele Leichen ohne Köpfe. Sehr, sehr auffällig. Aber wir wissen ja, da wohnen anscheinend diese Parasiten drin. Scheinbar. Scheinbar. Okay. Hier haben wir noch... Nochmal ein Indiktor. Oder? Was ist das? Nimm die gute Sicherung. Die gute Sicherung, um Türen mit Strom zu versorgen. Die gute Sicherung. Ah. Neue automatische Aufnahme. Das will ich mir angucken. Da. Dr. Kathleen Mahler. Dann malen wir mal was. Audioprotokoll. Mehrere. Korrumpiere. Achso. Wir haben nur das. Kathleen Mahler. Heute in Black Island angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein. Aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Okay. Ach, mit E können wir auch abspielen. Okay. War das die, die uns dieses Ding hier in den Nacken gedruckt hat? Ich glaube schon, ja. Okay. Hier haben wir jetzt natürlich kein Licht mehr, weil wir müssen es in der Tür einsetzen. Du hast auch nichts für mich. Gibt's hier was? Nee, ne? Warnung. Black Island Prison. Adversary. Adversary. Ah. Die gute Sicherung müssen wir da einsetzen. Geh wie gute Sicherung. Dann kommen wir in die gute Tür. Okay. So, Feuer. Uh. Okay. Oh, ein Brenner. 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 Scheißkerl. Kalisto. Credits. Alles klar. Na, aber wir müssen mal sehen, wie weit wir mit unserem AD-Trick noch weiterkommen hier. Ich bin eigentlich nichts anderes als AD am Spammen. Aufgeschlossen. Ich bin immer aufgeschlossen. Wie diese Tür. Wir haben sehr viel gemeinsam, die Tür. Sieht schon gut aus. Also, muss ich sagen, Grafik gefällt mir sehr gut. Spannungsaufbau bisher auch sehr gut. Also, ich bin echt, ähm, Lockdown. Nicht schon wieder. Ich bin dran. Ich bin drin, meine ich. Das ist eine Geschwinds. Gesundheit. Ah, Leben. Okay. 35. Ich glaube, damit können wir uns direkt auf, äh, laden. Da können wir wieder... Oh, Gott! Veränderung. Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbstwerden. Veränderung kann schwer sein. Doch sie ist notwendig. Ja, puh. Irgendwie kenne ich seine Stimme. Was? Leben voll. Ah, okay. Okay, 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 okay. Ach, hier gibt's gar nichts zum Treten. Hier ist noch einer. Da gibt's aber auch nichts. Boah, blinkende Lichter. Stark hier. So. Ich glaub, die Schonsfrist ist vorbei. Wir haben alles im Tutorial gelernt. Schleichen, Kämpfen. Ausweichen. Jacob, es wird immer länger hier. Wo bist du? Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay. Du bist bald da. Geh einfach weiter. Du meinst kriech. Kriech einfach weiter. Wooh. Wooh. Um. Roll. Roll. Wo ist der Andere? Wo ist der Andere? Da. Wo ist der Andere? Hier. Ja. Ich da rein? Okay. Da sollte man sich zu nahe ran. Die Musik, Alter. Ja. Das sieht mir nach Überwachungsraum aus. Woher haben wir denn hier? Der könnte was tun. Ah. Ein Elektrostock. Das Lager wurde schon ausgehauen. Dir liegt nur noch ein Schocker rum. Ein Elektroschocker ist da. Aber die Dinger haben sie in sich. Und wir werden ihn beworben. Nice. Dazu, du bist fast am Wachtturm. Ich musste mich durchschleifen. Aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar. Bestand. Kehre zum Wachtturm zurück. Können wir auch Waffen aufrüsten, du? Verschlossen. Muss ich jetzt ganz zurück? Three rounds. One squee. Squee. Keine Ahnung. Ach hier. Okay. Tür ist auf. Alles klar. Mal gucken, ob es nicht doch noch irgendwas gibt. Aber ich sehe jetzt nichts. Next Gen AI. Oh Gott. Löse dich. Löse dich. Energieumwandler, der Gesundheitsinjektor, das Ding, das Prügel, noch ein Gesundheitsinjektor, nutzen, Sturz, zurück. Sollen wir ihn nochmal nutzen? Ah, ich warte mal noch ein bisschen. Es krabbelt überall in den Wänden. Uh. Da müssen wir lang. Keiner hat hier Goodies. Keiner hat hier was für mich. Vielleicht besser schleichen, oder? Zugangshalle. Da geht's nicht lang. Ich glaube, in so Leichen ist es sehr etwas versteckt. Wenn ich das richtig sehe. Bisschen hergekommen. Guter. Okay. Ja, ist anstrengend, doch? Ah, wir sind wieder draußen. Fast geschafft. Okay, ich fresche mich mal auf, weil ich sehe, da hinten ist ein Terminal für den Injektor. Bevor es da ja eine böse Überraschung gibt. Wo muss ich überhaupt hin? Kehre zum Wachturm. Ah ja, okay. Auf ihn da wirklich treffen? Ich weiß es nicht. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Vielleicht können wir uns an denen vorbeischleichen. Nein? Ist das nicht der Wachturm? Ist das nicht der Wachturm? Torsteuerung. Ich war mir so sicher. Na gut. Da gibt's Kloppe halt. So, komm mal her, du. Mein Freund und Kupferstecher. Verstecher. Oh. 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 Okay. Ich brauche eine Waffe. Eine richtige Waffe. Ah, es gibt nichts besseres, als nach einem Tod lange Ladezeiten zu haben. Ja, wollen wir mal sehen. Vielleicht können wir noch anders ausweichen. Was? Okay, ich habe mich nicht aufgeladen vorher. Ja, ich habe mal den Spaziergang genommen, du. Also. Man könnte sich auch schneller heilen, wenn man sich das Scheißteil nicht erstmal angucken würde. Aber na gut. Also wir müssen irgendwie da durch. Ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Vielleicht kann ich den irgendwie hinlocken oder so. Hey. Oh, mightier. Okay. Okay. Man. Okay. Okay. Da kommt noch einer Oh scheiße Gib mir Leben Gib mir scheiß Leben Okay, wir kriegen nur Callisto-Pillen hier Das ist das Not-Kindergarten hier Ich glaube, wir müssen wieder da hoch, ne? Kann das sein? Ah, ein Audiolog von Elias Da gucken wir doch mal direkt rein Zip, zip, äh, Elias Okay Elias Erwartung Bereit, bereit Also gegen mehrere Gegner gleichzeitig ist schon eine Nummer Ah, das ist schon schwer Sicherheitssteuerungssektor Ich glaube, da muss ich hin Der kotzt sich aus Oh, oh, ach ne Ach so, das war der Erwartungstyp Muss ich da hin? Hier lang? Achtung 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 Ich glaube schon, oder? Ah, hoch Hoch war gut, oder? Position halten Nein, das ist ein Befehl Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß Okay Habe ich das richtig verstanden? Ah, du stürzt ja Und dann geht ja alles in den Arsch Oh, 521 Schau mich an, wenn ich mit dir rede Was hast du getan, hä? Sag's mir Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich leben? Finde den Nee, nee Ich wette, ich wette Der ist nicht tot Den sehen wir nochmal wieder Wir haben ein, äh, Audio-Log Von Captain Leon Ferris Wir haben Auf einen Unfall vor dem Torhaus Erkehrt der Autor drauf Anweisung des Wardens gesichert Normales Thema Zugang Hätte nie gedacht Dass ich die alte Warden mal vermissen würde Die war wenigstens berechenbar Okay Immer nur sehr kurze Audio-Logs Warum macht das jemand? So kurze Audio-Logs Das ist, das ist nichts zum Öffnen, ne? Da ist keine Kiste hinter Was, was ist das denn? Ich hab bisher nur einmal so eine Kiste gesehen Sicherheits-Checkpoint 402 Sicherheits-Checkpoint 402 532-521 Da sind wir doch Ah Damit werde ich identifiziert Da komm ich nicht durch Kann ich sowas hier kaputt machen? Auch nicht Meine DNA Okay Sicherheits-Bahn Bla, bla, bla Was ist denn hier? Was hat die? Okay Da kann man auch hier 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 Dann nehmen wir das doch Tor Nummer 1 Nachwirkungen Kapitel 2 Okay Gut Ich würde sagen Ich mache hier eine kleine Aufnahmepause Und wir sehen uns dann gleich wieder Bis gleich So Da bin ich wieder Und weiter Geht's Bei The Kalisto Protocol Oh Da hat auch nichts dabei Sieht auch immer so aus wie Kisten Die man vielleicht aufmachen könnte Aber nee Ist nicht so Kanister mit irgendwas Oha Oha Ganz viel Strom hier Oh Notwendigkeit Tun was getan werden muss Schwere Entscheidungen treffen Als ihr neuer Warden werde ich tun was nötig ist Für sie Für diese traditionsreiche Institution Zum Wohle der Menschheit Aha Der Warden also Bin ja echt mal gespannt Was der für eine Rolle spielt Ich kann es mir bisher noch nicht denken Lokalisiere Elias im Wachraum Dann lokalisieren wir mal Können wir eigentlich auch hoch hier Oh no Oh cool Können wir auch treten Und der hockt sich automatisch wieder hin Okay Ich glaube der ist kaputt Alter ist das creepy So Wie kommen wir denn Wie kommen wir denn Was ist das denn für ein Auswuchs Der hier ist Ein Bein Alter Okay Da können wir raus Da können wir nicht raus Gibt's hier irgendwas Oh man Sie können hinter jeder Tür stecken Okay Warum ist das Ist das Gefängnis hier eigentlich Unter der Erde Oder warum ist hier Sieht hier alles aus Wie in einer Mine Oder so Naja Aber woher sollt ihr das wissen Ne Ich weiß es auch nicht Okay Okay das könnte der Wachraum sein Zugangshalle D 573 Tja Zumindest sind hier wieder diese Scanner Äh da kommen wir nicht lang Da können wir uns aber durchquetschen Oh das sieht aber übel aus Oh oh Jakob hier drüben Kommt schon Wir weg deinen Arsch Lauf Oh Juhu Was soll sie aufhalten Ich hoffe es Was sind das für Dinger Ist egal Wir müssen einfach nur weg hier Oh Hahaha Du hast was von deinem Plan erzählt Ja Hier lang Leben Ja ich komme sofort Warte Oh kann ich das alles Nein Kalisto Credits Ich komme sofort Mehr Credits Credits Und Ende Credits Was kann ich denn damit machen überhaupt Ach man Nervt mich nicht Ich guck mich um Sonst verpasse ich wieder die Hälfte Eine Schusswaffe Nimm das mit zum Reforge Du kannst damit eine neue Waffe drucken Drucken Dann hab ich Zeit nicht ins System zu hacken Okay Drucke am Reforge Eine Waffe Da gucken wir gleich mal Was ist das denn Printed Gear Got Credits Printed Gear Hier ist noch was schönes Aha Oh Kalisto Credits Gesundheitsinjektor Revolver Munition Und Keine Ahnung Energie irgendwas Na gucken wir mal Freie Auswahl Naja Okay Eine BI55 Pistole Revolver Magazin Mehr können wir nicht Kaufen Verkaufen Gesundheitsinjektor Kriegen wir 100 Credits Für Energieumwandler Energieumwandler Da haben wir zweimal Und noch einen Gesundheitsinjektor Und Revolver Munition Okay Bauen wir erstmal dieses Teil hier Papierstau Papierstau Schon von Anfang an Ja Die können einem das Hirn aufweichen Keine Sorge Man gewöhnt sich dran Kennst du hier wirklich gut aus Ja Ich bin dafür deine Augen Und Ohren Und führe Lass mich nur nicht Werde ich nicht Außer du kennst noch mehr Piloten Nein Leider nicht Ich mach dir diese Tür auf Wow Okay Sechs Schuss Äh Können wir da jetzt auch Munne kaufen Das war jetzt mal 251 Vielleicht verkaufen wir diese hier Düm Einen behalten wir erstmal Und dann kaufen wir uns dafür Ähm Munition Okay Wie lade ich denn nach hier? Sechs von 18 Ach wahrscheinlich geht immer nur sechs Schuss Ne? Okay Ja Das äh Gehen wir mal weiter Strategisches Zielsystem Nachdem du einen Komboangriff ausgeführt hast Halte Ausschau nach einem Schnellschussindikator beim Gegner Drücke und halte die rechte Maustaste Und drücke dann Schnell die linke Maustaste Um den Gegner automatisch Anzuversieren Und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer Abzufeuern Oh boy Okay Ach Okay Mal sehen Wer mir hier vor die Flinte rennt Ah ja Warum so schüchtern? Oh Oh Da kommt er Komm mal her Okay Ah okay Wir kriegen Wir kriegen auf jeden Fall Wir kriegen auf jeden Fall Alles klar Lokalisiere den Medizinbereich Ah Ah Uh Wer hat denn hier so Haufen hingesetzt Alter Oh Das Viech bestimmt So viele Köpfe gegessen Ja Guckt sich gut um hier Also die Animation ist ja echt schick Was mich so ein bisschen stört Momentan Die Sprachausgabe Das schwankt immer sehr stark Von der Lautstärke Okay Jetzt nehmen wir aufzug Das kann ja heiter werden hier Ich mit meiner neuen Maus Oha Ist das aber was? Okay Diese habe ich noch Da geht es nicht weiter Da liegt doch nichts Irgendwie rum Oh Eine Hose Warum haben wir bisher Einmal nur eine Kiste gefunden Wo wir drauf treten konnten Ja die leuchten glaube ich Zellenblock A2 Okay Oh explodieren diese Dinger wohl? Oh scheiße Oh Oh Fuck Oh! 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 Fucky! Wir haben Leben! Wir sind jetzt endgültig tot! Kann das explodieren hier? Okay, wir könnten da lang. Vielleicht müssen wir auch da lang. Freisetzungsraum. Hier ist auch noch was. Okay, hier gibt's nichts. Guck mal da. Kille, Kille, Kille. Der brennende Bürostuhl. Station... Drei. Ich dachte, wir könnten hier irgendwie... ...eintreten oder so. Ich habe die Befürchtung, hier geht's nicht weiter. Oh, doch. Okay. Okay. Will ich aber erstmal hier gucken. Warte mal, wo sind wir? Wir sind von da her gekommen. Okay. Da kommt ja keiner raus, oder? Ah, ich glaube, sind wir hochgekommen. Kann das sein? Hier kann man nicht drüber springen. Dann ist eine Glasscheibe dazwischen. Ah, aber hier ist eine Zelle. Vielleicht gibt's hier was. Hier gibt's auch nichts. Vielleicht... Aha. Munition. Ist klar, dass hier Revolver-Munition in der Gefangenenzelle rumliegt. Warum auch nicht. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Mach's gut. Tschüss. Ich bin nochmal weg. Du tust ja bestimmt nichts, oder? Du tust ja bestimmt nichts, oder? Bewegt dich leise, okay. Mal sehen, ob er da leise durchkommt. Ich habe es dir, ich habe es dir. Ich habe es dir, ich habe es dir. Ah, shit! Ich hab's versucht. Ich hab's so sehr versucht. Aber dafür gibt's hier ein bisschen was. Hier ging's eh nicht weiter, oder? Ich dachte, man müsste hier rein. Ja, Arschlecken. Wir hätten da lang gemusst. Ach, das ist aber zu. Wir müssen irgendwo an ein Panel oder sowas. Ach, ich bin dran. Nein. Äh Ja Aha Finde die Wärterleiche Du mich verarschen wirst, hab ich gefragt Was? Nein, nicht, 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 Schau, Einheit Schalt mit der Klinge das Implantat raus Moment, was? Geht leider nichts anders Nur so kommst du durch die Türe Hier drin tut mal, was man tun muss Der Motor hat die Macht, sich zu verändern Sergeant Eric Jane Neuautomatische Aufnahme Verschlossene Tür Okay Die können wir abfragen, ne? Daten bei uns Die Key Decased Decased Schlüsselcode hinweis Laut Anweisung 1a Ich verspiele das erstmal ab hier Ich hatte keine Wahl Die Häftlinge sind durchgebrochen Ich musste in die Tür versiegeln Hört mich jemand? Ja, Officer Jane Warden Cole? Wo sind sie? In meinem Turm Ich beobachte Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise Das Ende einer langen Reise Also laut Anweisung 1a Wurde Zugang zum Schuh Medizieflüge zur kinetischen Zelltransfersystem Wartungsbucht vom BIP Sicherheitsnetz genommen Alle Anmelde Sagen wir jetzt direkt Auf die Zivilen Oder UC Äh UJC BIP Ausgeladen Okay Okay Da müssen wir jetzt durchkommen Wäsche Sehr schön Das ist der wahre Horror Die Fische Scheiße Abfällt auseinander Okay Hallo Aufzug Ah Wir sind so gelb Wir sollten vielleicht Obwohl wir haben jetzt ein Safe-Gelb Wir gucken erstmal Ihr bleibt ja schön in euren Käfigen Nicht wahr? Oh Ach das ist Wäsche Fast alles ist Wäsche Sehr schön Sehr sehr schön Komm meine Tastatur mit der Maus Ist das nicht wahr? Oh der 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 Ist Schatz schon Fliegen Hier So Da vielleicht irgendwie drauf Oder so Ach du Scheiße Okay Okay es gibt aber Gesundheit Okay da kann er nicht drauf Mein Gott Also hier können auch welche rumliegen Die einfach so aufstehen So Da geht es weiter Wie sieht es hier aus? Da geht es auch noch weiter Runter Okay Eine Karte von dem Ort Wäre jetzt nicht schlecht Da sitzt doch einer Oder? Das ist der Nein Nein Das ist nur Wäsche Der Leiche Darauf Oh Gott Und dann wie hoch Oder runter Und unter her Ne Ach Muss mal eben Finger knacken Das ist Oh ich dachte Das wäre irgend so ein Riesenviech Was da hockt Ne Weiß ja nie Oh was steht denn hier? Sixers Sixers Sechser Was heißt Sixers Was heißt Sixers Was gibt es hier? Ach dann Wie öffne ich das denn? Aha Alles klar Okay 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 Also so Ah Guck mal Hier gibt es auch was Okay Die Dinger können wir also kaputt machen Gut zu wissen Könnten wir die Glastüren dann auch kaputt machen? Okay Okay Was gibt es hier Schönes? Eine weitere Security Guard Karte Officer Pruitt Matos Pruitt Matos Auf Samatos wurde 2003 2012 Direkt nach der Akkamedie Vom BPI Rekrutiert Während ihn erste Berichte Zur Kündigung Einstuften Er gab einem Psychologisches Gutachten Dass er für das Projekt Und die damit verbundenen Bedingungen Gut geeignet sei Warden Norton Zeignet besonderes Interesse an ihm Ich musste mich zurückziehen Es waren zu viele Sie haben meinen gesamten Squad gefangen genommen Bitte Sie müssen jemanden schicken Ich weiß nicht Wie lange diese Tür noch halten wird Holt ihn euch Oh Gott Nein Nein Ja dieser Warden steckt da irgendwie drin Irgendwie schon Ausbruch Warte mal Ausbruch Nachwirkungen Gesuchte Personen Fracht Ah das ist immer wie viele man Äh finden kann hier glaube ich Ne Also bisher haben wir scheinbar Da haben wir einige nicht gefunden Oder wie ist das gemeint Mit gesuchten Personen Achso Elias Aha Okay okay Elias Erwartungen Hatten wir das schon Doch hatten wir schon Na gut Ich guck erstmal weiter Hier können wir nochmal Da gibt's auf jeden Fall einiges Und sogar eine Kiste Was ist denn hier los Wir werden beschenkt Irgendwas Schlimmes muss gleich passieren Schön Revolver Munition Makelloser Energieumwandler Okay es war nur mein eigener Schritt Ist so still Was passiert jetzt Was ist wir Dann sehen wir, was auf der anderen Seite ist. Noch mehr Wäsche. Der Horror hört gar nicht mehr auf. Wartung. Ah, Vorrat. Dafür brauchten wir den. Schlüssel, den wir gerade gefunden haben. Nicht gut. Schlüssel, den wir gerade gefunden haben. Hier gibt es nichts Schönes. Medizinstation. Ah ne, warte, warte, warte. Zurück. Ich will zurück. Ah, doch, geht. Warte mal, dann geht es hier wahrscheinlich weiter. Dann können wir wahrscheinlich mit der Karte, das ist wahrscheinlich ein Bereich, wo wir normalerweise nicht hingekommen wären, wenn wir die Karte nicht gehabt hätten. Dann gucke ich nämlich erstmal da oben. So, jetzt wieder langsam. Ach, ne, da kommen wir nicht hin, weil das ist eine Scheibe. Aber da kommen wir auch hin. Vorrat. Das ist eine Scheibe. Das ist eine Scheibe. Inventar voll. Jetzt mich verarschen. Das ist eine Scheibe. Das ist eine Scheibe. Wie groß ist das? Ich weiß nicht, was jetzt der richtige Weg ist und ob wir hier richtig sind. Oh, das sieht übel aus. Was zum Teufel. Was ist das hier? Was zum Teufel. Da können wir auf jeden Fall hoch. Warum können wir da hoch? Wo sind wir hier? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ich muss mal gucken. Was können wir denn? Also na, warum ist mein Inventar voll? Hier ist doch noch genug Platz. Bauteile, die an einem Rufus zu einem niedrigen Preis für Calista Crates verkauft werden können. Stürzt zurück. Achso, das ist Waffen und das ist... Ja, was mache ich denn jetzt? Hättest du mal verkauft, du. Ich will mal gucken, wo man da hinkommt. Aha. Na, ob das jetzt so gut ist? Sind zwei, ne? Ich versuch's einfach mal. Ach, wir können uns auch anschleichen. Bei dem auch. Sind sie blöd? Also, warte mal, warte mal. Wir sind von hier gekommen. Hier rein. Da sind wir durchgekochen und haben diese Tür aufgemacht. Hier ist noch was, was wir nicht mitnehmen können. Makelloser Energieumwandler. Wir haben noch den... Gesundheitsinjektor, Gesundheitsinjektor, die Munition. Können wir die nicht... Können wir die nicht zusammenlegen, wo? Wir bräuchten mehr Platz im Inventar. Okay, den Energiewandler. Den stürzen wir jetzt. Und dafür nehmen wir den makellosen Energieumwandler. Dann haben wir auf jeden Fall was Besseres. Hier konnte man jetzt runter. Jetzt guck ich noch mal, was da hinten war. Da ging es mich auch noch weiter. Da kann ja richtig was entdecken hier, du. Ich glaube, in sechs Stunden kann man das Spielen durchspielen, wenn man einfach durchrennt oder so. Ja, ein bisschen was entdecken will. Hallo. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Da steht was. Death is coming. Okay. Das ist eine schöne Warnung. Oder ich bin damit gemeint. Hallo, hier ist der Tod. Oh mein Gott, was ist denn das da? Was ist denn das für ein verrückter Raum hier? Welche Verschwörungstheorie hat sich denn hier zusammengebraut? Hier gibt es erstmal ein Köfferchen. Geld drin? Schön, schön. Revolver-Munition. Inventar voll. Was ist da? Gesundheit. Ist einfach ein Inventar voll. Ein Memo. Duncan Cole. Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus zeigen. Die Renovierungsarbeiten am Turm sind fast abgeschlossen. Und das Programm? Reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse nach jahrzehntelangen, falsch durchgeführten Forschungsarbeiten. Verstehen Sie das nicht? Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aha. Es ist also alles ein Experiment. Meinungsverschiedenheit, Coles Triumph. Können wir anscheinend noch nicht anhören. Ja, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Also das ist hier... Ach, dass wir hier so wenig Munition und so einen Scheiß nehmen können. Munition, was ist das? Gesundheit. Ja, komm, ich weiß nicht. Brauchen wir das überhaupt? Ich meine, wenn wir jetzt eh so ein Gesundheitsding haben... Können es nicht nutzen, weil wir volle Gesundheit haben. Okay. Vergiss es einfach. Dann können wir jetzt wieder zurück und durch die eigentliche Tür, wo ich her wollte. Die Wartung. Kannst jetzt wieder aufstehen. Dankeschön. Warte mal, es war hier und dann hier. Warte mal. Dann in die Krankenstation. Genau, das war hier. Okay, wir hätten auch noch wieder zurückgehen können. Das ist, äh... Dr. Ewan Hayes. Wo ist er denn? Dr. Ewan Hayes. Zulassung durch den Medizinischen Aufsichtsrat Europa 23.05. Belohnung für medizinische Innovation in der Onkologie 23.15. Versetzt in die Haftanstalt Black Iron als Bedingung einer Entscheidung des Medizinischen Aufsichtsrats Europa mit Bezug auf zwei Fälle von Amtsvergehen und ethischen Verstößen 23.16. Na mal hören. Hier ist kein Platz mehr. Die Patienten stapeln sich auf dem Ganzen. Der erste Kampf vor einer Stunde. Das hört einfach nicht auf. Wir verlieren die Kontrolle. Wir müssen Maler finden. Wo zum Teufel ist sie? Also, irgendein Ausbruch. Ein Krankheitsausbruch. Was steht da? Patient. Können wir den eigentlich noch... Na, das bringt nichts. Uh, Krankenstation. Immer gruselig. Wenn dann auf einmal diese Laken aufspringen. Das wäre ein Bild. Oh Gott, gleich, gleich toucht bestimmt einer so von innen gegen die Scheibe. Äh, au, hier. Fast verpasst. Wahrscheinlich eh wieder nur Sachen drin, die ich nicht nehmen kann, oder? Uh! 50 Kalisto-Credits. Ja, nice. Ich habe doch gesagt, da klatscht gleich einer gegen die Scheibe. Jetzt langsam. Uh! Da hinten ran, herrum. Da liegt auch einer. Der hat den Flüchtigen gemacht. Nur da hoch. Nee. Dekoration. Ein Gravity-Arm. Ich habe einen der Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Grip. Die Dreckswachen setzen ihn gerne gegen uns ein. Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Äh, mach ich. Aha. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Game-Tutorial. Nutze Grip, um Objekte zu greifen. Aber wie? Damit schon mal nicht. Warum muss ich ihn wechseln? Zwei. Ah, ich habe eine Sicherung. Wie funktioniert der Grip jetzt? Haben wir hier irgendwo Tutorials? Grip, ein Gegner. Drücke und halte die rechte Maustaste, um die Zielvorrichtung zu verwenden und benutze die Maus, um auf einen Gegner zu zielen. Wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst, rolle das Mausrad nach unten, um Gegner mit dem Grip zu greifen und heranzuziehen. Halt die rechte Maustaste weiter gedrückt und drücke die linke Maustaste, um den Gegner zu schleudern. Mit dem Grip schleudere Gegnern, nehmen Schaden und fügen anderen Schaden zu, wenn die andere Gegner und Umgebung treffen. Okay. Drücke ein Grip, ein Objekt. Drücke und halte die rechte Maustaste, um die Zielvorrichtung zu rennen und benutze die Maus, um mal auf den Weg zu zielen. Wenn du die rechte Maustaste gedrückt hättest, rolle das Mausrad nach unten und dann links drücken, um zu schleudern. Okay. Da stehe. Aber was kann ich denn jetzt grippeln hier? Ah ja. Solche Sachen hier. Oh nein. Nicht, nicht, äh, Grip mit Schuss mal wechseln. Ja, das ist ja übel, Asu. Okay. Da war was? Sie wussten nicht, was los ist. Irgendwas. Hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert? Ja, leicht kann ich nicht durch die Gegend schleudern. Aber sowas alles, ne? Medizinische Büros. So, warte mal, wir sind von da rechts gekommen. Oh, alles geht noch. Oh, fuck. Oh, fuck. Die Kopflose hat mich angegriffen. Oh, ho, 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 was für eine Kill-Szene. Okay, mit dem Grip, der, ich dachte, also, Gegenstände können wir anscheinend unbegrenzt benutzen. Und für Gegner haben wir tatsächlich eine Begrenzung drin. Habe ich jetzt die Batterie genommen. So, ich habe den Grip, ich habe das Teil. Habe ich jetzt die Batterie genommen habe. Was ist das? Nein, Gott, ey. keine munition mehr scheißdreck warum kommt er denn immer mehr batterie ist mir nicht so ganz klar was ich jetzt mit dem grip ja ich kann die wegschleudern aber ist ja jetzt nur einer da alter darf ich mal nachladen wo ist der dritte den habe ich doch das war das ne jetzt alle 123 mann 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 und den grip kann man nicht unbedingt immer benutzen wie man den auflädt keine ahnung aha sind wir nicht von hier bekommen von hier irgendwo und dann da rein ich weiß es nicht vielleicht muss er jetzt zurück ich ich was war da ich weiß nicht dass so aus ob da was machen könnte ne das ach das waren diese funken da warte was haben wir hier medizinischer aufenthaltsraum da ist auf jeden fall noch was drin in den tag voll alter leck mich doch am arsch ey was ist ah warte mal hier können wir was verkaufen bitte treffen sie eine auswahl jetzt verkaufe ich erstmal den ganzen scheiß hier so was noch wo ok gute reflekte da steht da wieder you are next du bist der nächste sie immer noch zeit haben was hinzuschreiben so jetzt können wir dich nämlich nehmen ah grp batterien der grp lädt sich mit der zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer grp batterie schnell aufgeladen werden wenn du den grp die energie ausgeht während ein gegner oder ein objekt hältst wird er es fallen gelassen der grp verbraucht falls verfügbar automatisch eine von äh was von äh was eine batterie aus dem inventar um die blaue grp energie leist auf dem nacken von jacob aufzufüllen grp batterien können auch manuell im inventar bildschirm verwendet werden grp batterien können aufgehoben in beutekisten gefunden und von gegnern fallen gelassen werden ok ähm das heißt so eine grp batterie sollte ich jetzt mal nutzen kann ich aber nicht warum nicht muss ich das verstehen so jetzt erstmal interessant ob wir wieder zurück gehen könnten weil da lagen ja noch sachen zu verkaufen die wir nicht mitnehmen konnten aber dann habe ich einen ganz schönen weiten weg zurück ne inventar achso weil ich zwei von diesen grp batterien habe warte mal kann ich mir denn nicht inventar kaufen hier das ist vielleicht ein größeres inventar ah grp gravity projector ein verkleinerer gravitations der vom ah was ist das energie upgrade klein ah warte mal ok stabilitäts upgrade schaden schaden den stock können wir verbessern die munition können wir erweitern medizin handschuh waffe magnum patronen schadens upgrade ok also wir müssen erstmal das kaufen oder was magazin upgrade fehler ok wir können die immer nur nach und nach upgraden schön was haben wir noch magazin upgrade kostet 200 credits wir haben 700 magazin ist auf jeden fall useful sehr schön ok was können wir noch diesen magischen handschuhen so kann ich dann äh dämlich ok energie upgrade klein ok tempo upgrade klein wieder auflade tempo ich brauch das erst 300 oder den stock block konterangriff aha ja warum nicht ist sicherlich auch gut danke danke arbeiter qualitätsprüfung bestätigt oh sehe ich auch so so dann haben wir noch 300 jetzt haben wir noch 200 was können wir uns für 200 können wir uns nicht mehr viel kaufen na 300 ok da wäre es ja doch useful hoch drücke es um einen gegner im nahkampf zu blocken ja ein erfolgreich geblockter angriff fügt viel weniger schaden zu suche nach dem blocken nach einer gelegenheit für einen gegenangriff äh tiefe angriffe fügen dem gegner schaden zu und werfen ihn um ok das heißt hier geht es dann auch gar nicht weiter der mentar voll warte mal dann verkaufe ich doch einen ujc druck wünscht ihnen einen united tag ein united tag gesundheits injektor verkaufen haben wir nämlich 300 und dann können wir hier nämlich für das upgrade für 300 kaufen mit dem handschuh klick 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 so was haben wir dann erhöht die maximale energie kapazität ok das äh gut dann schnappen wir uns hier das ding jetzt haben wir nämlich wieder platz und äh operat medizinische beobachtung wo sind wir jetzt hergekommen da können wir her da sind wir hergekommen wenn wir jetzt wieder zurück wollen müssen wir die batterie mitnehmen das können wir aber nicht mehr das heißt wir können auch nicht mehr zurück ok also ah warte mal da gibt es auch noch was hier gibt es auch noch was jede menge revolver munition oh jetzt haben wir 10 schuss inventar voll das war so klar können wir revolver munition auch verkaufen 12 12 ich will aber nicht 12 verkaufen können wir irgendwie aufteilen können wir nur komplett verkaufen ach wie dumm ok irgendwann muss man es ja mal ausprobieren 12 gegen 3 dafür haben wir ein paar credits na ob das so gut ist wir hätten uns am Anfang keine munition kaufen müssen es ist nicht so knapp wie ich dachte aber das kann man ja vorher nicht wissen ok ne da sind wir hergekommen dann müssen wir hier lang dann können wir jetzt nur noch da raus oh gut abgehandelt hohohohohohoho oh my god so wie ich meine wache Leute mag jacob du hast es geschafft mein weg verschwuhr war echt geil ichuto den wartungsaufzug er macht dich da hoch ok Suche einen Aufzug. Officer Dax Simmons. Äh, Simmons. Ja, komm. Was können wir denn hier machen? Warum blinkt das? Ich wollte die Nachricht lesen. Wen haben wir denn? Dax, Dax, Dax Simmons. Und das da ist, das... 23.13, Verwarnung nach mehrfachem Häftlingsbeschwerden. 23.16, nach UJC Medienrecherche, offizielle Untersuchung bezüglich Häftlingsunfalltod eingeleitet. 23.18, nach interner Untersuchung hat die Haftanstalt Black Eye versetzt. 23.19, Arbeitsbelohnung ausgegeben. Aha. Nein, bitte, ich stehe euch alles, was immer ihr wollt. Wir wollen gar nichts von dir, außer es geheim zahlen. Nein, komm her. Nein! 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 Das lief ja nicht so gut. Ah, da haben sie die, äh... Häftlinge gefoltert, ne? Bums. Toll. Lockdown. Ach, verdammt. Ach, die Dose kriegen wir nicht. Wear gloves. Handschuhe. Okay. Ich glaube, wir müssen da hoch irgendwie. Evolver-Munition, guck mal. Und so kriegen wir das wieder, was wir verkauft haben. Können wir hier irgendwie... Wo müssen wir denn hoch? Wo müssen wir denn... Warte mal, wir müssen einen Aufzug finden. Achso, da kann man durch. Das stimmt. Haaa! Bremst den Scheiße aus! Elias! Ich versuch's ja. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromkonzert. Halt doch, wir gehen! Ich bin doch hoch! Das System reagiert nicht. Du musst es manuell machen. Svent, was? Wie? Klemm einfach was in die Bremse. Manuell. Klemm einfach was in die Bremse. Haaa! Haaa! Komm schon, du! Wurmsau! Nein! Ah! Okay, hat geklappt. Elkom, hörst du noch? Ja. Gerade so. Ich muss herausfinden, was mit dem System nicht stimmt. Starte da unten die Stromversorgung neu und geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Noch ein Aufzug. Könnt's kaum erwarten. Von Aufzug zu Aufzug. Wow! Die sind ja richtig übel, diese Babys. Leck mich am Arsch. Geht's. Wunderbar. Ich fucking ess. Ich kann's. Ich kann an euch helfen. Ja, ich kann's. Ich kann's. Ich kann's. Das fliegt. Ich wollte das mit den Blocken ausprobieren. Das hat nicht geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Nur Credits. Ach stopp, ich kann ja auch drei drücken. Ah, sehr gut. Sicherung erforderlich. Okay. Da können wir hoch. Ebenfalls. Kann ich hier wohl her? Da hinten könnte eine Sicherung sein, wenn ich das... Wie finde ich die denn? Wie finde ich die denn? Was schwebt da durch die Luft? Kann ich die irgendwie kaputt schießen? Oh Gott, ey. Die können ja überall sein, so Scheißteile. Die können ja überall sein, so Scheißteile. Oh Gott, weißt du hier. Oh Gott, du kannst das gleich. Oh Gott. Okay. Oh, das sieht ja nicht so gut aus. Das war das, oder? Haben wir es erledigt? Das ist doch auf jeden Fall so ein Ding. Ah, da komme ich nicht durch. Das muss ich irgendwie blockieren. Da ist eine Roterie. Diese Kopfdinger könnten überall sein. Ich gucke es mir hier. Ich gucke es mir. Du hast einen Kistern. Sheridan. Muss ich eigentlich mal so eine Batterie nehmen? Ich muss unbedingt mal finden, wie man hier das Inventar vergrößern kann. Da muss es doch irgendwas geben. Officer Kerry Brown. Kerry Brown. Anweisung höchster Priorität. Sicherheitspersonal wird zur kinetischen Zelltransformer... Transfersystem-Wartungsbuch... Bucht? Wartungsbucht. Ey, ich kann das so schlecht lesen. Entsandt. Weil das alles groß geschrieben ist. Anlage höchster Wichtigkeit wird um 0,315 transferiert. Bereich auf Personal mit Freigabelevel CETA begrenzen. Tödliche Gewaltanwendung wurde autorisiert. Okay. Keine... Kein Audio-Log bei der Dame. Was ein Scheiß. Dich haben wir schon vermatscht, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, denk dran. Wir können ja auch immer noch unser schönes Teil benutzen. Da oben ist die Batterie. Ach nee, es ist ein... Es ist keine Batterie. Die Frage ist... Können wir den von hinten messern? Können wir nicht. Warum nicht? Das ging doch bei dem Knochen. Ach, so übel. Okay. Messern geht nicht bei dem. Anscheinend nur bei den Kleinen. Das müssen wir beachten. Dann kommt der jetzt wieder raus, ne? Ach nee, wir hatten... Ah, okay. Hatten wir alle schon. Sehr schön. So, wir können aber vielleicht mal den Handschuh hier taktisch irgendwie... verwenden. Okay. Also, das ist ja noch. Ah, okay. Oh, okay. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vom Gameplay her ziemlich scheiße, dass du da runterfallen kannst Dabei hatte ich den eigentlich fast versiegt Das nervt sowas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, jetzt spuckt der hier noch ein, oh Ah, der kommt aus diesem scheiß Schacht raus Aber erst mal angreifen Vielleicht müssen wir erst mal die anderen wegmessern Oder so Wir können ja nur die kleinen, die da spucken können Warum auch immer Oder ist das da doch so ein Explosionsding Es ist doch explosiv Oh, ich will da wegrennen Aber er lässt mich nicht Oh, 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 oh Ist das übel Ah, 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 ah Wie viele waren das jetzt? Ich habe den Überblick verloren Aber ich glaube vier, oder? Aha Torsicherung Ja, vielen Dank dafür auch Müssen wir von der anderen Seite machen, ne? Was hätten wir denn sonst? Können wir hier Irgendwelche Kisten Ja, toll Ja, okay So kleine Ja, so geht es vielleicht Hm Warte mal War das Tor nicht eigentlich da hinten? Okay Können wir noch einen Injektor nehmen? Nein, Inventar Warum ist das? Was? Was? Womit? Ja, ein bisschen Munition Energieumwandler War hier hinten nicht auch noch ein Tor irgendwo? Hier Hier Das ist wahrscheinlich das selbe Tor, oder? Nee, nicht ganz Da kann man durchklettern Okay Ach scheiße, wir kommen nicht mehr zurück Ich dachte, wir hätten so ein Verkaufsding Ah Ah, da können wir ihn wieder rausnehmen Ah Okay Ah, so kommen wir in diesen Bereich Wie wenig sollst du denn dabei haben? Können wir das irgendwie aufrüsten, das Inventar? Was haben wir denn hier? Skunk Flinten Bauplan Oh, okay Ein Bauplan für ein neues Waffengehäuse Lars in einem Refroach hoch Um es drucken zu können Das sollten wir definitiv behalten Was ist das hier? Energieumwandler Okay Jetzt brauchen wir nur so ein Teil, ne? Ja, das ist irgendwie ein bisschen blöd Dass die so wenig hier verteilt sind Okay, die Batterie raus Und dann wieder zurück Aber diese, diese, diese Köpfe in den Ne? Mit den langen Hälsen, die sich angreifen Die sind richtig fies Die sind richtig fies So, wie sieht's denn aus? Brauchen wir noch Energie? Wahrscheinlich schon Auch wenn wir nicht mehr viel haben Aber den Den lass ich natürlich nicht zurück hier Und ich hoffe echt, dass wir bald unser Inventar ein bisschen vergrößern können Weil so macht das keinen Spaß Wenn du hier Hier das zweite Teil liegen lassen musst Oder musst halt Munition wegschmeißen, ne? Ist die Alternative So Ach, guck mal Ah, hier sind so Nageldinger Da hättest du dir auch gegenschießen können Hier sind überall so Nageldinger Ah, au Uh, guck mal Okay Ein bisschen drauf achten, ne? Schaui So, jetzt bitte Ah, sah aus wie eine Scheibe Hat so geglänzt Aber war nicht Okay Ach, der nächste Aufzug Alles klar Hoffentlich funktioniert der besser Oha Oh Das Ding ist echt verdammt groß Elias Ich bin im Aufzug Ich sehe dich zu Elias Alles klar Elias 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 Kannst du mich hören? Das ist ein großes Schiff Okay, wir haben ein Safepoint Da ist er doch Und sorry für die Funkstelle, ja? Wir waren totales Chaos Dieser kam irgendwie rein Und haben alles zerlegt Kommen wir noch in die Schuhe? Ja Aber Wir haben nur Notstrom Also muss ich das manuell steuern Keine Sorge Ich bring dich da schon hin Ich aktiviere die Gondel Die bring dich Gondel Nutze die Gondel Mal gucken, ob hier irgendwas liegt Sicher ist sicher Okay Ich weiß nicht, was ich dafür tun musste Keine Ahnung Da geht es weiter runter Das wird doch eh alles nicht so funktionieren Wie wir uns das gedacht haben Er hat keine Zeit Er hat keine Zeit Baupläne werden hochgeladen Upload abgeschlossen Skunk-Flinten-Bauplan Sehr schön Wo kriege ich die? Elektroschock Revolver Gravity Skunk-Flinte 800 Müssen wir erst was verkaufen 120 120 Okay Komm Reicht trotzdem nicht 10 Die unsachgemäße Nutzung dieser Maschine Wird dem Administrator gemeldet Dann müssen wir Credits erstmal sparen Müssen wir Credits erstmal sparen Das ist ja Wie komm ich denn da rein? Na gar nicht Ich liebe Spiele, die einen hetzen Obwohl es gar nicht nötig ist Oh no Oh no Ach scheiße Ach hier ist auch so ein Explosionsfach Fass Strom einschalten Strom, Strom, Strom Wir nehmen erstmal das mit Ah ja Okay Okay Zwei Batterien Und wo müssen die rein? Hier Hier Hä Moment Geschlossen Da müssen die schon rein Oder? Äh Okay Okay Ah Ah Warte Da oben ist noch was Wie kommt man denn da hoch? Ah ja Verstehe Ah Über die Seiten Alles klar Da brauchen wir bestimmt doch die Batterien hier Ein Rätsel Sicherung Nicht Batterien Ja gut Ja gut In den Tafel ist voll klar Das ist die Wache Sehr schön Tatch Song Okay Während der Abwicklung Griff Song Zwei Mitglieder des Lasas Kartells an Und schlug diese Krankenhausreif Nutzung der kinetischen Zellsystems Für alle Schuhtransfer Angeraten Um zukünftige Zwischenfälle mit Häftlingen Dieser Größe Dieses Temperaments Oder dieser kriminellen Herkunft Zu vermeiden Okay Äh Den Strom Haben wir an Und den Strom Brauchen wir auch noch Und den Strom Wieder voll dein Möchtig Kampfbereit Oh 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 Ja. Wo ist sie? Oh, ich seh sie nicht. Wenn sie wäre cool, aber... Ja. Ja. Okay. Wie lange muss ich noch warten? Das funktioniert nicht alles so, wie ich das haben will. Vielleicht hätten wir doch auf einfach spielen müssen. Wie viele Batterien haben wir denn? Zwei, ne? Boah. Ich geh mal besser runter. Hallo? Oh, meine Fresse! Boah, warum ploppt das denn nicht? Warum löst der sich denn? Der kann ich mich auch gleich killen lassen. Na los, komm schon! Oh, die sind so übel! Oh, sind die Kirsten übel! Aber jetzt mal ehrlich. Wieso, wieso lässt er den los? Wieso kann er sich freirudern? Jetzt direkt runter. Die Tür geht hier ab, wenn der Strom wieder voll da ist. Macht sich das frei. Abon. Oh, ich werde das nicht. Was bist du denn? Na los! Sonst hat das ja so weit weggehalten. Ganz schön. Na los! Wie lange? Wie lange? Denkst du das? Du kannst du dich! Ich versteh das gleich. Die Fliegen ist falsch gemacht. 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 Da ist mir doch mal Zeit, meine Waffe zu wechseln hier. Zwei. Hä? Hä? Ach so, das dauert eine Weile. Oh Gott, ey. Hat der nix verloren oder hatten wir ihn schon? Hier müssen doch noch einer sein. Eins, das waren noch drei. Wo ist dieser scheiß Kopf? Da. So, warte mal. Befreie den Häftling aus deiner Zelle. Oh, ich muss erst mal... Jetzt bin ich gleich wieder weg hier. Boah, es ist echt schwer. Es ist wirklich schwer. Okay, lass mal gucken. Ach, der kam da her. Okay, was mu... Ich hab's. Was ist denn so? Was ist denn so? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Oha. Alarm. Notfallverwieselung gestartet. Nö. Müllentsorgung. Was soll es das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Vertraue auf dem Plan, okay? Bis später. Ja! Ja. 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 Ja ne, ist klar, ey. Ist alles klar. Ja. 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 Wie ist das? Ja. 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 an kürzlichen Ereignissen auf Europa hochgefährlich. Keinen Kontakt aufnehmen. Wo ist dieses Krabbelfiehchen? Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Lass mich raten, die Müllpresse geht jetzt an hier. Ich traue dieser Scheiße nicht. Ich habe es nicht gesehen. Okay, immer wenn diese Dinger hier sind. Aber wie unterscheidet das denn von dem? Ich verstehe es nicht. Nein. Hallo? Ja, das ist es, glaube ich, wieder. Was war das? Kleiner auch. Wo ist das denn? Na toll. Da denkst du, du hast alle erledigt und dann. Drei Schuss noch. Nicer, da ist er. Kriege ich ja wenigstens ein bisschen Munition hier irgendwie. Leben. Habe ich denn überhaupt noch irgendwas? Okay, die, äh... Scheiße. Scheiße. Uns geht's nicht gut. Gut. Okay. Ich hatte keine Munition mehr. Ich hatte keine Munition mehr. Ich hatte keine Munition mehr. Irgendwo hier müssen wir sehen. Wo ging es denn los mit diesen Viechern? Nach da hinten erst, glaube ich. Das ist er auf jeden Fall. Ey, Daphne, niemals! Niemals kannst du das sehen. Was ein Scheiß, ey. Das ist okay. Okay. Oh, danke. Leben. Boah, keine Munition. Na komm schon. War noch mal so ein Ding. Oh, danke. Leck mich am Arsch, ey. So, und der jetzt kommt noch mal hier so ein Scheiß. Ah ja. An den Robotern vorbeischleichen. Klar, gar kein Problem. Ich nehme erstmal einen Schuss. Okay. 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 Das kann ja nicht so schwer sein. So, wo müssen wir jetzt lang? Okay. 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 So, wo müssen wir einen lang? Da hoch wahrscheinlich, oder? Auch nicht. Ja. 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 Nütze Fernkampfsystem, um den Roboter auszu... Was für ein Fernkampfsystem! Was für ein Fernkampfsystem, um den Roboter auszuüben? Warum schießt er denn auf mich? Ich dachte, ich schmeiße ihm das Viech für die Füße, als er beschäftigt... Ja, Arschlecken! Was ist das denn für ein bescheuertes Spielkonzept? Nutze Fernkampfwaffen, um den Kopf des Roboters zu schießen... Soll ich jetzt gegen ihn kämpfen, oder was? Was ist das denn? Oh Gott! Ah, herrlich! Also, ich glaube, den Roboter, den kann man nicht besiegen... No way! Ich denke, wir müssen irgendwie da hinten hin... Wieso kann ich denn nicht da hin? Wie konnte man... Das ist doch dumm! Ich muss mich auch gar nicht ducken... Ich habe den Roboter nicht wirklich... Ich habe dir die Bahn geschaut... Ich will nicht, wenn du beim Checkpoint ankommst... Oh! Oh! Eins noch! Da drinnen gibt es eine Falle, damit die Gefangene nicht ausbrechen! Und... Was jetzt? Schön! Was für eine Falle ist das? Ach stop! Welche Waffe habe ich? Natürlich die Fette, ne? Ne doch nicht. Wieso kann ich da nicht rein? Ich will da rein. Das ist die Falle, ne? Ah fuck you ey! Okay. Nein! Oh, ich wollte nicht mit dem kämpfen. Ich wollte einfach in das Loch rennen. Was weißt du denn das? Leck mich! Ja. Natürlich kommt's... Das ist so dumm ey, dass natürlich auf jeden Meter hier diese scheiß Viecher auch kommen. So geht's auf. Ja. 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 Es ist so dumm. Ich stand doch in der Ecke, war mein Fuß im Weg oder was? Jetzt machen wir einfach alles nochmal Inklusive dieser riesigen Level Wo man sich durchquatschen muss Weil es so viel Spaß macht Sowas nochmal zu machen Weißt du, man hätte den Savepoint ja auch nicht Da setzen können, nein Es muss voll diesen Quetschzähnen sein Es muss natürlich so sein Ach Gott sei Dank Wow, es ist Schnee draußen Da ist ja auch ein Schnee, ein Eisplanet Ein Eismond Wow, den Jupiter Nice, nice Wow Verdammt guter Aussicht Ja, mit verdammt liegst du richtig Da zieht ein großer Sturm auf Da wollen wir nicht reingeraten Ja, ich sehe ihn Und den Heimler sehe ich auch Ja, das ist unser Weg hier raus Ja, bin ich früher oft angeflogen Was ich noch ein Leben hatte Und das holen wir dir zurück Du musst dich nur an dem Plan halten Und deinen Arsch zur Habitatsgruppe bewegen Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird Vertrau mir Ich bin da Was soll das wieder heißen? Ich habe früher dort gearbeitet Forschung betrieben, sozusagen Hab Aufnahmen gemacht Die Suchte, die ich in deinen Chor geladen habe Spielt sie abwendig näher Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel Was dann? Ich hole dich an der Warnstadt heran Easy peasy Easy peasy Okay Ja, die auch Ja, die Luke Gibt es denn hier nochmal was zum Aufrüsten? Habe ich das übersehen? Nein Okay Gut Ich brauche jetzt aber erstmal eine Pause In der nächsten Nein, es ist ja keine Folge Es ist ja ein Einteiler Wir sehen uns sofort wieder Und fahren diese Luke runter Bis gleich So, hallo Da bin ich wieder Es hat eine Weile gedauert Ich habe ungefähr zwei Wochen nicht mehr gespielt Es gibt mittlerweile ein paar Updates zu dem Spiel Und die wohl auch die Performance verbessern sollen Das heißt Wir sind jetzt wieder auf maximalen Grafikeinstellungen Ich hoffe, dass es jetzt besser ist Da es jetzt nicht so ruckelt Auch mit der wunderbaren Grafikpracht Ansonsten muss ich das wieder zurückstellen Wir beobachten das mal ein bisschen Und ja Wir müssen jetzt hier runter Ich habe ehrlich gesagt schon die Hälfte der Story vergessen Aber das kommt bestimmt jetzt so nach und nach Wieder Wir haben ja irgendwie aus dem Fenster geguckt Und ach, ihr habt es ja gerade gesehen Ich muss es euch ja nicht erklären Oh, ein Ladestream Wie praktisch Wie praktisch Ich habe gerade angefangen Zu laden Habitat Da haben wir schon wieder die Dampfdinger hier Okay Alles klar Oh Gibt es hier noch was Schönes irgendwo? Okay Die Steuerung weiß ich anscheinend noch ein bisschen Wir müssen wieder aufpassen Dass hier nicht so komische Köpfe wieder rum Rumsitzen Rumfliegen Aber ich glaube Die sind hier auch mal aus diesen komischen Scheißhaufen gekommen Von daher Sieht es wahrscheinlich gut aus Ah Ein Medi-Pan So Ich muss diese aufzeichnen Gesundheitsinjektor Ich glaube Ich muss mal gucken Ich habe nur einen davon Aufzeichnung Was für eine Aufzeichnung suche ich denn überhaupt? Ach Hier können wir wieder unsere Waffe abgleichen Okay dann Kaufen oder verkaufen Äh Wie viele Credits habe ich denn? 423 Kann ich überhaupt hier irgendwas auf Auf GRW Tempo Upgrade? Hm Was haben wir denn noch hier? Der Revolver Magnum Patronen Schadens Upgrade 600 600 Ah da sparen wir erstmal noch ein bisschen Ich hoffe dass wir diese Diese Dinger noch ein paar mal finden werden Das ist ja echt riesig hier Na dann gehen wir mal hier runter Was soll schon Böses hier unten sein? Bisschen schneller der Herr Es geht immer weiter runter Und irgendjemand hat hier seinen Müll abgestellt Ich habe vergessen wie ich diesen scheiß Handschuh benutze Ich glaube mit dem Mausrad oder? Ah ja Genau so Das geht aber ganz schön weit hier runter Das geht aber ganz schön weit hier runter Da oben liegt was drauf Ich bin ganz schön sicher Endlich zum Müll und zur Ruhe versetzt worden Nicht scheiße hier Gerüchten nach soll es hier angeblich einen Weg nach draußen geben Ein Hauptrohr aus Tank 6 führt direkt zur Kuppel Das rote Rohr da ist damit verbunden Das muss ich nur zurückverfolgen Aha Abwasseranlage Folge dem roten Rohr Hier oben hat was geglänzt Wie kommen wir denn da hoch? Wie kommen wir denn da? Ich dachte mit Space springen wir Warte mal Jetzt bin ich Jetzt bin ich Hier Kann ich diese scheiß Kisten da hinpacken? Ach warte mal Kann ich mir das einfach greifen? Warte mal Kann ich mir das Vielleicht fährt das auch runter Oder einfach so Stimmt Die Dinger haben wir ja auch noch Hä? Wie komme ich denn da hoch? E Alter bin ich denn dumm? Optionen Steuerung Tastenbelegung Ducken Rennen Nahkampf Greifen Inventar Altfeuer Waffenwechsel Nachladen Hülle Stampfen Leerzeichen Wo ist denn springen Oder klettern? Ducken Control Rennen Halten Ich komme mir gerade ein bisschen verarscht vor Ich dachte wir könnten mit Leertaste auch hier Hier hochklettern Warte mal Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben Ich will er hoch Ja Jetzt geht es auf einmal Mit E Das ist doch alles Das ist doch alles Ja mit E Irgendwie habe ich es versucht Aber er hat halt immer nur Warte mal Da kommen wir auch noch hoch Ne Da ist eine Kiste oder so Warte mal Wir sind noch nicht fertig hier Hier gibt es einfach zu viel Komisch 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 So Inventar voll Das nervt mich Einfach so Dass wir in diesem Inventar Voll sind Wie kann man das denn vergrößern? Vielleicht in diesem Computer Ding Na egal Müssen wir jetzt erstmal hier lang Ich gucke nochmal beim nächsten genauer Also es wiederholt sich ja schon ziemlich viel Bei dem Spiel Das muss man ja schon sagen Oh Blut Aber man weiß halt auch Dass diese Dass diese Nichts Dass diese Schachtplättereien Immer dafür da sind Das Spiel nachzuladen Ah Das rote Rohr Ziel meiner Suche Oh Sehr schön Ich bin in der Scheiße gelandet Das rote Rohr geht Hier runter An Der 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 Wir sind voller Blut und Scheiße, da erkenne ich das nur. Voll schön im roten Rohr, wenigstens nur ein Feind gerade. Oh ha! Neuer Feind. Der kann unsichtbar sein! Was ein Scheiß! Der ist dann nach oben abgehauen, wa? Wie gut unsere Klamotten einfach aussehen! Oh mein Gott! Hier liegen noch neue Klamotten, die könnte ich mir doch einfach nehmen! Tank 6! Da können wir irgendwie hoch! Da geht es aber auch runter! Ich muss einen anderen Weg finden! Das kommt von da! Inventar voll, Inventar voll! Ich hätte die Scheiß Dinger verkaufen können wahrscheinlich, ne? Das habe ich vergessen! Flintenmunition! Diese Energieumwandler! Kann man da auch irgendwie hin oder hoch? Neue automatische Aufnahme! Das hier? Ja! 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 Ich weiß nicht, ob das der aktuelle war! Ich denke schon! Scheiß! Ich bin sowas von raus! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut mit so einer langen Pause weiter aufzunehmen! Ich überlege gerade, ob wir da hoch irgendwie kommen! Da war auf jeden Fall eine Kiste! Ach toll! Ich hätte auch hier einfach... Ich lerne es nicht! Mit dem Wurf! Wie können wir irgendwie hoch oder? Hier! Hier will ich hoch! Da kommen wir hoch! Und irgendwie hier rüber schätze ich mal oder? Gibt es auch diese Dinger! Ah! Ich muss gucken! Hier gibt es auf jeden Fall Sachen zum Zerschmettern! Was? Das Viech lebt bestimmt noch! Das Viech lebt bestimmt noch! Was? War hier nicht ne Box? Bin ich blöd? Oder hier? Was? War das nur für die Teile? Vermutlich schon! Na gut! Weiter jetzt! das ist das Klärungsbereich! Und wir kriechen wieder durch Kanäle! Oh! Was ist alles so Gutes hier? Ich werde jetzt treffen auf das Tarnmonsterchen! Warum führt denn so ein Kanalschacht hier wieder direkt in so eine Höhle oder sowas? Was? So richtig Sinn ergibt das auch nicht! Das Licht flackert! Was? 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 Was ist denn die Z пойдet, die Außenrischen? Ach ja! Ja, ja, ja. Komm gleich drauf! Uh! Arschloch! Das ist ja übel! Okay, wir müssen auf das schweinische Grunzen achten. Oh, hier sind schon wieder solche Dinger. Aber ich weiß einfach nicht... Noch eine Sicherung. Ich weiß einfach nicht, wann da was drin lebt und dieses Kopfviech da rauskommt und wann nicht. Der hat's nicht geschafft. Na ja, vielleicht noch ein Chip bei sich oder so. Ja, okay. Neuer Officer Bruno Vorentus. Gucken wir mal. Bruno Vorentus. Der Strom fällt aus und die Tür öffnet sie nicht. Typische UTC-Baufweite. Sieht aus als als sie quer verdrahtet. Sieht zusätzlichen Strom. Deshalb braucht sie zwei Sicherungskästen. Halt! Was zur Hölle war das? Tja. Hat ihn wohl erwischt. Okay, zwei Sicherungskästen. Zwei Sicherungen haben wir gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch die Kästen. Wieso haben wir hier mal Revolver-Munition? Oder ist das dieses Ding hier? Einmal nur zwei Schuss. Aber insgesamt wahrscheinlich mehr. Nimm ich die mal. Ah. Ja, ich auch. Oha. Inventar voll. Jetzt? Immer noch nicht. Leck mich am Arsch, ey. Wo ist die zweite Sicherung? Hier, glaub. Da. Da an der Ecke, oder? Das hier? Jo. Zwerderlicht. Ich glaub, wir müssen hier rechts rein. Huh. Zugangshalle. H, irgendwas. Geht da das rote Rohr? Das rote Rohr. 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 Rohr gibt's hier genug. Aber das rote. Da grunzt es schon wieder. Naja. Es scheint hier der einzige Weg zu sein, oder? Hat sich noch irgendwas anderes hier verändert? Seitdem der Strom an ist. Ich bin mal an. Mal ein bisschen rumgucken. Ne. Verschlossen. Und wieder kriechen. Muss dem roten Rohr folgen. Ja, kapiert. Aber wir können ruhig einen kleinen Abstecher hier rein machen, oder? Ist doch bestimmt nicht schlimm, oder? Oh, guck mal hier. Ich stehe einfach ne Hand. Und noch so einiges mehr. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. wahrscheinlich gibt es dann nur wieder Goodies, die wir sowieso nicht mitnehmen können weil unser Inventar voll ist dann müsste er noch in seinem Arsch Platz haben da kann er noch was reinstecken ah Vorrat Oh mein Gott, ein Getränkeautomat Schade Der unkaputtbare Getränkeautomat Ah, hier gibt es aber was Ah, sehr gut Okay Ich habe immer noch Probleme die Waffe zu wechseln Ich finde es immer noch Oh, sehr kompliziert Kalisto-Credits und ansonsten mal wieder Inventar voll Da können wir aber aufgeschlossen Ich sehe dann schon was ist los Hier waren wir doch Wir sind von hier gekommen Ah, da war vorhin noch zu, wa? Das ist jetzt nur ausgeschlossen, weil wir da rein sind Das ist der Hammer, der Getränkeautomat Okay, folge dem roten Rohr Machen wir das jetzt Ich frage mich nur gerade Ich frage mich die ganze Zeit Wie kriegt man ein größeres Inventar Ach nee, schon wieder scheiße hier Das ist doch, das hört einfach nicht auf Das war so klar Das war so klar Da sind irgendwie wieder so Eier Ich weiß nicht, ob wir da hin müssen Wir gehen mal direkt Hier irgendwie durch Das ist doch schön rot So, woher weiß ich jetzt, wo da so ein Viech ist Munition voll Ja, lecko mio So, so kriegen wir das nämlich direkt in die Joffe rein Wir können es nicht ins Inventar Aber wir können es einfach Direkt aufnehmen Das ist sehr beruhigend So, da hinten auch noch was Achso Okay Na, wann werden wir angegriffen? Hier, direkt vorm Tor Verschlossen Das kriegen wir nicht auf Okay Wofür ist das? Ah, okay Aus jeder Ecke könnte hier was kommen Oh, da liegt ein Rad Das können wir nicht mitnehmen Und hier kommen wir wahrscheinlich einfach wieder zurück Tja So, da haben wir auch noch ein Rad Hier haben wir ein Ich weiß es nicht Und hier können wir wieder was machen So, was haben wir noch hier? Revolver Munition Skunkflinten Munition Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Gesundheitsinjektor Skunkflinte Magazinkapazität Ich verkaufe ich verkaufe jetzt erstmal hier diesen Scheiß Den ich hier habe Akkuersatz Skunkflinten Munition Haben wir achtmal Und das Und Gesundheitsinjektor Wieso haben wir hier so viele Slots? Einheit online So, der Revolver Was können wir denn da schönes? Diesen Magnumpatronen Schadensupgrade Und Boomkugeln Den Schlagstock könnten wir noch verbessern Beschleunigungslegierungshülle Aufstandseindämmungsschwung Schaden Schaltet einen neuen schweren Angriff frei Ideal für extreme Situationen Den Schaden wichtiger ist als Kontrolle Machen wir das mal So, und dann nehmen wir noch Was können wir noch? Blockschutz Schadensupgrade Stufe 1 Stufe 2 Okay Und Beschleunigung Komm, nehmen wir das auch noch Verbessern wir mal unseren Prügel, ne? Ich bezweifle, dass wir mehr Slots kriegen Wahrscheinlich erst später Okay, 300 haben wir noch Sollen wir unseren tollen Handschuh noch mal aufrüsten Wiederaufladetempo Oder Tempo-Upgrade Erhöht die Schleuderkraft durch Entfernen von Sicherung Ziel kann beim Aufprall verletzt werden Okay, kommen wir mal das auch noch Wahnsinn So, alles aus Schwerer Nahkampf Okay Drücke die mittlere Maustaste, um einen schweren Nahkampf auszuführen Schwere Nahkampfangriffe müssen weiter ausgeholt werden Verursachen aber mehr Schaden Können mehrere Gegner treffen Und viel weiter zurückschlagen Okay Ah, sehe ich schon Alles klar Gucken wir mal Oh Ich mach die alle kaputt Oh Selbst dafür gibt's Credits und Leben Nice Warte mal Bin ich da hergekommen? Ich bin da hergekommen Ich dachte, ich muss hier durch Was muss ich jetzt tun? Ich muss jetzt zurück Bin ich da rausgekommen? Folge dem roten Rohr Ich überlege gerade, ob ich nicht hier rausgekommen bin Nee, hier bin ich auf gar keinen Fall hergekommen Okay Okay, das Rohr geht in diese Richtung Ah, wieder ein bisschen Tageslicht Wie es scheint Da ist weiterhin das roten Rohr Da ist weiterhin das roten Rohr Geh mir die auf den Sack Geh mir die auf den Sack Oha. Der ist so weit weg. Okay. Ich dachte schon, es lädt nicht. Da brauchen wir wohl ein bisschen mehr Taktik. Wo kam der her? Da hinten. So, jetzt geht's rund. Ich muss zuerst den großen. Ja, jetzt hat ich den schon mann 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 da geht's hoch guck mich erst mal hier unten weiter um was war das? nur ne kiste ah wir brauchen ne sicherung da hinten ist auch zu ah da ist die kiste da ist da ist die kiste Oh, er ist so scheiße. Ich kann nochmal mit dem Handschuh versuchen. An der Stelle. Ich hoffe, wir haben... Oh, nee, jetzt muss ich das alles normal machen. Könnte ich die einfach da runterwerfen? Na, meine Munde, renn doch weg! Hallo? Ich kann nicht mehr da weg! Ich will wegrennen. Oh, den hat es sehr fett. Oh, der steht immer noch auf, oder? Nee. Oh, okay. Das wird ja jetzt spannend, da hinten. Nur wegen diesem Ding. Drei Feinde. Okay, ich sehe nicht, wo... Ah, Handschuh ist eigentlich noch gut, ne? Na, mal gucken, ob wir Gegenstände auch aufnehmen können. Aber es ruckelt doch jetzt ganz schön. Also, das hat scheinbar nichts gebracht, dieses Update bei mir. Hm. Hey! Hey! Das sitzt doch nicht, ey! Ach, das ruckelt mir auch zu viel. Das ist doch scheiße. So, versuchen wir es nochmal. Diesmal hoffentlich mit weniger geruckelt. Dafür nicht ganz so schön. Aber das ist doch echt besser. Wenn wir das so machen... Getausend! Oh. Getausend! Die vertragen so viel, bis sie die alle mal zermatscht hast. Es ist doch nicht normal. Auf jeden Fall läuft es so viel besser. So, alles klar. Ein letzter Versuch. Wir haben hier diese schöne Bombe, die wir da werfen könnten anscheinend. Wir haben noch zwei, zwei zermatscht. Zwei zermatscht. Mit der Bombe hier. Whatever. Ich möchte gerne jetzt speichern. Ach so, da brauchen wir die Batterie. Alles klar. Dann, ähm... Genau, hier waren noch Credits. Und Munne. Und noch mehr Credits. Ah, hier gab's die Batterie. Aber er weiß, was dann passiert, wenn wir die hier rausnehmen. Vielleicht, bevor jetzt was, äh, wiederkommt. Machen wir eine Verjüngungskur. Was Licht hier schön ist. Wo seid ihr? Einfach nicht auf, wo? Ja, so lässt sich auf jeden Fall viel besser spielen. Also, der RTX 3080 Ti reicht einfach nicht für so eine Scheiße. Das ist echt schade. Verpiss dich. Noch einer. Was für'n Scheiß, ey. Was für'n Scheiß. Hier geht's richtig ab. Inventar-Folze. Ja, komm. Ich muss eh aufladen. Dann haben wir wieder Platz im Inventar, ey. Ja, wir können auch mal ein bisschen nachladen. So. Okay, wir bleiben auch bei der... Ach, Gott, ey. Es wird gemütlich. Aufgeschlossen. Wassersteuerung. Verschlossen. Was gibt's denn hier Schönes? Auf jeden Fall was Großes. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das hier der Hauptweg ist. Äh, deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück. Hier in dieses Wasser... Wasserwerk. Nummer sechs. Na, gerade, ne? Einheit 21 E. So sollte ich zur Kuppel kommen. Muss nur den Tank leeren. Muss nur den Tank leeren. Ah ja. Und dann die Leiter hoch zur Zugangsluke. Hol den Kot von einem Wächter. Ja, deswegen gibt's dann noch den anderen Weg. Ich muss diesen Werter suchen. Ja, gut. Okay. Dahin geht's auch noch raus. Wartung. Wartung. Oh Gott, ist ja richtig was los hier. Oh. Im Hintergrund. Ich kotze so. Nutzensturz. Sturz. Sturz mich am Arsch, ey. Wartungstunnel F4. Was gibt's denn hier so viele? Da ist auf jeden Fall einer. Wenn hier überall die Sachen rumliegen, aber permanent dein Inventar voll ist, wo soll man die ganze Scheiße eigentlich loswerden? Jetzt mal ehrlich. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Komm weg damit. Vollleben. Oh. Oh ja, da gehe ich gleich mal gucken. Ich muss mal eben... Brauche ich noch so ein Leben hier. Und dann konnten wir noch so Dinger hier irgendwo sammeln. Wo war's? Da. Und zweites Leben ist jetzt aber immer noch Inventar voll. Verkaufen einfach den ganzen Scheiß. Mehr als einen Lebensgenerator brauche ich eh nicht. Lebensspritzer. Und hier so viel Munition brauche ich auch nicht. Weg damit. Sieben. Wir kriegen schon noch welche. Ich halte jetzt einfach meine Munition klein. So. Du kommst zu mir, Mama. Ja, musst du schon ein bisschen Management machen, wenn das klappt, ne? So. Und jetzt da hinten durch irgendwie. So, leben können wir jetzt nicht. Ist das ein... Äh, noch Horta? Oder ist das ein... Mensch? Oha. Oha. Okay. Shoot the Tentakets. Shoot the Tentakets. Oh, Tentakel und Mutationen. Freigelegte Tentakel sind eine Warnung, dass der Gegner kurz davor ist, zu einer stärkeren Form zu mutieren. Mutierte Gegner haben mehrere Gesundheits- und Stärkeangriffe. Schieße auf die freigelegten Tentakel, um deinen Gegner schneller zu töten. Stampf auf den Gegner auf den Boden, um ihn zu verhindern, dass sie weiter mutieren und angreifen. Ja, das haben wir doch gut geregelt, ne? Hast du mir geholfen, Sicherheitsmann? Gib mir deinen Chip, ich geb dir meinen. Ach. Sehr schön. Oha. Entleere Wassertankbehälter Nummer 6. Okay. Äh, eine Sache mach ich auf jeden Fall. Nämlich mich spritzen. Und, ähm... Gibt's auch noch was? Vielleicht kann ich die Waffe noch ein bisschen auf... Ich hätte gern mehr Munition von diesem Teil. Ich komm da nicht zurück. Ich dachte, der hätte mich angegriffen. Der kam doch von hinten. Jetzt muss ich mal echt überlegen, wo ich denn überhaupt hin muss. Aufenthaltsraum. So, dann mal gucken, was ich mir hier für die Credit zahlen kann. Freie Auswahl. So, das ist die Schrotflinte. So, das haben wir noch nicht. So, dann haben wir, glaube ich, mehr Schuss drin, oder? Vier Schuss. Stabilitäts-Upgrade. Boah, 1200. 200. Ja, jetzt haben wir nämlich vier Schuss. Alles klar. So, dann können wir da hinten noch links... ...hoch. Oha, warte mal. Wo war denn so... ...hoch. Das hat mich selber aber hart erwischt. Das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Na gut, wenn wir jetzt sterben, wissen wir, wie wir es lösen. Ist hier vielleicht noch irgendwo... ...ein Gesundheits-Dingens? Ich würde es jetzt mal interessieren, kommen wir denn hier wieder zurück? Ist das dieser Bereich, wo wir gerade waren? Oder ist das ein ganz anderer Bereich? Ach, Gott sei Dank. Hier gibt's auf jeden Fall was. Um in diesen Bereich zu kommen. Okay. Oha. Oha. Was war hier los? Keine Ahnung, du. Auf jeden Fall was zum Verkaufen, bitte. Ein Audio. Dr. J. Moon Bell. Mal sehen. Dr. Dr. J. Moon Bell. 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 Wo ist denn das Neue? Ich finde nicht. Ach hier, Dr. J. Moonbell. Da haben wir es doch. Ja, hab ich gefunden. Ich hau ab. So schnell wie möglich. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch diese Gesichter rumrennen. Ah, ne Kiste. Kiste, Kiste. Sehr schön. Inventar voll. Egal. Das können wir erst mal verkaufen. Boah, ich muss warten. Und wieder zurück. Das stimmt nicht gut. Das stimmt nicht. Ah, ich... Wo ist der andere? War so klar, dass da wieder einer kommt. Okay, das waren anscheinend nur für die Info. Jetzt würde ich meinen Stuff aber eben verkaufen. Sonst schleppe ich den wieder mit mir rum und kann wieder nichts Wichtiges mitnehmen. War da noch was? Und dann leere ich hier diesen Scheißbehälter. Oh, guck mal, da ist auch noch ein Explosivteil. Äh, achso, der ist verschlossen. Wahrscheinlich, weil ich da später lang muss. Ach, nochmal hier. Ach, Inventar voll. Ja, komm, dann. Ja, komm schon. Drei? Habe ich keinen... Ich muss erst den ganzen Schrott verkaufen. Das wird nicht besser. War da noch was? Weiß noch was. Revolvermunition. Ah, da liegt noch ein bisschen was. Inventar voll. Ja, okay. Ist das ein Gehampel hier? Freie Auswahl. So, was verkaufen wir? Batterie haben wir auf jeden Fall eine von. Revolvermunition. Verkaufen wir erstmal. War hier nicht auch noch was? Gesundheit, ne? Gesundheit gab es hier viele. Und wo ist mein Dach? So, gut. Da können wir jetzt den Scheiß Tank leeren. Wo kommt man... Warte mal, wo kommt man hier hin? Braucht man dafür vielleicht eine Batterie? Ach nee, das ist einfach ein Rundlauf hier. Da kommt man einfach nur zurück. Okay. Ist manchmal echt verwirrend. Also ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wie leere ich den Tank? Hier? Konsole? Wahrscheinlich schon, ne? Und während das runterläuft, können wir ein paar Kämpfe machen, oder? Oha. Oha. Das geht aber nicht auf. Oho. Okay. Oho. Hinter dir. Das geht nicht auf. Achtung! Achtung! Noch einer! Wie viele sind das? Der klettert oben rum. Wir müssen in Bewegung bleiben. Was ist das jetzt? Herzlichen Glückwunsch! Leitersteuerung aktiviert. Ah, alles klar. Da muss man ganz schön aufpassen. Das war jetzt irgendwie wieder easy peasy. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es war jetzt schwer. Es war sehr, sehr klar, was man da tun muss bei diesen Schwendenviechern. Und ich glaube, ich habe auch den Handschuh ganz gut benutzt. Ich bin stolz auf mich. Oh Scheiße! Komm schon! Ohohoho! Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Die ist ja bestimmt nichts drin, oder? Die dagegen einfach nicht auf. Ekelhaft. So, wir sind im Tank. Das stinkt. Okay. Ja, immer zurückgehen, ne? Sag ich doch. Immer schön brav zurückgehen. Gehe ich eben hier lang. Gehe ich eben hier lang. Ja. Die Licht... Das ist so komisch mit den Lichtverhältnissen. Hier sieht es jetzt okay aus. Dann machst du so, leuchtest rein. Jetzt hier wieder heller. Da heller. Ich... Ich habe keine Ahnung. Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Torventil wird geöffnet. Nein, 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 nein! Lauf! Oh. Okay. Oh, sowas hast du ja. So eine Rutschpartie. Was ist da? Können wir... Oh, oh, okay. Mitte. Rechtsrum. Oh. Ich dachte, wir wüssten uns dumm. Oh, durch... Mitte durch. Ja, okay. Oh, 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 oh. Oh, fuck! Wie wär's denn da durchgekonnt? Hä? Scheiße! Äh... Zurück. Ah, okay. Durch. Ja. Oh, oh, shit. Oh. Okay. Ja. Au, aua, 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 aua. Oh Gott, oh Gott. Mitte, Mitte. Oh, scheiße, scheiße. Gleich ist es vorbei. Jetzt ist doch noch dunkel. Noch mehr Leichen hier. Oh! Es hört einfach nicht auf. floh, ho, 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 ho1, aua! Oh, ho, 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 ho. Martin Frieder... Wh voll ... What could probably go wrong? Alter Schwede! Ho ho ho! Ja, haha. Ich hasse diesen Scheißort. Ich auch. Puh. Ohne Paddel. Okay, es war schon übel. Ich glaub, da muss ich mir erstmal einen reinpfeifen. Sonst sieht's übel aus in Zukunft. Da oben gibt's noch was. Da gab's auch noch was. Oder nicht? Hör doch. Gehen wir hier eigentlich runter? Nee. Gucken wir hier drauf? Auch nicht. Was ein Ritt, Leute! Shoot the Tentacles. Okay, da geht's lang. Haben wir mal wieder was zum Verkaufen? Zumindest leuchtet hier was. Wie sieht's hier aus? Nothing. Nothing for me. Oh, es leuchtet! Oh! Woah! 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 pomoc Oh! Woah! Boah! Das macht leider nicht wie zu Hause. Bewerteidigung! Mein Gott, ihr könnt mich mal alle Der winkt da noch Die machen gar nichts Alter Schwede Haben wir noch ein Es leuchtet so Ne, wir haben leider keinen Oder? Doch, haben wir doch Ach, wir hätten keinen Sicher ist sicher Verschlossen Wie soll es anders auch sein Okay, was ist das? Aha Oh, wir sind in der Kuppel Der Jupiter Uh Was kommen wir denn jetzt nicht da hoch? Ach doch, da kommen wir doch her Da muss doch noch was geben hier, oder? Also Vielleicht was, wo wir was verkaufen können Sonst wird es ja echt langweilig, ne? Was ist denn da oben? Das leuchtet so Siehste? Die Leuchtekiste können wir auch Wer weiß, wie viele ich davon schon verpasst habe Hier wird wieder geschrien Da geht es gleich rund Okay, warte mal Hier ist verschlossen Da geht es durch Können wir auch irgendwo hoch damit? Ah, da liegt auf jeden Fall Zeug Okay Da werde ich neugierig Bevor wir Richtung Jupiter gehen Gucken wir uns hier nochmal um Ach, das rote Rohr Mensch Mein alter Freund Ne, doch nicht Nicht ganz Ist aber ganz schön dunkel hier Na, wer will hier spielen? Da geht es noch weiter Oh, da geht es noch weiter runter Gibt nur diesen Weg Oh, hier sind noch Schränke Ja, wenn man hier was erreichen will Muss man schon Äh, ein bisschen Warte mal Da geht es hoch Da sind wir runtergekommen Hier geht es hoch Da muss man sich schon ein bisschen umgucken Wie es scheint Ja, hier geht es denn runter Hui, ab in die Scheiße Was zum Was zum Dann würde ich auch freiwillig reingehen Auf jeden Fall Hier geht ne Leiter hoch Boah, ich wusste es, ey Alles nur für die Kiste glaube ich hier Schöner Marsch Revolver Munition Revolver Die können wir schon mal Stürzen Makelloser Den nehmen wir mit Jetzt kommen wir zumindest hier raus Vielleicht gibt es ja doch hier beim Jupiter Was zu verkaufen Äh, warte mal Hier Ne, da geht es nur runter Was ne Kuppel du Na dann Welchen Weg hat er genommen? Wir treffen uns dort Nicht so schnell Siehst du das Gebäude Da sauerstoffverarbeitung Da drin ist ne Sicherheitsstation Du musst da rein Und die Abriegelung der Kuppel aufheben Vorher kann ich die Bahn nicht reintauen Schade Okay Was, wofür ist das hier? Es wird lustig Vielleicht sollten wir jetzt Oh oh Okay Oh, ich hasse das Der rennt da hinten rum Hier gibt es bestimmt noch welche von diesen Technikraum Da können wir nicht rum Da kann man nicht rum Hm Ah Ja Gebt die Stellung auf Wir müssen noch eine Bahn von Black Island Nein, wir müssen das einbinden Die Bahn, die gerade losgefahren ist! Ich krieg mir das Zeugteil! Mach die Tür auch feindlich! Ich brauche den Code! Ich brauche auch den Code! Inventar voll... Warte, ich will die andere nehmen... Oh! Botanik! Sehr schön! Ah, hier ist doch so ein Ding! 5, 8, 12... Ok... Wir fahren mal 1300... Da können wir uns natürlich... Von diesem Ding... Das Stabilitäts-Upgrade holen! Shards-Upgrade, Stabilitäts-Upgrade... Schwarmgeschoss! Machen wir das erst mal! Kriegen wir denn hier noch andere Waffen? Wo haben wir die beiden? Na mal sehen! Ja, anscheinend gibt es hier noch... Drei weitere Waffen! 149... Das reicht erst mal! Das reicht erst mal! Achso, da brauchen wir den Code für... Hier gibt es noch mehr Botanik! Sauerstoff! Wie könnte der mich sehen?! Das reicht nicht! Der ist noch mal. Das ist noch mal! Das ist noch mal! Äh, habe ich jetzt meine Waffe schon geupgradet? Wahrscheinlich nicht, ja? Ich muss erst mal verkaufen. Oh Gott, ist das ätzend. Was verkaufen wir noch? Ja, ist soweit okay. Gehe ich erst mal die andere Richtung. Noch mal einen Schluck aus einem Bottle. Okay. Nehmen wir mal den anderen Weg. Vielleicht ist es da besser. Ja, guck mal, hier können wir zermatschen. Okay. Da, auch sie da. Oh, hier sieht es nicht so gut aus. Kann man verkaufen. Makellos. Ah. Gott. Officer James Reese. Mal sehen. Officer. Jacob. Unbekannt. James. Warum muss man den eigentlich mal suchen? James Reese. Hat zwei Protokolle. Hör zu. Wenn du das hören kannst, schieß auf die Tentakel oder schlag sie ab. Es ist der einzige Weg. Sonst werden sie nur größer. Stärker. Ich kann sie hören. Sie kommen hierher. Ich lasse nicht zu, dass sie mich gehen. So will ich nicht sterben. Wir müssen evakuieren. Negativ. Wir müssen das eindämmen. Solange ich hier das Sagen habe, haut ihr nicht einen Insass ab. Aber sie verstehen das nicht. Das sind keine Insassen. Nicht mehr. Belohnung für heldenhaftes Handeln. Er rettete Squad-Kollegen PFC Kellner und CPL-Singer während des Absolutionen Arbeiteraufstandes 2310 beruhigte die Aggressoren mit extremen Vorurteilen. Naht dem Rentenaltar. Dienst in der Habitatskumpel und Abwasseranlagensteuerung erbeten. Tja, Kumpel, das war ja wohl nicht so. Ach so. Können wir gar nichts hier machen. Müssen wir doch in die andere Richtung. War nur Story hier. Okay, ich könnte zumindest meinen Stuff verkaufen. Inventar voll. Ja gut, Revolver-Munition. Brauchen wir nicht. Ach, hier haben wir ja Spikes. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber du kommst mit, mein Freund. Na endlich. Oh, da gibt es noch was. Elementar voll. So, das verkaufen wir. Was haben wir hier? Gesundheitsinjektor brauchen wir noch. Äh, ach komm. Weil, dann haben wir hier nämlich noch nichts. Okay, jetzt geht's runter. Kann man hier auch aufschließen? Kann man. So, zu viel aufzuschließen. Okay. Ich sehe nichts. Ah, Schleckern. Wollte ich eigentlich aufschließen, aber ich habe weder was gesehen, noch hatte ich noch Energie in meinem Handschuh. Ah, die können wir auch. Okay. Selbst wenn die auch hängen, können wir was rausholen. Na, die hatten wir alle schon. Da geht es noch weiter. Boah. Ich glaube, die können wir auch messern, diese Viecher. Sehr schön. Wir kommen wieder sehr ekelhaften Köpfe. Und da geht es noch mal. Okay. Wo ist es? Wo ist es hin? Da! Boah, dieser Nebel macht es echt schlimm. Okay, kommen wir da irgendwie hoch? Ja, hier durch die Kiste, oder? Kommen wir da durch die Kiste hoch? Ja, da kommen wir hoch. Oh ne, hier sind schon wieder diese... So... Irgendwo kommen wir hin. Habitatskuppel... Ach doch, hier muss der... Da ist er ja. Okay. Sehr schön. Aber da gingst du noch weiter, oder? Warte, erstmal hier gucken. Können wir noch mal was verkaufen? Gesundheitsinjektor zweimal, dann weg mit dir. Dann gucken wir mal was da hier noch... Na, warte mal. Man konnte hier doch noch irgendwo lang... Na, da müssen wir mal hier herklettern. Man konnte dann noch rechts lang... Oh, der ganze Nebel ist weg. Wirklich praktisch. Hier müssen wir noch gucken. Aha. Gibt's nämlich doch was zu holen. Siehst du? Siehst du? Hier ist wieder der Kopf irgendwo, wetten. Aber ich weiß nicht, woran man den Kopf erkennt. Aber ich weiß nicht, woran man den Kopf erkennt. Da muss auf jeden Fall eine Batterie... Oder kann er an der Batterie ran? Äh... Da sind wir hergekommen, oder? Okay, wir kommen also erst hier raus, wenn wir die Batterie haben. Da ist eine Batterie. Okay... Ja. Das war so scheiße klar. Verlieren die nichts? Doch ein paar. Da hinten. Ja. Ja, ein Glück kommen wir da raus, du. So. Dann können wir jetzt die Kuppel freischalten. die Kuppel freischalten. Oh. 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 Alles klar, Bro. Ich kann sie nur leider nicht erreichen. Der Steg ist eingestürzt. So, erreiche die Technik-Luke. Wir haben ein Safe-Game, das ist gut. Denn ich mache jetzt wieder ein kleines Päuschen und ich hoffe, es dauert nicht wieder zwei Wochen, bis ich weiter aufnehmen kann. So, ihr glaubt es nicht, ich bin wieder da, aber es sind schon wieder ein paar Tage für mich vergangen. Und ich glaube, wir haben jetzt irgendwas freigeschaltet. Was war das hier? Den Zugang zur Bahn... zur Bahn... zur Bahnüberwachung. Mal gucken, der Roboter rennt da immer noch rum. Gut, der kommt nicht hier hoch. Was war das? Warte mal, hier ist wieder so ein... Das ist wieder so ein unsichtbarer. Ich will noch rein. Warum sieht der Roboter den denn nicht? Okay, wo muss ich überhaupt hin? Bahn rechts, links. Ich glaube, ich bin von rechts gekommen. Ja, ich renne einfach mal in die Richtung. Ab mit dir ins Gebüsch. Technikraum. Oh, hier sind ganz viele. Oh, oh, da kommt der Roboter. Da müssen wir bestimmt hin. Oh, scheiße, hier kleben diese... Ah, diese Eier kleben hier. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier einfach nicht weg. Hä? Ach, scheiße, da ist Ende. Das war's. Oh mein Gott. Boom, da ist der Kopf weg. Ach, ist das Kacke. Oh, das ist natürlich übel mit diesen Viechern. Ich weiß nicht, wie man die entdecken kann. Außer wenn die einen angreifen. Das ist natürlich... Das ist natürlich echt übel. Oh Gott, ey. Was habe ich mir mit diesem... Mit diesem Riesenprojekt hier nur angetan. Vielleicht muss ich aber auch rechts rum. Die sind hier überall am Grundsten. So, warte mal. Da kommt ja... Da kommt ja Roboter. Ich duck mich mal. Sieht ihr mich wohl, wenn ich hier kniehe? Ich habe keine Ahnung, auf welche Entfernung die einen so entdecken können. Aber ich glaube, safe. Das ist, glaube ich, scheißegal. Die sitzen, glaube ich, überall. So, wir müssen auf jeden Fall... Müssen wir hier lang. Hier geht richtig was ab, du. Wie soll man da denn vorbeikommen? Wenn jetzt diese Viecher da rumrein... Da kann man die irgendwie durch diese Eier ablenken oder so. Ich verstehe es gerade nicht. Vor allem, der Roboter entdeckt einen ja auch sofort. Zumindest ist da gerade einer runtergefallen. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt, wenn die da runterfallen. Oder ob die dann einfach wieder an den Bäumen hochklettern. Das ist auch so dumm, dass man die Roboter nicht abschießen kann. Warum kann man die nicht abschießen? Oder kann man die... Die kann man auch mit seinem Zauberarm kann man die nicht nehmen. Warum? Das ist halt eine Gefahr, wo du nichts machen kannst. Ach, warte mal. So, weg mit dir. Ah, die hängen schon in den Bäumen. Man muss gucken, wo sie sind. Da ist auch einer. Okay, okay. Okay. Ah, wir müssen die also erst... Wir müssen horchen, wo sie sind. Die sind so ein bisschen wie die Klicker. Nur, dass sie nicht blind sind. Ich denke aber schon, wir müssen in die Richtung. Und da ist... Ach, guck mal. Da ist auch so ein Explosiv. So ein... Das explodiert hier, dieses Rote. Wir müssen aber eben den Roboter abwarten. Aber ich glaube, diese Explosivteile, die können den auch nicht ausknocken. Geh mal besser ein Stück zurück, ey. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Es juckt ihn auch gar nicht, dass ich den mit meiner Taschenlampe anblende. Okay. Gehen wir mal langsam gucken. Da sitzt, glaube ich, auch noch einer. Ja, da sitzt einer, aber den kriege ich nicht. Okay, jetzt ist Ruhe hier. Oh! Okay, okay, okay. Was? Der Roboter! Das juckt den einfach nicht! Der... Der ist nur auf Menschen aus. Das juckt den einfach nicht! Das ist so dumm! Oh ja, das Viech juckt mich nicht. Aber wenn das Viech einen Menschen entdeckt, dann knall ich natürlich den Menschen ab. Was soll das denn? Okay, wo hängen die rum? In den Bäumen. Da ist einer. Was ist mit dir? Hier rechts auch irgendwo einer. Da. So, tschüss. Hä? Ja, alles klar, Bro. Alles klar! Das... Vor allem bist du insta-dead. Du bist einfach instant-dead, weil der dich entdeckt. Du hast gar keine Chance mehr wegzurennen. Weil der dich einfach sofort trifft. So, also. Okay, so weit, so gut. Technikraum. Ich will aber... Ich will zu dieser Bahn, oder muss ich in den Technikraum? Bringt es was, da drauf zu schießen? Na, ich muss ja erst warten, bis er das Pistöchen abgenommen hat. Und dann versuche ich gleich mal da drauf zu schießen. Und gucke mal, ob die Explosion ihn ausschaltet. Aber... I doubt it. Und... Feuer! Sofort zurück in die Zelle. Ich gehe ja zurück in meine Zelle. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn er direkt vor der Tür steht. Okay, also explosive Dinger machen dem überhaupt nichts aus. Okay, ich darf nicht gegen die kämpfen, weil sonst sieht der mich. Ich darf nicht gegen die kämpfen, weil dann checkt der... Okay, da kämpft einer. Knallen wir den mal ab. Oh Gott, ist das ätzend. So, also. Warum explodiert das denn nicht hier, dieses Scheiß-Teil? Fuck you, Alpha. Fuck you. Fuck you. und... Ich habe keine Ahnung, wie ich da wegkommen soll. Gibt es noch einen anderen Weg? Eine Alternative? Weil sobald ich diese Viecher entdecke, entdeckt sich der Roboter auch. So, da ist einer. Da links ist einer. Ich weiß aber nicht, wann der... Ne, jetzt kommt erst der Roboter. Wir warten mal. Da links muss noch einer im Baum sitzen. Okay. Was? Hier ist keiner. Keiner da. Alter! Alter! Kann er mich mal in Ruhe lassen? Hier kommt er bestimmt... Ich weine. Ist er jetzt weg? Ab in die Botanik, du. Oh, war da was? Da hat was geleuchtet. Ja. Der kommt nicht aus der Tür raus. Der kommt nicht aus der Tür raus. Vielleicht kann ich ihn hier einsperren. Ja, komm, mein guter. Das ist einfach so dumm. Oh, jetzt starte ich das Spiel und bin hier echt an der dümmsten Stelle. Das kann doch nicht sein. Ich habe so keinen Bock mehr jetzt gerade. Warte. Hat sie den erwischt? Okay. Okay, also die Roboter kommen nicht durch Türen rein. Das heißt, ich könnte den hier wirklich irgendwie einsperren. Kann ich hier drüber springen? Nee, kann ich natürlich nicht. Okay, er geht weiter. So, den holen wir weg. Ich muss hier... Hier muss irgendwo einer... Okay. Jetzt schnell zurück, bevor der Roboter kommt. Ich hoffe, die respawnen nicht. Wo muss ich überhaupt hin? In irgendeinem Bahnhof oder sowas. Ich würde aber rechts rum gehen, glaube ich. Das ist vielleicht... der bessere Weg. Vielleicht. Er geht auf jeden Fall im Kreis. Also irgendwie muss man drum rum kommen. Okay. Wie viele von den Dingern sind denn hier? Der ist auch so dumm. Der trifft dich einmal und kriegt direkt den Kopf weggeballert. Alter, 15 Minuten nehme ich hier jetzt schon auf. Ich muss es einfach hier versuchen. Lass mich doch mal vorbei, ey. Gut, du kannst gar nicht in den Deckung gehen, weil er sich direkt abballert. Das geht überhaupt nicht. Gut, du kannst gar nicht in den Deckung gehen. Warum le- warum befreit er sich denn hier? Okay, ich muss da hoch. Geht aber nicht. Ich komm da nicht hin. Wie komm ich denn da hin? Alter, ist das eine Scheiße. Ist das ein Dreck. So, jetzt renn. Renn verdammt nochmal. Mal. 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 Aus dem Nichts, du! Aus dem Nichts! Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, wie andere diese Stelle gelöst haben. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Gewinne eine Reise zur Europa-Station. Den habe ich. Da habe ich aktiviert, richtig? Bahnüberwachung. Zugriff gewährt. Muss ich jetzt noch irgendwas anderes machen? Vielleicht muss ich ja hier noch was machen. Oder muss hier lang oder so. Muss hier hinten nochmal hin. Sauerstoff, Sauerstoff. Ich gucke nochmal in die Richtung. Nicht, dass ich gar nicht da raus muss. Aber hier war doch nur dieser dunkle Scha... Nee. Also hier muss ich auf gar keinen Fall hin. Ich muss irgendwie wieder da raus. Aber keine Ahnung wie. Ich denke mal, ich muss da irgendwie über die Brücke. Aber wie? Jetzt leuchtet die Scheiße wieder. Ich weiß nicht, warum die sich manchmal befreien können. Ich checke es nicht. Vielleicht muss ich jetzt aber so scheiß Batterien kaufen und erste Dinger erledigen. Bis keiner mehr in den Bäumen setzt. Ich weiß, da links in den Baum sitzt einer und rechts wahrscheinlich auch. Jetzt hat er sich wieder befreit hier. Ich weiß, da links in den Baum ist. Begler ist tot. Technikraum. Jo. Da oben leuchtet es, aber wie komme ich da hin? Ich verstehe es nicht. Weg mit dir. Das Ding explodiert auch einfach nicht. Bin ich aber nicht nah genug dran. Keiner da. Alles gut, Bro. Ey, das ist doch dumm. Wie dumm ist denn dieses Spiel? Bitte schön. Okay, die hängen immer noch irgendwo. Oh, da können die einen einwittern. Wenn man schleicht. Ich bin geschlechen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin zu dumm für das Spiel. Weg mit dir. Ich bin zu dumm für das Spiel. So wird er mich hier sehen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich bin zu dumm für das Spiel. Der lebt immer noch. Mein Gott, ey. Häftling, bleiben Sie, wo Sie sind. Arschlecken. Ich stand hinter den Dingen. Niemals kannst du mich treffen. Das ist doch einfach nur... Da muss ich hoch, aber wie komme ich da hin? Das kann doch nicht so schwer sein. Ist es aber anscheinend. Anscheinend ist es hier so eine Stelle, so Fick den Player. Der kann sich hier eine Stunde dran aufhalten. So, also die Viecher springen auch an, wenn man schleicht, richtig? Ich will das mal testen. Nicht, dass es dir heißt, du musst doch nur schleichen. Ja, und ich springe dann auch an, wenn man schleicht. Ist der Scheiße da? So, und dann, sobald wir einen entdeckt haben, kommt er halt. Und dann hast du auch keine Chance mehr wegzurennen. Weil sobald er dich einmal trifft... Bumm. Also, du kannst dich an ihm vorbeischleichen. Du kannst dich aber auch nicht töten, weil er dich entdeckt. Du kannst ihn nicht wegschießen, weil dein scheiß Handschuh eh nur Energie für drei Viecher hat. Oder die einfach random loslässt. Ja? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wechseln wir mal die Waffe. Und der Penner da hinten. Wo ist er? Da. Fick mit dir. So, jetzt muss ich mal gucken, wie... Ah, da kommt man durch. Mein Gott, ich will da rein. Meine Fresse, ey. Okay. Einfach durchlaufen. Was ist das jetzt schon wieder? Boah, ich hab keinen Bock mehr, ey. Kann man hier die Schränke aufmachen oder so? Hier können wir durch. Da gibt's nichts. Da ist eine Luke. Okay. Flur. Hier sieht's schon wieder ganz anders aus. So. Ich glaube, das ist... Ja, nicht ein Bonusbereich, aber einer, wo wir auf jeden Fall... ...es bisschen umgucken können. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Können sie mich einfach mal am Arsch lecken hier jetzt alle Ein Audio-Log Officer Carl Senna Gucken wir mal Der da Wow Super Funktioniert einfach nicht Gutes Spiel Gar richtig, richtig nice Spiel, du Richtig nice Mit jedem Update besser Richtig cool Richtig cool gemacht, du Dafür habe ich jetzt hier meine ganze Munition verballert Für dieses Audio-Log Was ich mir nicht anhören kann Weil das Spiel einfach fucked ist Okay Dann geht's wohl hier lang Die Luke runter Wie viel Schuss habe ich denn jetzt noch? Vier Und wie viel habe ich hier noch? Ich habe noch eine Batterie So ein Ding Zwölf Acht Okay Vier plus acht Keine Ahnung Komm runter da Kein Bock mehr Bin bestimmt besser Wieder eine Leiche Wieder eine Leiche Und so eine Eingesponnene So Jetzt im unteren Bereich Gibt's ja auch noch so Viecher Suche nach dem Gefallenen Brückenübergang Alter, was laberst du? Was meinst du mit Gefallener Brückenübergang? Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ist hier so Spikes? Da ist auf jeden Fall Mächtig Party Aber ich sehe nichts Wegen dem Nebel Ah, okay Alles klar Guck mal hier Alles klar Alles klar Ey Können wir den eigentlich messern hier? Können wir nicht Was war das jetzt? Das Spiel man dann wieder lädt Ey, diese Ladezeiten Hallo Danke Okay Müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Oh Das hat ja eine ganz schöne Kraft, dieses Ding Wo kriege ich eigentlich meine Kalisto-Credits? Der Kopf unten lassen Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss Hier sieht es gut aus Warum nicht? Wo drüben? Hier drin Im Nebel Wo muss ich jetzt lang? Hier oder was? Ich bin hier drüben Komm schon Ja So, nochmal versuchen, ob das hier jetzt geht Du musst los Sie evakuieren alle Zivilisten auf der Kuppel Ausgehende Bahn zum Hangar Ich weiß aber gar nicht, ob der das überhaupt war Hör zu Ich nehme dir nichts an Ich bin direkt hinter dir Muss nur noch Wo war es der hier? Der Strom fällt aus und die Tür öffnet sie nicht Ne Stimmt das noch was anderes Ich hoffe, das war es jetzt So, sind wir jetzt hier richtig Ach, da oben Komm rauf Ist nicht so übel Da soll ich hochklettern? Tja Willst du von diesem Felsen runter? Ja, gutes Argument Kinderspiel Schau nur nicht runter Der soll sich runter schauen, du Vollidiot Vollidiot Ganz ehrlich Du siehst scheiße aus Ich seh scheiße aus Ich riech auch so Hat jemand nicht erwähnt, dass ich denn baden muss Ich hab gesagt, dass es nicht leicht wird Aber du hast es ja geschafft Naja, wir beide Noch nicht Aber es wird Der wird jetzt eh gleich zerfetzt Komm Reich mir die Hand Uh Schneller Ich wollte gerade was trinken Scheiße, Mann Die Biester verändern sich Mutieren Ja, ich denke, wir sollten von hier verschwinden Hey, warum der Anzug? Die Stationen haben bei der Räumung Schaden Wir müssen raus, um zur Bahn zu kommen Da Zieh den Anzug an Der Sturm kommt immer näher Wenn du so weit bist Starte ich die Schleuse Ich hab dich nie gefragt Wofür sitzt du? Was? Hast du Angst, einem Mörder zur Flucht zu verhelfen? Hm, ja, schon Nun, das tust du Und jetzt? Pass auf Es ist lange her, okay War Selbstverteidigung Falscher Ort, falsche Zeit Ich hab damals viele Fehler gemacht Ja, ich denke, du hattest wohl einfach Pech Nein Nein, nein Ich hab anderen die Schuld genieben Bis ich merkte, dass sie bei mir nack Keiner kommt seiner Schuld Was? 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 Ich hab kein Wort verstanden Verloren Das bin ich schon die ganze Zeit hier in dem Spiel Verloren Ja often ... 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 Anzug schlug, aktiviert. Okay, wir sind also jetzt draußen, hier auf dem Kalisto-Mond. Der ist weg. Oh! Die Frage ist, gibt es hier draußen auch Monster? Können sie in dieser feindlichen Umgebung überleben? Hier ist ein Benschen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt hergekommen? Das wird nie erklärt. Aber jetzt sind wir irgendwo rausgeflogen. Vielleicht ist er auch ein Monster. Anzug online, Gesundheit und Inventar verbessert. Jetzt sag nicht, wir haben ein größeres Inventar. Oh mein Gott. Ich glaube, Elias ist gone. Wir müssen es jetzt alleine durchschlagen. Hm. Gemütlicher Schneesturm hier. Dieser Scheiß-Sturm. Was ist ich in die Richtung? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich kann nur in eine Richtung. Oh, da ist ein... Oh, oh. Da war was. Da war was im Nebel. Okay. Boah, ist ja cool. Also das mit dem Schnee ist richtig cool. Wie sogar das Blut hier in dem Schnee ist. Boah, das haben sie richtig cool gemacht. Das ist richtig beeindruckend. Okay, kommen wir da irgendwie hin? Da hinten liegt irgendwas. Ich will mal in die Richtung. Nee, es ist nichts. Es ist nichts. Es ist... Okay. Es ist nichts. Brennen ist auch gerade nicht... ... Elias! Wenn du mich hören kannst, aktiviere dein Lohnsignal! Ich dachte, da gibt es noch was. Halt durch, mein Freund. Ich komme. Ah, da unten. Alles klar. Alles klar. Elias! Hallo? Äh, musst du ja drüber springen, oder was? Hä? Ach doch, jetzt. Ja, okay. Perfectly balanced. Hier, das Spiel. Okay, kommen wir da runter? Ja, wir kommen. Elias! Elias! Hey, hey, wir müssen weg hier. Wir müssen weiter. Komm schon! Wir brauchen Deckung. Nein, Mann. Los. Ja, schaffst du. Es ist nicht voll. Gar nicht voll. Komm! Nein, nein! Wir müssen hier weg. Wir müssen weiter. Komm schon! Nein, Mann. Ich bin erledigt. Danke. Und dir... ...kont ich fliehen. Nein. 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 Ich fühle nichts. Ich konnte keine Verbindung zu Elias aufbauen. Oh! Der Polarexpress. Ich habe ihn vor dir gewarnt. Hier hast du uns gefunden. Das Notsignal. Du hast Glück, dass nur ich es bemerkt habe. Du bist zu spät. Früh genug für mich. Er kannte Back-I am wie kein anderer. Eli, was tust du da? Hey! Und ich jetzt auch. Ich bin jetzt auch. Hey, warte! Warte! Und wo willst du überhaupt hin? Ich bin Pilot. Du brauchst mich! Der Hangar ist dort. Du gehst besser los. Oh, ich kann schon! Für auch so eine Waffe. Es tut mir so leid, Elias. Suche im Ausbost nach Uttarschlupf. Ich muss zum Hangar. Was flackert da? Darauf zu flackern. Okay. Ähm. Wie schlimm kann das hier schon sein? Besser schnell aus aus diesem Sturm. Keine Ahnung. Links, rechts, egal. Huch. Dude. Mach nicht diese. Huch. Mal sehen. GJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. So, was können wir verkaufen? Wir haben sehr viele von dieser Munition. Die haben wir acht, haben wir sechs, haben wir zwei. Okay, und dann gucken wir mal, was wir hier bei unserer, unserem Handschuh noch verbessern können. Energie-Upgrade-Medium. Ach, scheiße, da brauchen wir ein bisschen mehr für. Wieder Auflade. Tempo klein. Oder nehmen wir, nehmen wir die Waffe. Oder verbessern wir den Schocker. Skunker-Flinte. 1200. Reicht alles nicht. Spare ich mir dann die Mühe? Ich spare es mir erstmal. Alter, wie die hier überall. Ich wurde aber ein bisschen überrascht von der Kälte, wa? Warte mal. Da geht es runter. Okay, vielleicht hätten wir da hinten doch noch geradeaus rein. gekonnt. Ich weiß mal, was wird da? Ach, guck mal hier. Wobei war Munition. Ja, die könnten wir jetzt noch verkaufen. Und dann sind wir sonst noch was Schönes hier. Können wir denn eigentlich immer die... Oh, können wir. Wow. Aber da kriegt man auch nix von, ne? Kriegt man nix von. Man glotzt nämlich wenigstens nicht so an. Warte mal, man konnte da hinten noch geradeaus gehen. Da rein. Und ansonsten... Gibt es hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Kann man auch noch rein. Ah ja. Das können wir noch verkaufen. Okay. Da sollten wir uns vielleicht ein bisschen... ... oben sehen. Dann können wir nämlich doch noch was verkaufen. Und kriegen vielleicht doch noch unsere Credits zusammen. Ach, guck mal. Noch ein Audio-Log. Dr. Katharina Mahler. War das die? Sichereren Ort gehen. Aha. Sie steckt also mit drin. Wer hätte das ahnen können? Dass die diese scheiß Experimente hier mit Absicht machen. So, ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Dann können wir dieses Teil noch verkaufen. Und kriegen dann vielleicht unser Upgrade. Freie Auswahl. Gibt es eine 100 für... 924. Ja gut, ich kann dann noch Munition verkaufen. Fünf. Die sollte ich besser behalten. Magnum Patronen Schadensabgabe. Great. Ach, warum nicht? Ach, scheiße. Das war der Revolver. Nicht die... Ach, ich wollte... Ach. Ich wollte den doch upgraden. Aha. Okay. Können wir den noch für 300. Der lädt er sich schneller auf oder irgendwie sowas? Gut. Gut, reicht erst mal. So. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. So, wir jetzt wieder ein bisschen auffassen. Nicht, dass die auftauen und dann noch... Das sind anscheinend so Viecher, ne? Nicht, dass die auftauen und dann anscheinend doch noch böse sind. Gehen wir mal ein... Gehen wir mal ein... Gesundheitsteil? Wer füllt hier eigentlich immer wieder auf, diese Kästen? Ich, ihr arme Sau. Ihr verliert aber auch keine Goodies, ne? Ist ja blöd. Ach, da. Da, mir Kredits. Ja. Wooh. Komm. Ah. Gefährlich, gefährlich. Okay. Okay. Alles gut. Ach, guck mal, wir hätten sie auch wieder aufspießen können hier. Hier sind wieder so Spieße. Einfach random. Na gut. Und wieder draußen. Ich weiß gar nicht, ob ich dahin muss oder wohin. Dass die random auftauen, ey. Das ist auch wieder so dumm. Fuck you. Ja, komm her. Okay, sie sind irgendwo im Schnee. Wo muss ich denn überhaupt hin? Nie los. Ja. Hier. Das ist eine Brücke hier. Geht er nicht hoch? Ach doch. Durch. Okay. Ja, das könnte... ...schwierig werden, ne? Erstmal gucken. Okay, ganz vorsichtig. Scheiße! Und weiter geht's. Über die lustige Brücke. Ja, endlich. Ja, da riefst du da einer. 22. 20. Stuntflinten-Munition. Mehr krieg ich hier nicht, du. Drei Stück. Okay. Ah ja. Also die Viecher sind auch noch... ...äh, nachts. Die sind, äh... ...auch bei Schnee noch sehr aktiv. So, okay. Guck mal, da ist ein... ...und da ist ein... Oh, hier sind ja einige, du. Vielleicht... ...nehmen wir diese hier erstmal. Hier liegen ja einige von diesen Dingern rum. Gucken wir irgendwie hoch. ... ... ... ... Ich hoffe, das war's. Also hier liegen so viele von diesen Dingern. Was? Ich soll die Tür aufstellen? Versuche, dem gefangenen Arbeiter zu helfen. Alter! Ich soll die Tür aufstellen. Wo sind die diese? Verdammt! Was soll ihr das? Welche Scheiß-Tür soll ich aufstemmen? Was soll ich hier? Oh Gott! Das hört sich ja nicht so gut an. Das hört sich ja nicht so gut an. Das hört sich ja nicht so gut an. Ich glaube, ich muss mal eben, bevor es vorbei ist. Das hört sich ja nicht so gut an. 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 Tunnel 5. Tunnel 5. Tunnel 5. Muss ich nochmal gucken. So, wir haben unseren Gesundheitsbooster. Und GRP-Akkusatz. Okay, ich denke, da müssen wir mal reinstecken. Wahrscheinlich in diesem Tor oder so. Müssen wir das Tor finden. Wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Da macht es ja doch noch ganz gut hier die Pistole. So. Ah, vielleicht können wir... Ah. Tunnel. Alles klar. Da kommen wir jetzt rein. Wenn wir jetzt den Zugang haben. Ah, wir haben auch so eine... Okay, finden wir den Weg durch den Tunnel. Super! Tunnel! Hey! Oha, Sporen. Na, das sieht ja nicht so gut aus, was hier so lagert. Teilweise schon offen, aber wir haben ja einen Schutzanzug. Wie schlimm kann das schon sein? Hey, das rote Rohr. Okay, hier liegt noch was. Okay, ich dachte wir könnten da... Na gut, doch nicht. Wie er einfach random immer an den Ecken hängen bleibt und so. War da nicht was? Ja, alles klar, wir gehen durch. Keine Schächte mehr dafür so eingestützt irgendwas. Das ist eine Cola-Dose. This way. Alles klar. Aber hier geht's auch runter. Okay, verstehe. This way. Oh. Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Das sind wieder diese komischen Eier. Können wir da rein? Ne, können wir nicht. wirklich? Was ist die Hölle, das ist das? Das kriecht Das kriecht durch die Schächte Okay, links, rechts, geradeaus Mal sehen wir, wo wir dem neuen Viech das Vergnügen haben Was? Och, wie süß Okay Okay Aber gefährlich Wenn sie einem zu nahe kommen Es ist so dunkel hier Okay, hier weiter, da runter Ich weiß es nicht Ich würde sagen, das ist der Hauptweg Oder? Ja, hier sieht es nicht so wirklich aus So, ob es da weitergeht Ja Ja, kriege ich jetzt was? Wo ist meine Belohnung? Wir hätten hier Ob wir dagegen schleudern können, ne? Sehe ich jetzt erst wieder Immer wenn es schon zu spät ist Warte mal, da müssen wir Das Kabel nervt wieder Hier Rechts oder links? Links ist dieses Hammer-Symbol Also denke ich mal eher links Rechts, keine Ahnung Was ist das für ein Geräusch? Käfige? Käfige für was? Caution Stairs Achso, Vorsicht Danke Man weiß ja nie, was hier so passiert, ne? Oh Wo ist es? Warte mal, den anderen Weg Will ich auch nochmal gucken Macht das einen Unterschied? Ähm Geht doch den da hinten Da leuchtet zumindest was Ah ja Nun Health Pack Gesundheit Haben wir aber leider genug Nicht mehr so viel Revolver-Munition Dafür dieses Skunk-Amo Do not touch This way Okay, links Hätte ja sein können, ne? Oh, ihr tropft's überall runter, ey Okay Okay Okay, irgendwas in der Ecke Was nützliches? Nein, auch nicht Carry lights Äh, Licht mitnehmen Oh, oh Gucken, ob er den messern kann Ansonsten geht's auch so This way Okay Okay Ah, bisschen Revolver-Munition Tja Vorher mutiert hab ich gedacht Schieß ihn lieber in die Zertake Oh Okay Nehmen wir mal mit Zur Not können wir den auch verkaufen Falls ich den nicht benutze Oh, hier geht's hoch Okay Hier leuchtet noch was Mehr gibt's hier nicht, oder? Nö Dann haben wir hier rechts noch einen Weg Aha, okay Mehr? Komm, irgendwas muss es hier doch geben, oder? Bin jetzt wirklich umsonst hierhin gelatscht Wie krieg ich jetzt eigentlich meine Belohnung Wenn ich euch hier gematscht habe Hä? Gar nicht, oder was? Ist aber unfair Hier gibt's nicht mehr Wo müssen die Das ist zwar eine Falle Damit wir die Leiter entdecken Oder können wir hier hochklettern? Können wir auch nicht Erstmal raus hier Warum Kann der manchmal nicht mehr rennen? Haben wir irgendwie Stamina oder so? So This way Oh Gott Ah, da geht's wieder raus Okay Jetzt wechseln wir mal wieder auf die Skunk Dann Ah ja Ah Oh yeah Hallöchen! Oh! Hey! Ich hab dir Hilfe gebraucht! Töte die Biese! Hab meine eigenen Probleme! Oh Wo ist der Rest? Oh Jetzt kommt er nicht zu weg Willst du da hoch? Was? Ich kann das nicht aufmachen Wow Komm her mein Freund Was das? Komm rauf Die Tür klemmt Fuck you einfach Ey was denn War ja schon dabei ey Ich lasse dich wiedersehen Na ja, warum? Weil du mich sterben lassen wolltest? Du wolltest mich auf deinem Schiff töten Keine Ahnung ob du es gemerkt hast aber wir sitzen hier tief in der Scheiße Hey du musst mich nicht mögen und ich dich auch nicht aber Elias hatte Recht Alleine haben wir keine Chance aber zusammen kommen wir hier vielleicht lebend raus Na gut Na gut Wenn ich die Raupe in Gang kriege kommen wir zum Hangar Du musst das Haupttor öffnen Warum sollte ich dir vertrauen? Hier Nimm die Wirst du brauchen Die Biester sind überall Yay Ich weiß wer du bist Ich weiß wer du bist Ja Schneller Waffenwechsel Drücke 1 um schnell zwischen ausgerüsteten Waffen zu wechseln Waffen können auch im Inventar ausgewählt und ausgerüstet werden Okay Also 1 Okay Schön Da rüstest du dir die Waffen auf und kriegst dann irgendwann noch mehr Da mal sehen Probieren wir sie mal aus Sicherlich Revolver Munition Was für eine Munition nimmt die denn überhaupt? Kriegen wir auf jeden Fall Zugriff? Lieutenant Devin Wayne Okay Mal gucken Okay Officer Wayne ist von seiner Beurlaubung zurückgekehrt Auf Währungsdienst dem Torhaus zugesteilt Wayne wurde nach einer Auseinandersetzung Mit Häftlingen Was? Todesheftling endet Das ist für die Ziele in einer vollständigen Untersuchung läuft Der Torhauskomplex wurde gebaut Um Häftlings-Transferfahrzeugen Sogenannten Pistenraupen Die Ankunft vom Hangar zu ermöglichen Dies wurde später überflüssig Als das Bahnsystem fertiggestellt wurde Eine zweifach authentifizierte Zugangskontrolleinheit wurde vor kurzem installiert Um unautorisierten Torzugang zu verhindern Hey, ich habe versucht Ferris zu erreichen Aber wird vermisst Musste reagieren Habe das Tor verschlossen Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen Kommunikation geht wieder Aber Black Iron antwortet nicht Okay Ich steh mal wieder auf Gibt's noch mehr? Ich glaub nicht Wow Was? Verdammt Ich geh rüber in den anderen Raum Ich sag Bescheid, wenn ich bereit bin Sicherheitsmaßnahme Mach Sinn Okay, geh rüber Ich kümmer mich um den ersten Falter Versuch nur, dich nicht bitten zu lassen Bitte treffen Sie eine Auswahl Okay, wir haben jetzt neu Skunkflinte Revolver Gravityprojektor Skunkflinte Und Die TK4 Aufstands Aufstands Schrotflinte Aufstandsflinte Okay Die unsachgemäße Nutzung dieser Maschine Okay, 300 Stabilitäts Upgrade Oder Schaden Die können wir aber nicht Wir müssen erst Stabilitäts Machen wir das erstmal Aktivieren Aktivieren Der Druckfertigung Ablösen Sehr schön Wir können mal ein bisschen was verkaufen Warte mal Äh, wir verkaufen Wir haben vier Stück davon Können wir zwei auf jeden Fall Wir haben fünf Stück davon Können wir drei auf jeden Fall verkaufen Und Ich glaube Skunkflinten Skunkflinten Revolver Jetzt sagt nicht Wir brauchen für die auch noch eine Eigene Munition Revolver Skunkflinten Aufstandsflinten Munition Ach Gott Da kotzte doch Dass das nicht die selbe Munition ist Aber wir können das Schadens Upgrade noch nehmen Test Okay Reicht erstmal Oh ja Hier haben wir noch Auch noch was Mehr Credits 19 Ja gut 19 ist besser als gar nichts Ich wette wir dürfen sie auch gleich ausprobieren Nach diesem Tor Ah Da ist das Ficht was wir brauchen Das ist komplett raus hier Okay, dann schauen wir mal Okay What could probably go wrong Da müssen wir hoch Okay, okay Okay Dieses Airlock finde ich irgendwie sehr Okay Hallöchen Ich bin der neue Mitarbeiter Mann, es hört einfach nicht auf Ach, das ist ein scheiß Aufzug Steht ja auch da Lift Ja Hehehehehe Ein Schuss nur noch. Wechsel mal wieder auf die Skunkflinte. Äh, wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn hier rein? Da hinten rannt sich schon einer rum irgendwo. Sicherung erforderlich, alles klar. Ach ne. Nee. Willst du mir echt sagen, dass wir dich da nicht abmalen können? Und da können wir auch nicht raus. Äh, okay, ich brauche eine Sicherung. Ich brauche Sicherung. Eine schöne, schöne Sicherung. Da liegt die. Aber wie komme ich da hin? Ach so. So wahrscheinlich, ne? Ah ja. Torsicherung. Durch komme ich nicht. Alles klar. Was schönes. Bisschen Lebensenergie. Revolver-Munition. Okay. Revolver-Munition. Ach so. So. Wir können wechseln, aber müssen... Das... Ah, okay. Okay. Wir haben eine Waffe, wo wir zwei Aufsätze haben und die andere ist die Flinten. Eine andere Waffe quasi. Okay. Gut. Dann gucken wir mal. Was ist das? War es das? Kommen wir jetzt da durch? Ah ja. Das hat ja so weit ganz ok funktioniert. Sieh mal einer an, der sich hier verbirgt. Was haben wir gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Credits? Ne, die liegen da noch. Skunkflik-Munition. Okay. Erkunde den Stromreaktor. Ich seh, da hinten ist schon wieder Explosion. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich wieder irgendwas auf uns zu. Oh, Dude. Wie sind die da reingekommen? Oh! Officer Aaron Taichung. Okay. Der Beste, mein Schatz. Der Beste, mein Schatz. Kommt mal eins durch. Oh, fuck it. Kann ich nicht schweigen. Mann, 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 Mann. Dringe in den Stromkontrollraum ein. Ich dringe ein. Das kann ich gut. Ah, endlich. Ich habe in den zweiten Kontrollraum geschafft. Wurde langsam Zeit. Ich bin bereit mit dem Schatz. Man kann ihnen einfach nichts recht machen. So, komm. Ah ja, okay. Da müssen wir drücken. Ah, da können wir noch ein bisschen. Verkaufen. So, wir haben immer noch zwei von diesen Dingern. Skunk-Flinten-Munition. Ah, okay. 400. Energie-Upgrade. Das wollte ich ja mal eigentlich haben. Kapazität. Okay, wir sparen uns das erstmal. Er macht es nicht so spannend, ey. Nichts passiert. Okay, ich binde die Raupe. Wir treffen uns drauf. Ich will's hoffen. Flucht aus diesem Gefängnis. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, eine Kiste. Oh, eine Kiste. Ja, schon länger nicht mehr gehabt, ne? Entschlüsseler. Schlüsseler. Da geht's raus. Sondern auch nicht. Oh, das ist er. Oh, das ist dann. Oh. 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 Ok Der ist nicht gerade weggebeamt? Das ist ziemlich cool gemacht hier Es hört nicht auf Ok Oh ja Oh ja Ich gehe auf Nummer sicher Oh ja Oh ja Sehr schön Hier lag auch noch irgendwo einer rum Da Und hier Ich muss noch meine Credits einsammeln Puh Puh Los, gib Gas Ich fahr sie alle mal einen Haufen Ich erkenne nichts da draußen Also Verdammt, halt die Klappe Was ist dein Problem? Ich bin nicht still Ich bin nicht still Wir sind leichter Zum Hangar geht's dort an Ich weiß Ich bin gleich wieder da Ich fahr doch einfach weiter Fahr doch einfach weiter Oh mein Gott Das ist mein Schiff Hey Danny, was machen wir hier? Ich muss aus meinen eigenen Augen sehen Folge Danny Folge Danny Danny Okay Ich hab grad gesehen, wir haben Safe Point Das heißt, ich mach hier einen Break Und wir Sehen uns jetzt gleich hier wieder Bis dann Ciao So, auf geht's Ins alte Raumschiff Mal sehen, was wir da so finden Er ist weg Wo ist mein Kamer Mein Kumpel Mein Co-Pilot Absturzstelle Ah nice Vielleicht Findet Danny Ah, guck mal, hier liegt jetzt was Skunk Flinten Ammo Energieumwandler Ja, wir sollten hier noch uns nochmal gut umgucken Wer weiß, was wir hier so finden Denn Aha Max Barrow Keine Ahnung, wie die jetzt da hingekommen ist Jetzt muss ich den wieder finden hier Ich werde herausfinden, was hier wirklich wo sich geht Ich, ich melde mich Das war unser Co-Pilot Hm Vielleicht sind wir ja doch der Böse Er hat von Kind geredet Und hier sind Kinderzeichnungen Vielleicht ein Kind mit besonderen Fähigkeiten Ein Kind, was diese Monster irgendwie erschaffen hat Hm Okay Ah, der Frachtraum Ohlalala Okay, müssen wir lang Direkt runter Oder können wir hier eine Treppe nehmen Ah Soll ich dir helfen? Hey Was tust du da? Was ist da drin? Ähm, Medizinkram Bullshit Mach's auf Warum? Weil ich es sage Und weil wir vorher nicht wohin gehen Okay, kurz Was? Ja, hab's dir das gesagt Aber, glaub, Akten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall Ja, ich und viele andere Frachter Versuch nicht dich rauszureden, du steckst da mit drin Ich hatte nichts mit der Sache auf Yoruba Meine Ohlalala When Ohlalala Ohlalala Hmm. Hier langs. Folge Danny. Ich dachte, du würdest du finden. JC Bio-Kampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Guck gerade, ob da noch irgendwas liegt oder leuchtet, was wir so gebrauchen können. Aber so spontan sehe ich jetzt nichts. Okay. Folgen wir dir. Besser Kreuz und Kleinhaar. Na also. Okay. Guck mal, was hier so rumliegt. Ah ja. Da nicht noch was? Wo willst du hin? Ach, guck mal hier. Sgt Scott D'Whitney. Okay, mal gucken, wo wir den finden. Sgt Scott D'Whitney. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Zugriff, aber ich komme nicht ins System. So gut. Taktische Einheit. Ich bin der Schichtleiter. Tötungserlaubnis wurde erteilt. Befehle aufheben. Wir sind Wachen. Befehle aufheben. Hm. Die Roboter haben also sich den Befehlen widersetzt. Das kann ich nicht, aber das kann ich zertreten. Äh. Eigentlich. Hä? Es ist rausgeflogen. Hm. Keine Ahnung. Bist du denn doof? Normalerweise gibt es doch immer in diesen blauen Dingern los. Ich verstehe es nicht, du. Vielleicht ist es hier irgendwo rausgeflogen. Okay. Wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Hier hoch. Oh. Wie soll ich es sein? Ich will Sie auf Kalisto willkommen heißen. Sie kommen zu einem guten Zeitpunkt. Mit dem Beginn einer neuen, strahlenden Zukunft. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach ausgerissen? Als hättest du mich schon dasselbe getan. Bei jemandem, den ich kenne. Kanntest du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Tja. Sieht ja überall aus, ja. Ich geh mal sehr vorsichtig mit den Leichen um. Komm, mach uff! Ah, hieß da was. Mach uff! Komm, mach uff! Aber so langsam ist unser Inventar wahrscheinlich schon wieder voll, wenn ich hier mal gucke. Ja, es ist alles voll. Also wir bräuchten mal so eine Aufrüsteinheit. Da steht wieder einer. Irgendwann können wir die bestimmt auch kennen. Eck, schau mir rum. Da hoch kann man auf jeden Fall. Theoretisch. Praktisch lässt er mich wieder nicht. Da liegt auf jeden Fall was. Aufnahme. Dr. Kathleen Mahler. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was wir, was wir schon hatten. Verschiffung. Was zur Hölle hat Kau vor? Oh Gott. Proben, die in modifizierte Gamma 2 Frachtcontainer verladen wurden? Dachte er, der Einsatz von zivilen Auftragnehmern würde irgendwie verhindern, dass ich es herausfinde? Das ist keine Wissenschaft. Das ist reiner Wahnsinn. Kann mir jetzt nicht bekannt vor. Okay, was gibt es hier noch? Da oben liegen auch noch welche rum. Ich hätte gerne so ein Verkauf-Ding. Verkauf-Ding, weißt du? Da liegt doch was. Inventar voll, gut. Und, ähm, dann nehmen wir hier so ein... Und zack, haben wir einen frei. Okay, let's go. Ich bin gleich da. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe. Hätte ich's nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. So was hab ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. EJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würd's gern glauben. Wow. Einfach so krass. Da ist es. Das passt genau. Das ist viel größer als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ich kann alles fliegen, wenn es uns hier wegbringt. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem. Sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Mr. Nakamura. Ihre Reise war besonders wild. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Schiff. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist. Sie schießen das Raumschiff ab. Nein, du hast es im Tekt. Alter. Nein, nicht. Lauf! Lauf, lauf! Jacob! Nimm meine Hand! Jacob! Hätte ich da eh drücken müssen. Ja, das ist ja... Hat zu stark geruckelt. Ah, vielleicht hätte ich... Ich muss steuern hier. Ich muss meinen Fall steuern. Das ist gar nicht so einfach, wenn man eine 5 FPS hat. Alter Schwede. Zieht das Spiel. Ist doch nicht wahr, sowas. Wie ich diese... Wie ich diese Mini-Spielchen hasse, ey. Okay. Da komm ich nie... Komm ich nie klar. Okay. Okay. Ganz rechts. Dann wieder ganz links. Oh, shit, shit. Ja, alles gut! Was soll denn die Scheiße? Ey, Alter! Tja! Muss ich jetzt die Auflösung unterstellen, oder was? Ganz rechts. Und dann wieder ganz links, glaube ich. Ja, wieder ganz rechts. Ach, da kann ich mich... Ah, okay. Ah, ja. Ich hätte eh drücken können. Dann hätte ich vielleicht diesen Fall nicht machen können. Alter, ist das übel, ey. Was ist denn mein Hemm jetzt hin? Das ist aus diesem Intro-Video, wo sie auf Europa war, oder? Mit diesen Würfeln. Bestimmt nur ein Traum. Immer wieder sein Kollege, ey. Unten. Was zur Hölle sind wir? Unten. Arcas. Die ursprüngliche Kolonie, auf der das Gefängnis gebaut wurde. Das ist ein Aufzug in der Nähe. Der bringt uns zum Transportzentrum. Von dort zur Kolonie und dann zurück nach Black-Ian. Zurück nach Black-Ian? Nein! Ich bin in Frage, wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es dann? Nicht mehr. Worum geht es? Um Antworten. Warum schießt der Warden eines deiner eigenen Schiffer ab? Schmeiß es. Was hat das mit Europa zu tun? Es darf nur ein weiterer Job sein. Das... Das ist... Verdammter Irrsinn! Ich weiß. Aber haben wir eine Wahl? Komm. Hier ist es nicht sicher. Folge, Danny. Okay. Das ist aus der ursprünglichen Kolonie geworden. Sie wurde verlassen. Wie der Rest von Kalisto. Bis sie hier ein Gefängnis gebaut haben. Hier, Jesse, muss ja irgendwie Geld verdienen, oder? Man hat nicht das nach Stromgast. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Oh, da will ich mal gucken geben. Was gibt's denn hier? Hier gibt's doch bestimmt was, oder? Die hätten das doch bestimmt nicht hierhin gebaut, wenn's hier nichts gibt. Okay, was können wir wegschmeißen? Okay. Bisschen Munde vielleicht. Eine von diesen Batterien. Wir haben schon viele von den Teilen. Was ist das für ein Ding? Ein Schlüsseler. So, jetzt würde ich aber auch hier so ein Ding mal finden. Dass wir die mal einlösen können. Sonst wird's langsam dumm. Wow, klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Auf jeden Fall Aufzug fahren. Komisch. Ich hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Tja, es muss noch einen anderen Weg dort runter geben. Bestimmt eine neue Monster-Gattung gleich. Pass auf! Pass auf! Wer hätte das gedacht? Sie werden getrennt. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Finde einen anderen Weg nach unten. Ja, direkt runter, oder? Das hier halt? Versuch einfach nicht mehr nachzudenken. Aufstandsflinten-Munition. Okay, wie komme ich jetzt hierher weg? Hä? Das war gar nicht der Weg, ich Idiot. Äh, doch, das... Moment, das. Muss ich hier irgendwie hoch? Ach, da vorne geht's weiter. Ah ja, hier wieder zwängen. Ich hab ne Leiter gefunden. Ich geh runter. Nochmal sehen. Ja, immer ruhig. Mit so jungen Pferden. Komm, es ist nicht weit. Geht's hier, irgendwas? Nee. Japp, japp, äh, ja Hier drüber oder hier außen Okay, da geht's nicht lang Das wird bestimmt gut gehen, wir werden nicht hier runterfallen Komm schon Jacob! Aaaaaah Uh oh. Schnell mal die Stahlseile durch. Schnell mal die Stahlseile durch. Schnell mal die Stahlseile durch. Ich hätte jetzt gern so einen Automaten. Müssen wir mal ein bisschen umgucken. Wer weiß, wie viele hier noch sind. Kann doch nicht erkennen, ob die hier in den... Ist auf jeden Fall richtig was los hier unten. So eine richtige Schnoller-Party. Okay, da müssen wir glaube ich hin. Kann man erkennen, wo diese Viecher... Don't make a sound. Blind. Okay, alles klar. Ich meine, die Viecher sind blind. Wenn wir Glück haben, kommen wir dran vorbei. Bewege dich leise. Dr. Sheldon, kommen wir da hoch? Was sieht so aus? Ziehen wir uns erstmal Dr. Sheldon rein. Dr. Sheldon Cooper. Ne, ne, stopp, warte mal. Scheldon. Dr. Sheldon. Dr. Sheldon. Dr. Sheldon. War das nicht, oder war das der? Hat einen Schlüssel. Ja, ist doch egal. Warte, machen wir den noch... Machen wir den noch mal. Das muss der gewesen sein. Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Okay. Alles unbekannt. Geheime Mission? Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Rechtsrum, linksrum. Wenn ich jetzt stampfe, hören die das? Ach, guck mal, da ist einer. Warte mal, kann ich die... Das würde mich jetzt mal interessieren. Das klappt soweit. Aber wo muss ich hin? Da können wir auf jeden Fall durch. Okay, dann will ich mir die andere Seite noch mal angucken. Da sind auf jeden Fall einige hier. Aber da hinten ist auch noch so ein Ding. Können wir hier eigentlich messern? Okay. Scheinbar wären nicht alle wach. Oh, hier ist aber... viel Platz. Noch mehr. Oh. Man, 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 man. Oh, Mann, Mann. Hier gab es noch Pistolenmunition irgendwo. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. So, jetzt die Frage, was war der richtige Weg? Dieser oder der andere? Hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. Oh. 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 Ich gehe mal kurz zurück Es gab auf jeden Fall noch einen Weg zurück Da hinten gab es ja auch noch einen Weg Die wachsen nach, glaube ich Ich bin mir nicht sicher, aber Ist auf jeden Fall übel So, dann kann man mich auch daus Huch Da ist ein Soldat Schade, ich dachte, er hätte eine Äh, eine Medaille, die wir ausnehmen könnten Oh Ja, sowas Was ist denn der richtige Weg, ey? Ich könnte noch nicht mehr messen können Oh Das war's. Was ist das für ein Symbol eigentlich? Kann man da was finden? Was ist das für ein Symbol? Ganz viele. Oh. Schön. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben eine Runde gedreht. Mal gucken, ob wir den messern können. Kann man nicht, dann lässt sich den in Frieden. Ist das da also der normale Weg? Und zwar rechts rum. Ah, hier ist noch so ein Explosive. Okay. So eine Kiste oder so. Da können wir auf jeden Fall rein. Da ist noch was. Inventar voll. Was können wir denn? Was können wir denn benutzen? Können wir noch irgendwas droppen? Aufstandsmunition. Können wir auch nicht mehr nehmen. Dabei ist die eigentlich wertvoll. Zumindest haben wir nicht so viel davon. Ah, da ist doch noch was, oder? Ach, die Munition. Tja, was, äh, wir haben noch so eine Batterie. Die gibt's eigentlich auch immer wieder, oder? Automatik-Pistolen-Bauplan. Ja, das ist natürlich der Bauplan. Den sollten wir auf jeden Fall behalten. Stürzen wir das mal. Nehmen dafür die Flint-Munition. Und vielleicht kommen wir ja gleich nochmal zurück. Vielleicht da hinten ja so ein Ding. Dann kommen wir einfach nochmal zurück und holen uns die Sachen. Aber ich befürchte, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Doch, da unten ist einer. Da müssen wir erst mal runter. Na, holen wir uns später. Wir versuchen erst mal zu verkaufen. Wie hat der das denn jetzt mitgebracht, ja? Oh, nee. Diese scheiß Viecher. Was hängen die auch noch hier rum? Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Automatik-Pistole. Wir verkaufen erst mal. Also, wir verkaufen... Wir verkaufen... Okay. Und jetzt... Revolver... Skunk-Flinte... Skunk-Flinte... Aufstand... Automatik-Pistole... Die UJC-Haftet nicht für eventuelle Defekte. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Okay. So. Ich bleib aber erst mal bei der Skunk-Flinte. Und dann sammeln wir jetzt wieder unsere Sachen ein hier. Und was hier sonst noch so rumliegt, wenn hier was rumliegt. Cool... Na komm her hoch. Dann bewegt sich einfach zu schön. Da müssen wir nochmal hin, hier. Und dann hier in der Ecke war das. Das nehmen wir wieder schön mit. So, ich glaube, das war's, ne? Da war noch was. Genau. Jetzt gucken wir mal, was wir dann so noch verkaufen können. Und dann rüsten wir auf! So, was verkaufen wir? Wir verkaufen den... Ach, das war alles nur Munition. Okay, Aufstandsflinte. Wo haben wir die denn? Die Kapazität erhöhen. Kapazität immer gut. Qualitätsprüfung bestätigt. Okay. Was haben wir noch? Explosiv-Upgrade. Oh, das ist teuer. Okay. Ähm. Schlagstock? Weiß ich nicht. So, hier wollten wir auf jeden Fall die Schwarmgeschosse. Okay. Magnum-Patronen-Schadens-Upgrade. Mehr Schaden. Bringt aber eigentlich nur ein bisschen was, ne? Vielleicht dann doch lieber hier die Maschinenpistole. Weil da wird es dann sicherlich jetzt auch mehr für geben. Für 300 können wir auf jeden Fall das Schadens-Upgrade nehmen. Und das Magazin-Upgrade. Jetzt guckt die Scheißen nicht immer so lange an. Magazin-Upgrade nehmen wir auch. Danke, Arbeiter. Arbeiter. Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Gut. Gut. Was haben wir hier noch Schönes? Stabilitäts-Upgrade. Passt leider nicht mehr. Okay. Sollte erst mal reichen. Oh, oder warte mal. Kriegt sie dieselbe Munition? Könnte das sein? Das ist die Skunk-Flinte, ne? Schade, dass das hier nicht angezeigt wird. Revolver. Automatik. Und auf eins haben wir dann diese hier. Die wir jetzt noch voll machen können. Auf acht. Okay. Gut. Weiter geht die Reise. Sie rufen schon nach mir. Ach, da geht's nur runter. Können wir den nicht... Warum können wir den denn jetzt nicht messern hier? Fuck you einfach. Aufstands-Flinten-Munition. Kriegen wir jetzt einiges von, ne? Ah ja, der Nachlade-Turm. Blum! Geht's aber schnell weiter, mein Freund. Das war knapp. Äh. Caution. Okay. Tunnel 3A. Wartungsschacht 3A. Da hinten liegt Stuff. Da hinten liegt Stuff. Das ist ja eine Kiste. Das ist auf jeden Fall... Explosierendes. Oh, diese Dinger. Hasse. Oh, shit. Okay, 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 okay. Ich hoffe, wir haben einen Safeboil. Dann können wir nämlich dieses Schlangenviech erst erledigen. Sieht gut aus. So, woran erkennt man diese Viecher denn jetzt? Boah. Okay. Nicht so gut für meine Gesundheit, aber auch nicht für die anderen. . Okay. So. 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 Okay. Geh ich wieder aufs Gangflinte. Da ist die Munde, glaube ich, noch ein bisschen entspannter gerade. Da müssen wir rein. Ich weiß nicht, ich würde mich jetzt mal interessieren, ob das hier die Revolver-Munition nimmt. Schär mal schon, ne? Oder ist das der Revolver? Hm, das ist auf jeden Fall die neue. Hm. Ein Audiolog. Dr. Sheeran June. Das ist der, den ich, glaube ich, hier, dieser hier. Der hier. Also kam sie von hier unten, die Monster. Hab ich das so richtig verstanden? Wo müssen wir jetzt hoch? Oh boy. Okay. Okay. Was liegt da denn schönes? Boah. Die sind so fies, diese Dinger. Ich hasse diese Dinger. Hab ich sie denn erwischt? Okay, wir haben zwei Spritzen. Ich nehme mal eine. Ganz einfach, weil ich nicht weiß, wie viele von diesen Schlangenviechern hier noch so rumhängen. Ich gehe mal davon aus, einige. Zum Beispiel der da. Aber dafür nehme ich besser die... Den Revolver. Okay, da können wir durchkriechen. Ein Lichter, irgendwas. Ein Koffer. Carry Light. Licht mit dir rumtragen. Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Zumindest gibt es ja viel. Hinter uns? Nein. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da ist nicht zwei. Wo ist der oben? Wo ist der oben? Hier geht was ab, wa? Okay, mal sehen, ob wir einiger von Messern können. Aber wir könnten natürlich auch wieder so Hälse rumhängen. Aber wir können auch wieder so Hälse rumen. Und wir können auch wieder so Hälse rumhängen. So, jetzt haben wir da vorne nämlich noch dieses tolle Teil. Ja, komm schon. Ja, ich krieg sie nicht versammelt. Guck mal, was der hier hinten so befindet. Ja, woher weiß ich jetzt, ob da was drin ist oder nicht. Ja, woher weiß ich jetzt. Da ist doch wie auch noch ein Gaszank hier, ne? Ja. 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 Ich will wegrennen! Oh, ich will wegrennen! Oh, die lassen einen nicht! Ha! Wer ist hier der Boss, hm? Ihr Wichser! Ihr scheiß Wichser! Wo ist der Rest? Keine Ahnung, ob es hier noch mehr gibt? Keine Ahnung. Hier muss ich aber anscheinend... ...finde die Strom-Tunnel-Schlüssel-Karte. Okay. Dann geht es hier scheinbar noch weiter. Wir sollten vorsichtig vorgehen. ... 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 Endlich wieder ein bisschen was verkaufen, aber so viel haben wir jetzt gar nicht. Stabilität ... ... ... Warte, welche ist das? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ist auch nicht schlecht. Ah, ich glaube, ich belasse das erstmal dabei. So, da wird ich sagen. Da müssen wir ein. Ist das groß hier? Hier muss es den Schlüssel geben. Da gibt es auf jeden Fall eine Kiste. Äh, einige Kisten. Warum? Warum sind die Kisten manchmal blau, manchmal rot? Hä? Blau-rot. Ihr seht es auch, oder? Ah, vielleicht sind die erst, äh, ja, die müssen wir wahrscheinlich erst den Strom wieder herstellen. Und dann werden die Kisten öffnen. Wieso haben wir das Kabel hier rumliegt? Um die kaputten Dinger. Ach, guck mal. So, dann können wir doch jetzt mal hier den Revolver wieder nehmen. 20! 20 Schuss, nicht schlecht. Lokalisiere den Stromreaktor. Okay, gibt's hier da so einen. Da ist das wieder groß hier, ey. Tja, ist wahrscheinlich der offensichtlichere Weg. Aber das Kabel führt hier her, oder? Dann anscheinend doch hier her. Da gibt's zumindest was hier. Dr. Sheehan June. Ach, da hat er es nicht geschafft, du. Ich habe versucht, die alte Plattform neu zu starten, um zurück nach Arkes zu kommen. Aber es gab keinen Strom. Ich kann sie hören. Sie sind überall. Sie konnten her. Dr. Mahler, wenn Sie das hier je hören, wussten, wussten Sie, was da unten vor sich ging? Wussten Sie davon? Ja. Tja, das war's dann wohl auch mit ihm. Hier haben wir eine Kiste. Schön. Schön. Ich wusste es. Das war's. Ich wusste es. Ja, reicht. Komm, steh auf. Wir müssen den Generator finden. Können wir hier irgendwie hoch? Okay, drei Stück. Vier Stück. Hallo? Echt nicht. Echt? 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 Das war's für heute. 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 Okay. Gibt's hier nicht einen Bömsken? Makelloser. Keine scheiß Bombe. Was für ein Gemetzel. Sehr schön. Sehr schön. Ich dachte, hier gibt's irgendwo so eine schöne Bombe. Wahrscheinlich liegt hier noch eine rum. So ein Explosivteil. Okay. Weiter geht's. So langsam müssen wir doch mal in den Bereich kommen. Ha. Ha. Arschlecken. Mich kriegst du nicht. Okay. Wir gucken erst mal hier rein. Das ist voll. Aufstand-Flinten-Munition. Voll. Voll. Inventar voll. Dann gucken wir erst mal hier. Was wir verkaufen können. Munition. Munition für Automatikpistole. Skunk-Flinten-Munition. Da haben wir jetzt ganz viel Revolver-Munition. Können wir auch wegtun. Skunk-Flinten-Munition vielleicht so ein bisschen. Skunk-Flinten-Munition. Halt, stopp. Aufstand, Aufstand. Skunk. Die behalten wir. Zweimal Heil-Dingen. Ah, Automatik. Okay. Okay. Dann haben wir 1800. Was können wir denn hier schönes? Boom-Kugeln. Für die. Revolver. Nee. Handschuhe können wir vielleicht verbessern. Oder diesen Schlagstock. Da machen wir ja doch ziemlich viel mit, dieses Ding hier. Block-Schutz. Warten, bis Druck abgeschlossen ist. Dann optimieren wir das Teil mal ein bisschen. Qualitätsprüfung bestätigt. So. Dann haben wir hier den Blocken-Rückkopplungs-Schaden. Rechts... Achso, wir müssten diesen Weg gehen. Schadens-Upgrade-Stufe 1. Ja, komm. Muss ich auch mal blocken, ne? Dieses Drucks wird in ihrer Arbeitsakte verlangt. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Okay, gut. Jetzt können wir hier uns die Munitze ziehen. Ach, der Akku. Okay, das ist gut. Wahrscheinlich brauchen wir den Akku gar nicht, weil den haben wir direkt, direkt eingesetzt. Ne, haben wir doch nicht. Ne, haben wir doch nicht. Do not touch. Okay. Okay. Gucken wir die wieder an. Aber das ist ja nie, ne? Der Generator. Hoffentlich geht er noch. Gucken wir da irgendwie ran? Gucken wir da irgendwie ran? Tja, wir aktivieren den. Wie aktivieren wir den? Okay, wir müssen da runter. Don't make a sound. Okay, hier wieder leise sein. Jetzt sag nicht, wir müssen da runter. Super. Yep. Ah, schön. I love it. Wir gehen einfach mal direkt durch hier. Da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ist das schon wieder? Der klopft da. Der klopft da. Ah, fuck you, Alfa. Okay, da haben wir ein Explosivteil. Warum... Nehmen die denn so viel Damage an? Alter Schwede. Der klopft, dergeht. Wer ist nicht. Ach so, was die? Geldverflucht hebt. Wer ist nicht. Er ist nicht. Ich bin der Gegenteil. Ich bin der Schuss. Der klopft. Wer ist nicht. Ich bin einer, entscheidend. Es hört einfach nicht auf, wa? Hoffentlich wohnt hier nichts Großes, Böses. Okay, was steht da? Maintenance, Wartung, links oder geradeaus? Ah yes. Es ist ein Lieb, hilf, hilf. Verschlossen, da brauchen wir anscheinend Passkarte. Gegenstand auswählen. Nein, stopp. Ah, ich dachte, wir könnten was verkaufen hier. Hier gibt es aber viele von den Dingern, ne? Ach, das ist der Generator zum Einschalten. Und was gibt es hier noch? Bestimmt ein Secret. Da möchte doch jeder rein, oder? Oh, er ist richtig toll hier. Ich würde dich wundern, wenn hier wieder so ein Hals ist. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, verdammt! Das ist halt echt scheiße Du weißt halt nicht, welche von diesen Dingern Oha Alles klar Hier gibt's nicht was geiles Ah, wieder so ne Geheimniszentrale Ich wusste, hier gibt's was geiles Auch hier gab's das Die Gemeinsamkeit Fuck my life, ey Ein Koffer, juhu Wir haben ja einiges gekriegt Yannick Sage, Geheimer Raum 2 Aber ich glaube, dass Le Maire sich geirrt hat Die Gemeinsamkeit ist real Sie ist biologisch Wir haben hier auf Callisto den Beweis dafür Paramo war das Zeichen, das uns den Weg gezeigt hat Mhm Okay Okay, gut Gibt's noch einen einfachen Weg zurück? Hier her? Ne, schade Okay Ganzer Weg wieder zurück Oder geht's auch hier irgendwo her? Ach, guck mal hier, Treppe Da landen wir wahrscheinlich in dem Raum Warum jetzt von hier wieder frei ist Keine Ahnung Aber egal So, warte Ziehen wir's verkaufen Boah, tausend Okay, zwei davon Akkuersatz Munition Ganz viel Aufstandsflinten Munition Ich wollte den Prügel hier noch verbessern Schaden 2 2700 Passt nicht Locker Aufstand Aufstand Da können wir die Streue Das Recht auch nicht Ich spare mir erstmal Ich spare erstmal weiter So Mach mal an hier, ne? Sieht aus Als wären drei Sicherungsschulter An dem Generator Angebunden Ich finde drei Sicherungen Sehr schön Dann wollen wir mal gucken Finde den ersten Sicherungsschalter Alles klar Da sind die Dinger wieder blau Das kann ja lustig werden So Ich würde sagen, hier mache ich jetzt eine kurze Aufnahmepause Und wir sehen uns dann jetzt gleich sofort wieder Bis gleich So Dann wollen wir mal gucken Wie wir hier die Sicherungen finden Und Aktivieren Da ist ich auf jeden Fall was Weiß nicht, ob das Keine Ahnung Oh, eine Gesundheitsspritze Sehr gut Können wir die verhökern? Zwei Plätze haben wir noch Wir haben auf jeden Fall Genug Platz So, warte mal Hier liegt Ne, da liegt nichts Da können wir aber runter Da ist Gas Und hier können wir scheinbar was aktivieren Für den zweiten Sicherungsschalter Ah, wahrscheinlich müssen wir einfach dem Kabel folgen, oder? Äh Oh 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 Wow Oh 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 Und warum ruckelt das schon wieder so? Da bist du mitten im Kampf und dann sowas. War leider doch kein Explosivteil. Ah, warte mal. Wenn die uns noch nicht entdeckt haben, was natürlich gut ist, können wir das natürlich auch mit Schleichen machen. Aha, wir müssen irgendwie da rüber. Wahrscheinlich müssen wir eh da runter. Ah, hier sind doch überall Spikes. Gut, 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 gut. Gut, da ist der zweite, wie es scheint. Gut. Weißt du, er schießt da für den Kabel und mit so einem Schatz der, was denn das für eine Scheiße? Oh, da rennt immer noch einer rum. Nicht mal wieder guter als Skunkflinte hier. Oh, ey, warum fliegen die denn nicht weit genug, ihr... Ja, ganz auf Deutsch. Fehlt noch einer. Und da, wir schäùng den Kabel. Ja, ganz auf boll. Oh, ich vermische. Er weiß die Ja, ruckel doch! Ich war einfach dran, ich gucke was passiert. Oh, nice race for the corner, wow, amazing! Ich habe alles versucht. Wie kann das Spiel nur so nicht optimiert sein? Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ich meine, zwischenzeitlich läuft es ja echt gut und flüssig. Und dann kommen die Kämpfe und dann diese Scheiße. Haben wir jetzt angemacht hier. Vor allem, ich wollte das Viech ja und dann krabbelt das eine Viech da einfach unten drunter her. Da ist ja total fiese Masche. Hey, wo kommt die denn alle? Hey, wo kommt die denn alle? Hey, wo kommt die denn alle? Und noch mehr. Ja, ist klar. Ich kann nicht schießen, weil ich ja erst nachladen muss. Ach du Vollidiot, ey. Du kannst die auch nicht gegen die Spikes werfen, weil das halt so ungenau ist. Da ist irgendwas dazwischen, dann klappt das halt nicht. Es ist einfach nur... Einfach nur zum Kotzen. Nehmen wir die jetzt. Das ist einfach nur zum Kotzen. Das ist einfach nur zum Kotzen. Das ist einfach nur zum Kotzen. Wie soll man da durchkommen? Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Kommst du ja gar nicht mehr da raus hier. Hallo? hallo so können wir es eventuell ich gibt sie noch mehr ist das am ruckeln ey meine fresse ja 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 Was ist das? Warum das manchmal nicht klappt, die dagegen zu werfen, ich verstehe es einfach nicht. Das ist einfach nur scheiß programmiert. Hallo, steh auf. Jetzt gibt hier, jetzt gönnt hier auch keiner mehr, ey. So, wir müssen den dritten Schalter finden. Wahrscheinlich hier irgendwo hoch oder so. Explodieren die eigentlich nicht, wenn man draufschießt? Aber keinen. Das will ich jetzt mal gucken. Ne, die explodieren nicht. No way. Okay, okay, da können wir hoch. Gut, dass wir überall Pfeile sind. Nochmal unsere Skunkflinte. Nein, nicht Skunkflinte. Ich ver- vergessen, wie die heißt. Skunkflinte ist ja die andere. Aha. Hier? Nein. Nein. Credits. Wo ist denn der? Da. Der Strom ist an. Jetzt zurück zum Wahnsteig. Ähm, okay, zurück. Oh-oh. Erstmal gucken, wo wir überhaupt hinwissen. Jetzt geht's hier bestimmt erstmal richtig los, oder? Da hinten ist was aufgegangen. Vielleicht Kabel folgen. Sieht gut aus. Warte mal, warte mal. Hier war ich schon mal. Hier noch was zu verkaufen? Nee, nur Munition. Warte mal. Ich denke mal, ich muss hier lang. Nee, verschlossen. Hier war ich schon mal. Warte mal, ich weiß, wo ich hin muss. Oh, ich weiß, wo ich hin... Oh, mein Gott... Ich hab mich hogy zur Jin reverse. J Jordan-Rifies hat ein Prat ist meine Dunkeln. Okay, jetzt können wir mal hier so ein bisschen... Huh! Was ist da denn her? Ja, toll! Meine Fresse! Okay, er ist da. Ich hoffe, mehr war eigentlich Waren hier nicht. Okay. 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 So, müssen wir rein. Da mit Bauhelm oder was? Das Kabel führt hier lang, okay. Einfach einmal dem Kabel folgen. Ach, ja. Ruckel, ruckel, ruckel. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist jetzt kaputt? Okay, jetzt scheint es wieder gut zu sein. Lag irgendwie an OBS. OBS ist crashed, kam danach. Es scheint mir hier das ganze Spiel mit runtergehangen zu haben, aber habe ich noch nicht mal einen Hook. Ich mache hier mal alles mit Capture Card auf. 15-ENG-G-20 Alter! Go there! Alter! Da muss nur ein dritter rumrennen. Nein! Das ist der Fischer. Ah... Haben wir es jetzt. Ahahahahaha! Oh! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ach, Himmel. Arsch, Anfänger. So, wir haben jede Menge Munition. Ich will aber eigentlich meinen... Ja, oder den Handschuh. Was ist das? Energie-Upgrade. Grip-Auflade-Tempo. Tempo-Upgrade. 900. Oder sollen wir den Knüppel verwässern? Und zwar hier. Schadensstufe. Reicht nicht. Splitter. Schwarmgeschoss. Ist eigentlich cool. Warten wir einfach noch. Oh, es fängt wieder an, zu ruckeln. I love it. Okay. Okay. Moment. Tja, das ist wirklich doof. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Dass wir alle paar Minuten OBS neu starten müssen. Jetzt müssen wir mal den ganzen Rechner neu starten. Lass dich von der Plattform nach, weiß ich nicht, transportieren. Okay. Können wir jetzt die Kuhkisten öffnen? Nein, können wir wirklich. Ah, dann können wir auch verkaufen. Kommen wir nochmal zurück. Okay, warte. Macht ja keinen Sinn. Die Geräusche sind unheimlich. Sollen wir mal eben gucken, was wir dabei haben. Okay, auf jeden Fall so... So eine Batterie ist ja nicht viel wert, aber ich brauche es auch nicht. Skunk-Flint-Munition. Revolver. Revolver. Komm, die hauen wir mal weg. Weil entweder benutze ich die oder die Skunk-Flinten. Oder die Aufstands. So, was haben wir noch Schönes da? Müsste aber was zum Verkaufen geben hier. Kann natürlich auch sein, dass wir hier die Munition brauchen, ne? Also vielleicht nicht nur die schlechte Munition verkaufen. Gesundheits-Injektor, okay. Was ist das? Akku, okay. Oh, das kann ja witzig werden hier. Akku. Das ist nur Support, okay. Warte mal. Vielleicht kann ich die noch ein bisschen... Vielleicht kann ich die Wumme dann doch noch ein bisschen verbessern. Wenn wir schon mal dabei sind. Wenn jetzt irgendein Kampf kommt. Das sieht ja danach aus, ne? wieder Auflader. 2.700, das passt nicht. Das ganze, was wir machen können, ist das. Ach komm, machen wir das. Druckfuhrverwendung überprüfen. Abgeschlossen. Dann gucke ich nochmal bei einem Knüppel. Knüppel, Knüppel aus dem Sack. Aber ich glaube, die größte Schadenstufe, na, die können wir nicht. Können wir nur noch Block. Revolver, Projektors, Gangflinte. Stabilitätsupgrade. Guck mal, passt nicht mehr. Na gut. Dann, äh... Können wir jetzt nicht mehr viel tun, ne? Außer hier starten. Ich hoffe, wir haben ein Safetan. Richtung Fracht-Büschland. Es geht los. Wuh. Nächster, alt, Arcus, Station. Außer. Oh, das wäre ein schneller Tod. Na gut, wir können natürlich auch grippen und wegschmeißen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oh, ich hasse diese... Ach, nee. Jetzt sag nicht, wir müssen den ganzen Scheiß nochmal machen hier. Komm, dann machen wir einfach das. Die UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Kriegst du noch nicht mal ein Save-Game, wenn du das startest. Wie fies können die sein? Wie fies können die sein? Das ist echt der Hammer. Nehmen wir trotzdem alles mit hier. Alles, was wir kriegen können. Okay, mit Denke, mit Grip können wir hier eine ganze Menge machen. Mit dem Handschuh. Abfahrt, Richtung Fahrrad. Abfahrt. Es geht los. Nächster Abfahrt, Arcus, Station. Da waren zu viele. Okay, nächster Abfahrt. Was. 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 Was ist das? 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 Mein Gott, ey! Was ist das? 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 Ja, er lädt mich am Arsch! Was ist das? Wo kommt der Rest? Und jetzt weiter! Was muss ich tun? Motor bedienen! Motor bedienen! Oh! 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 Okay! Oh! 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 Oh, ist das brutal! Okay, den können wir nicht mit der... Den können wir nur mit der Waffe! Hoffentlich haben wir ein Save-Game! Ich will im Spiel ähnlich sehen, dass wir kein Safe-Game haben. Wir haben ein Safe-Game. Das ist schon echt fies, das Ding. 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 Okay, das reicht nicht, den abzuknallen. Du musst ihm... Ich habe keinen Platz mehr zum Ausweichen. Ich bin am Nachladen. Ich habe keinen Platz mehr zum Ausweichen. 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 Oh, ihr seht ziemlich abgebrannt aus. Das war da. Ah, genau. Arden Jeddah. Okay. Das ist eben. Oh mein Gott, ein Ladescreen. Oh, ein Klo. Lokalisiere die alte Kolonie. Jetzt läuft sie wieder ganz flüssig. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Willkommen zu... Ich könnte es nicht lesen. Alex Wang. Okay. Wo ist er? Ach da. Sie haben uns gesagt, dass uns ein neues Leben erwartet. Ja, klar, Mann. Wohl eher derselbe alte Scheiß. Ich meine, ist doch so. Auch mit Doppelschichten komme ich kein Stück weiter. Es tut mir wirklich leid, dass es so lange dauert. Ich hasse den Gedanken, dass du noch auf Helix festhängst. Ich verspreche dir, ich hole dich da bald raus. Du fehlst mir. Hm, tja. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Da können wir irgendwie hoch... Da können wir auch hoch. Was ist denn wahrscheinlicher? Hierher oder daher? Warte, ich gehe nochmal zurück. Dann machen wir erstmal Leiter. Ich weiß nicht, ob das so wahrscheinlich ist, da herzugehen. Also wenn es da weitergeht, gucke ich nochmal in der Höhle. Wenn es hier nicht weitergeht, dann gibt es hier oben wahrscheinlich nur irgendwas. Hier geht es anscheinend nicht weiter. Ist nur eine Kiste. Gut, war gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Schön. Sehr schön. Gesundheitsinjektor. Wie viele von den Dingern haben wir denn jetzt noch? Hallo? Ähm, eins. Eins. Der letzte. Aber da bräuchten wir bald wieder was zum Verkaufen. Das wäre nicht schlecht. So. Ich bin in der Kolonie. Wo bist du? Willst du den Lichtton? Wir treffen uns dort. Lichtton. Alles klar. Na, immerhin. Was gibt es hier wohl für Monster? Hoffentlich nicht wieder diesen Doppeltypen. Audiolog. Darren Barr. Ich hoffe, wir können jetzt erstmal unsere Vorräte ein bisschen aufladen hier. Und Sachen verkaufen. Und Sachen verkaufen. Es hört einfach nicht auf. Müssen wir uns erstmal wieder leise bewegen. Da ist auf jeden Fall einer. Zwei. Oh, einige davon. Jetzt kommen wir mal mehr. Na? Da steht er einfach. Vielleicht können wir ja einfach dran vorbeischleichen. Da sind auf jeden Fall einige im Sleep-Mode. Na komm schon. Ach, es war so klar, dass da jetzt auch noch einer ist. Machen wir den zuerst. Können wir nicht. Ob ich nicht mit euch fertig werde. Ihr da hinten habt ja nichts mitgekriegt, ne? Okay, warte mal. Okay, warte mal. Ich bin dran. Manchmal bleiben die stehen und manchmal sind sie so schnell. Okay. Das gibt's hier hinten noch. Ich würde mich wundern, wenn hier auch einer wieder rauskommen würde. Hier gibt es nichts. Was soll das denn? Das sieht man sofort. Okay, ich denke, wir müssen hier diesen Aufzug hoch. Aber irgendwas müssen wir wahrscheinlich finden vorher. Was ist denn auch schönes hier? Da ist Rangwarner. Okay, der Hiwarner hättet auch da nur rum. Okay. Okay. Dann können wir hier noch rein. Welche Überraschung war das hier? Keine. Okay. Gar nichts. Gibt es nichts oder was? Nichts wo? Steht der eigentlich immer noch hier? Ich glaube, der ist auch weg. Ich weiß nicht, welche wir schon gefarmt haben. Kein Plan. Ich schätze mal, wir müssen erstmal hier hoch. Ich schätze mal. Oh. Oh. Oh, ha. Mm. Hm. Inventar voll Arschleckern Kommen wir neben vorbei? Arschleckern Kommen Hier oben muss es doch irgendwas geben Da ist auch noch eine Kiste Inventar voll Dann gucken wir mal Dann benutzen wir Können wir nicht benutzen Pistolen Munition lassen wir hier Das war so klar Das Die beste Taktik Den einmal in die Füße zu schießen Und dann Drauf zu treten Okay hier scheint Oh Security Da geht die Party ab Da finden wir wahrscheinlich Zugang Mal sehen Mal sehen Ah eine Bombe Ab sie Ich sollte zurück zum Aufzug Ich muss irgendwas sehen Komm her baby Komm her baby Komm her baby Ja Ja Ich muss einfach keine Ruhe hier Wo ging es denn hier runter Hier Wenn hier wieder welche rum Wenn hier wieder welche rum Oder haben wir unsere Ruhe Leck mich am Arsch Leck mich am Arsch Ja hallo Ja hallo Gehts hier mal los Gehts hier mal los Warum fährt er nicht Oder muss ich mal anders hin Ah ich kotze Der Aufzug ist woanders Oder Muss ich mich ja spritzen Muss ich mich ja spritzen Anders gehts ja nicht Ah Wahrscheinlich Wie geht es Ja Ich muss jetzt Mach Ja Warte Sprech Warte Ich hab Warte 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 Nein, nicht die Treppe. Nein? Nein, du sollst das nehmen, was der verloren hat. Kann ja nicht so schwer sein. Dankeschön. Okay. Ist das jetzt der Aufzug oder was? Ach, das ist der Aufzug. Mein Gott, ey. Weiter geht der Spaß. Oh. Audio. Yannick Sage. Let's see. Ich hatte keine Wahl. Durfte nicht zulassen, dass es sich weiter ausbreitet. Sie waren natürlich alle ersetzbar, aber was wir gefunden haben, was ich gefunden habe, das könnte der Schlüssel zu allem sein. Ich muss Kontakt mit dem Kreis aufnehmen. Der Kreis. Elevator. Okay. Das kann ja lustig werden. Okay, gehen wir durch diese offensichtliche... Ich wollte gerade sagen, gehen wir durch diese offensichtliche Tür, dann gehen wir erst mal hier gucken, weil hier sieht's... Okay, ich nehme alles zurück. Was ist denn hier los? Das ist doch alles nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob's hier was Gutes gibt oder ob wir durch die Tür sowieso durch die Tür müssen. Hier gibt's einfach nichts. Könner hoch. Tami, bist du da? I-Town Elevator. Okay, wir müssen durch die Grüne. Dann gucken wir da nochmal an. Antwortet sie nicht. Was gibt's hier denn Schönes? Ah. Bisschen Medipack. Okay. Und ein bisschen Medipack. Und ein bisschen... Ach, ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Verarschen wollt ihr mich. Ja, das gibt's hier auch dann. Und... Und ein bisschen... Das war's für heute. Die sind ja jetzt nicht blind. Da muss ich ja wieder aufpassen. Da müssen wir so umdenken hier. Buhide, Redwork oder so. Gucken wir da mal rein. Impfen? Oh. Ja, das scheint sehr erfolgreich. Bathroom, Rooftop. Die ist fucking groß hier. Fick dich einfach. Torsicherung. Okay, wir haben eine Torsicherung. Und irgendwo lag hier noch mal ein Bömmchen rum. Da. Da ist bestimmt auch einer drin, wenn ich jetzt hier dran gehe. Oh, ich hab keine Heilung mehr. Ich hab keine Heilung mehr. Batterie. Die können wir droppen. Die droppe ich meinetwegen auch. Boah, auf jeden Fall die Heilung hier. Okay, wir haben eine Batterie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wieder oben. Sehr schön. Ähnlich funktioniert ja mal was in diesem Drecksloch. Hä? Achso, Spucker. Spucker! Oh, oh, oh. Der wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich muss ihn tatsächlich hier die Sicherung einsetzen. Ach. Ich kann verkaufen. G-Kwan-Pak. 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 Okay. Er sind jetzt die Parasiten im Kopf anscheinend. Doch, das da. So, die können wir auch verkaufen. Das will ich alles nicht. Zwei Batterien. Ich glaube, eine reicht. Die findet man ja gut sehen. Gibt es eh nicht viel dafür. Oh, kaufen. Jetzt, jetzt geht es rund hier, du. Jetzt geht es rund, mein Freund. Wir holen uns nämlich jetzt für die... ...die Schwarmgesch... Ne, warte. Skunkflinte holen wir uns jetzt die Schwarmgeschosse. Bei Problemen bitte an die Administrator-Weltung. Abgeschlossen. Jetzt haben wir die komplett aufgegradet. Genau. Den Schlagstock verbessern wir uns auch nochmal. Du brauchst eine Waffe. Explosionsgeschoss upgrade. Oh, jetzt haben wir nur noch 400. Hä? Hat das nicht 2 gekostet? Hatten wir nicht 4.000? Ja, egal. Joa, egal. Oh. Okay. Waffen, die mit Alternativmodus aufgewertet wurden, bieten ein höheres Feuerkraft. Verbrauchen hier noch mehr Munition. Drücke und halte die rechte Maustaste, um die Zielvorrichtung zu verwenden und drücke die mittlere Maustaste, um den stärkeren alternativen Feuermodus der Waffe zu nutzen. Okay. Also im Prinzip so in der mittlere Maustaste. Alles klar. Probieren wir das nächste Mal aus. Na. Dat, dat, dat. Ich hab da geklickt. Äh, hallo? Also, ich habe hier geklickt. Bitte danke. So, wir sind von, äh, wir sind von hier gekommen. Genau. Wir haben uns hier genommen. Können wir was verkaufen? Ich hab ja alles verkauft, was ich verkaufen konnte soweit. Und wir haben noch eine Spritze. Okay. Das ist der Revolver. Die können wir nochmal auffüllen, wenn wir da Munition kriegen. Und dann gehe ich zurück auf meine Geliebte. Ja. Jetzt mal. Oh, nice. Wieder irgendein großes, ekelhaftes... Ich komme näher. Na. Das war knapp. Was machst du da, Mädel? Dani. Dani. Ich gehe nicht. Ihr fliegt mich nicht. Ihr habt sie getötet. Okay. Ist das jetzt schon wieder für eine Scheiße? Oh. Oh. Nein. Was ist passiert? Tut mir leid. Dani. Hey, Dani. Fass mich nicht an! Okay. Schon gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Man war in Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Alle. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Argus Black 1. Europa. Alles bleibt nicht so lang. Achso! Oh nein, nicht noch so einer. Achso! Oh, er hat's kommen. Hallo? Hallo? Ah ja, dankeschön. Ah ja, dankeschön. Diese Scheißsteuerung, ey, diese Kacke. Ah, ich wollte den nicht. Wieso weicht der nicht mehr aus? Was soll denn die Scheiße? Jetzt geht's doch mal wieder. Ah, sehr schön. Oh, bist du. Oh, war so klar, dass dieses Scheißding in der Nähe stand. Oh, war so klar. Oh, dass du einfach nicht weglaufen kannst. Was? Ich muss doch mal irgendwann meine Waffe nachladen. So ein Bullshit. Oh, war so klar. Unmöglich. Der ist so schnell. Wie soll ich denn da wegkommen? Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Geh da rüber, spring da rüber, mein Gott, scheiß Steuerung. Oh, hallo. Renn weg. Du kannst nicht vernünftig durch die Fenster springen, wenn du genau in der Mitte davorstehen musst. Der programmiert so eine Scheiße hier. Ja. Ja. Ah! Vor allem, wie kreativlos muss man sein, dass man einfach zweimal denselben Endgegner nimmt. Was ist das? Ah, nö, ey. Einfach nur scheiße. Lauf doch. Jawoll, yes. Okay, alles klar. Nochmal. Kein Ding. Wir spielen es nochmal. Ich muss mich mal heilen irgendwo in einem ruhigen Moment. Ich kack ab, ey. Ey, keine Munition mehr, kein... Kann ich mich heilen? Wenigstens etwas. Was für ein Scheiß, ey. Zweimal die... Zweimal den selben Gegner, ey. Und dann musst du ihn einfach dreimal besiegen. Was? Was? So, gibt es noch mehr Zeug hier? Ich glaube, das war es. Na, da ist noch. So, was müssen wir jetzt tun? Achso. Du kennst. Na gut. Na klar. Jeder kennt sich hier immer aussehen. Hallo? Ja, stimmt. Weil ich sie da sind. Diese Dinger, das waren die Minenarbeiter, die entkommen sind. Sehr schön. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Weil im Spiel hat man auch nie seine Ruhe. Passt nochmal auf, du hübschst, ey. Dieses Spiel lässt dir nicht mal eine Sekunde Verschnaufpause, ey. Das ist ein Scheiß. Aber ich habe gesehen, da können wir was verkaufen. Halleluja. Okay, das ist voll. 1700, okay. Der Rest ist soweit. Okay. So. Knüppel aus dem Sack. 2700. Leck mich am Arsch. Dann sparen wir halt noch. Ja, wo soll ich jetzt hin? Hier war ich doch schon mal, oder? Ihr geht mir auf die Eier. Nein! Das hört nicht auf hier, ey. Such die Klinik, Alter. Ich schick die erst mal in die Klinik. Such die Klinik, Alter. Midtown. Wahrscheinlich hier hoch, oder? Ich meine, Klinik stand oben irgendwo. Fallen die alle von oben runter, oder was, ey? Doch, jetzt erstmal das von Acht. Ah ja, ey. Was? Steck da! Du? Okay. Du? 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 So, da kommen wir nicht mehr her. Wo soll die Klinik sein? Da hinten? Hier rechts? Ich weiß es nicht. Kommt wahrscheinlich auf dasselbe drauf an. Aus. Ah ja. Na toll. Das ist doch kacke, ey. Ich nehme das mal mit. Hä? Heck ist es. Ich kann es nicht mitnehmen. Ja, blinkelt. Was? Das werden wir auch direkt verscherbeln. Wenn ich noch weiß, wo ich herkomme. Da oben. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. 2.500. Ich brauche 2.700. Komm, kann ich ein bisschen Munition verkaufen? 90. Das ist alles nichts wert. Ja, okay. So, alles nur für Knüppel aus dem Sack hier. Sieht gleich viel besser aus. Sieht gleich viel gefährlicher. Sehr schön. Alles klar. Das reicht mir erst mal. Let's go. Ich auch immer nur einen Schuss, ey. drückst du mal das Knöppchen hier. Da muss ich das machen. Ja? Wow. Das ist mal eine Kuppel. Was ist das für eine Kuppel? War die früher nicht da? Nein. Jetzt nicht. Früher war hier ein Minenschacht. Der führte zur Oberfläche. Wie sollten Sie den abdecken? Keine Ahnung. Aber wir müssen da durch, um zum Gefängnis zu kommen. Klar. Was bleibt uns auch für eine Wahl, ne? Ja. Ein bisschen Forschung, Forschung gemacht, ja? Ach, die ist schon wieder. Wir freuen uns, die Ergebnisse unserer jahrzehntelangen Forschung mit Ihnen zu teilen. Wie erzählt Sie das? Nicht uns. Ich lade hier runter, was ich kann. Wir treffen uns in der Kuppel. Ja, alles klar. Ich, ich, ich mach das schon. Verblüffend und doch vertraut. Eine Art beschleunigter Evolution, ähnlich dem, was in Paramo entdeckt wurde. Diese Krankheit zu verstehen und zu verändern, wäre der Schlüssel zum Geheimnis des Paramo-Effekts. Ach ja, warum muss der Mensch immer mit so einem Scheiß rumspielen, ha? Nach dem Sichern der Anlage wurde ein Labor errichtet. Und später ein Gefängnis, das es umgibt. Eine Forschungsbasis mit verfügbaren Tests. Aha. Plot-Twist. Lädt mich am Arschus. Ah ja. Wird bestimmt gut hier, hm? Oh, sieht kalt aus. Alles klar. Unter der Oberfläche. Oh. Eine fremde Lebensform. Freigesetzt als Minenarbeiter zum Ozean unter der Oberfläche Kalistus durchdrangen. Als wir ankamen, war sie schon tot. Von Sicherheitskräften getötet. Doch im Kadaver fanden wir sie. Tausende von Larven. Die Hauptüberträger der Krankheit. Wir sammelten Exemplare und brachten sie in unser Zentrallabor. Aha. Auf Europa. Der Erreger wirkte als Beschleuniger der Evolution und machte die Kolonisten zu kaum mehr als geistlosen Rohlingen. Okay. Außer einem, dem Subjekt Null. Dieser Mensch erhielt die Vorteile der Ansteckung, erhöhte Kraft, Aufdauer und Lebensdauer, ohne Intellekt und Menschlichkeit zu verlieren. Also wurde es doch geschmuggelt. Und er hat es geschmuggelt. Er war beim Ausbruch von Sicherheitskräften getötet, doch sein Körper wurde ins Labor nach Plug-Agebracht und diente als Basis des Forschungsprogramms. Oh Gott. 5, 2, 1. Ja wahrscheinlich. Wir sind noch nicht fertig. Fahr zur Hölle. Wie du siehst, hat sich was verändert. Ich habe die Oberfleck-Zugangstür gefunden. Ich versuche sie zu öffnen. Aha. Du musst dir schon etwas mehr Mühe geben. Komm mal raus. Ich will niemanden kommen. Bisschen nachladen wäre nice. Shit ey. Du musst an mir vorbei, um wieder nach oben zu kommen. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Ich kann die Zeit dafür haben. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Ich kann die Zeit dafür haben. Ich kann die Zeit dafür haben. Ich kann die Zeit dafür haben. Du willst für deinen Tag noch vernerven? Tja, das sieht nicht mehr so gut aus, Klo. Sie wollte dir nur helfen, aber bald wird sie eine von uns sein. Alles gut, geh weiter. Verlass die Kolumnie mit der Stand... was? Seilbahn, glaube ich, stand da. Oder nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, nicht jetzt ruckeln, bitte nicht. Nein, nein, nein. Das ist unfair. Mist. Ich wollte sie aufhalten. Ich werde nicht so ein Ding werden. Nein, 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 das wird nicht passieren. Hey, wir kriegen das hin. Wie? Wie? Wir folgen einfach dem Plan. Wir gehen zum Turm des Wortens. Es muss einen Weg geben, das Ganze umzukehren. Das weißt du nicht. Ja, das stimmt. Aber wir geben doch jetzt nicht auf. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Gemeinsam. Okay. 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 Los jetzt! Hoch mit dir! Gut, wir haben ein Selfgame, das ist gut. Alles gut. Nicht, dass ich mir die Aufnahme versaue. Die wirst du brauchen. Okay. Wir sind fast da. Gut. Also. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe zwischenzeitlich mal meinen Rechner neu gestartet. Mal sehen, ob es was bringt. Jede Menge Aufstand-Flinten-Munition. Ja, gut. Vier Schuss, immerhin. Ich hoffe, so ein Doppelkopf kommt nicht wieder an. Ah. Duncan Cole. Meinungsverschiedenheiten. Wo ist er denn? Tja, ist er. Meine Geduld ist am Ende, Maler. Es sind jetzt schon fast sechs Monate. Ich bin kurz davor, Co. Die Biophage zu verstehen, um sie wie Subjekt Null zu nutzen. Ich brauche nur mehr Zeit. Nein. Was auf Europa passiert ist? War eine Tragödie. War eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung. Also alles geplant hier. Alles verdammte Experimente. So, da können wir rein. Oh, wir können doch mal aufrüsten. Die Dinger liegen ja jetzt auf wie Sand am Meer. Bisschen Heilung. Wir suchen mal erst hier diesen Raum ab, wenn wir können. Da oben ist noch eine Kiste. Gibt's sonst noch was Schönes? Kann man irgendwie rum? Da steht einfach dieser Oschi rum. Hier sieht's ja wieder sehr ordentlich aus. Muss man ja schon sagen. Okay. Dann gucken wir mal. Äh, oh. Fast alles verballert. Sieht ja nicht so gut aus. Okay, dann lassen wir's mal. Müssen wir erst wieder sammeln, sammeln, sammeln. Wenigstens haben wir genug Platz im... ...Arsenal. Verschlossen. Sturmgewehrbauplan. Das Gefängnis läuft auf Autopilot. Alle Systeme sind zerstört. Hab's gleich. Das ist die Schuhe. Wird nicht infiziert. Uh. Wir müssen sofort verschwinden. Gute Idee. Das Signal des Wardens ist noch aktiv im Kommandoturm. Schaffen wir Stream? Sieht so aus. Ich kümmere mich um die Tür. Gut. Ich, äh... Mach mir mal die Maschinenpistole. Ne? Ich wünschte, ich könnte rennen. Nein! Jetzt sag nicht, ich komm nicht mehr zurück. Willst du mich verarschen? Du gibst den scheiß Bauplan und ich komm nicht zurück? Zurück. Ich dachte, du wolltest ihm die Tür kümmern. Mann, 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 Mann. Das ist doch schon wieder... Das ist doch schon wieder dumm. Weißt du, da legen die einem hier einen Bauplan hin. Aber du kommst nicht mehr zurück... Oh! Zurück in die Zellen. Oh, oh, oh! Okay, vielleicht deswegen, weil uns eh die Waffen abgenommen wurden. Turm! Jetzt sag nicht, wir sind wieder in den Fällen. Oh, da hast du unsere Waffen gelassen. Alles auf Anfang. Dani, kannst du mich hören? Dani? Ah, soll das ein Witz sein? Wieder ganz am, und wieder ganz am Anfang. Ah, verdammt, was soll ich jetzt nur tun? Kommen Sie! Maler! Wir haben nicht viel Zeit. Ich konnte eine Sicherheitseinheit umleiten. Ich habe Dani. Wo ist sie? Im Labor, im Herzen der Anstatt. Er überwacht alles, aber hier können wir reden. Ich kann Sie zum Worten bringen. Ich kann Sie heilen. Ich möchte helfen. Sie? Sie haben mir dieses Ding in den Nacken getan, und jetzt wollen Sie helfen? Bitte beeilen Sie sich. Kommen Sie her, Decker. Wie? Weiter vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Herzlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie ihn. Ich mache Ihnen den Weg frei. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Warte, dann würde ich doch nochmal in die andere Richtung gucken. Okay, hier war nichts. Aschel, wieder für die Nüsse hier. So. Oha. Kiste, Kiste. Oh, so ein Viecher wieder. Gibt es denn wenigstens was hier? Nichts, ey. Okay. Gar nichts gibt es hier. Okay, da brauchen wir eine Batterie für. Und hier haben wir einen Eldenorden. Können wir jetzt die Baupläne hochladen. Upload abgeschlossen. Sturmgewehr. Sturmgewehr. Tausend. So viel haben wir nicht. Oh. Den kann ich verkaufen. Sturmgewehr. Tausend. Deswegen lag das Teil da. Sturmgewehr. 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 Sehr schön. Haben wir denn auch Munition dafür? Wahrscheinlich nicht, ne? 500... Was? 20 Schuss. Doch, 20 Schuss. Guck mal. Okay. Wir bleiben aber erstmal bei... Meiner geliebten... Skunkflöte, für die wir nichts mehr haben. Ah, aber keine Munition. Dann gehen wir zur... Aber... Ja, die war das. Hier liegt aber noch Stuff drin, Alter. Kredits und Skunkflint... Oh, Skunkflinten-Munition. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sind wieder überall diese Dinger hier. Die hier ist wieder so ein Kopf, ey. Okay. Dann kopfig. Revolver-Munition und Skunkflinten. So, ich glaube das war's. Gehen wir nochmal auf die Skunk. Alles klar. Meine Geliebte. Und... Gucken wir mal ob wir was verkaufen können. Revolver-Munition. Ja, behalten wir die erstmal. 117 Credits. Wollen wir beim nächsten Mal. Server-Raum. Oh fuck, der Admin. ist so ein Doppelkopf. Wo müssen wir denn hin? Vielleicht können wir uns irgendwie an dem vorbei schleichen. Nein! Ah! Das war's für heute. Das war's. Wo ist er? Ja, kommt er. Jawoll, CPU-Drucker, sehr schön. Aber Glück gehabt, ey. Der steht auch noch genau vor dem Schalter. Ach, wir brauchen die Batterie. Stimmt, die Toraussicherung brauchten wir. Was für ein dämliches System. Warte mal, warte mal. Die können wir auf jeden Fall jetzt hier einsetzen. So, und jetzt können wir die Maschinenpistole, wo ist sie denn? Kapazität erhöhen. Auf jeden Fall. Kapazität erhöhen ist immer gut. Abgeschlossen. Qualitätsprüfung bestätigt. Ansonsten haben wir noch Magnum-Patronen-Schadens-Upgrade. Ah, für die haben wir aber nicht mal so viel. Wir bleiben bei der. Ich glaub Skunk haben wir nichts mehr. Revolver. Okay, bleiben wir bei der. So. Weiter geht's. Weiter geht's. 25 Credits. Was war hier los? CPU-Drucker. Direkt verkaufen, wenn wir können. Müssen wir da nicht mit rumschleppen. Einheiten online. So. Aber hier können wir... Oh, ja, was können wir denn noch machen? Was lohnt sich denn noch? 1500, warum nicht? Wollen wir nur schön viel Munition für das Ding. Aber ich denke, das kriegen wir dann auch. Okay. Das reicht. Ach, wir haben... Ach, das ist jetzt der Aufsatz für die große Waffe. Da haben wir entweder die oder die. Da haben wir nur noch einen Schuss. Hier haben wir elf Schuss. Okay, wir müssen uns zwischen Maschinenpistole oder Dingsbumsflinte entscheiden. Verstehe. Na gut. Huh. Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben Sie hergebracht. An diesen Ort. Zu diesem Moment. Wie werden Sie sich entscheiden? Jacob. Bleiben Sie, wie Sie sind. Oder werden Sie mehr aus sich machen? Na, wir gucken mal, ne? Was wir hier aus uns machen. Oh, wir sind dahinter? Die konnten die ganze Zeit in unsere Zellen gucken. Hallöchen. Gut, das geht nicht. Da kommen wir nicht durch. was wir fällt. Weil es ist möglich. Wo ... Jimmy dice. Auf doch mal möchte ich. W derrièrechen. Ah, nein. Mann, ja. Kannst du das geradeιο inspections. Und der volontär. Im Gegenteilus. peu. Das geschafft. Mann, 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 Mann. Dr. Tala. Dr. Tala ins Min. Beobachtungsprotokoll. Subjekt 324-980 weist eine faszinierende Mischung von Merkmalen auf. Vor allem einen verstärkten Überlebenswillen. Extraktion und Aufnahme in das Programm wird empfohlen. Die haben uns alle beobachtet hier, die Schweine. Oh, ein Schack. Welch Seltenheit. In dieser toten Gegend. Sturmgewehr Munition. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Skunk Munition ist immer noch nicht da. Oh, das Labor, oder? Ihr steht ja nicht auf, oder? Wahrscheinlich schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich wusste, dass die aufstehen. Jetzt wird es aber so langsam schwierig. Jetzt haben wir hier kaum noch Waffen zur Verfügung, Munition. Oh, die explodieren. Ist ja geil. Ach, guck mal hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Shit. Oh, die tolle Träne sind so übel. So übel sind die. Ach, diese... Oh, nee. Ah. Alles nochmal. Ist doch... Shit, ist das doch. Hä? Gibt es da nicht Munition für? Fuck my life, ey. Krass ist gegen 2 zu. Oh, du siehst ja da rauskommst. Ach, schau. Toll, ey. Okay, wo gab's was? Ich weiß es nicht mehr. Wuhu! Spritze, okay. Gesundheit, okay. Oh, ich kann den nächsten Mal. Oh, fuck it. Oh, ich kotze. Ach, ist das ätzend. Und ich wollte den gar nicht angreifen. Ich wollte ihn zertreten. Tja, Leute, dann müsst ihr durch, ne? Ich kann nichts dafür, dass hier ein Safe Game so scheiße hinmachen. Bis man es lernt. Boah, ey, du knallst da in die Beine und er fliegt einfach nicht hin. Weißt du, du wusstest hier auf diesen Schlagstall auf und hast das Gefühl, bringt das überhaupt nichts. Und scheiße, du wusstest. Und scheiße, du wusstest. Du wusstest, der Rest des Gefühls ist. Okay. Jetzt bewahren wir uns den, weil gleich kommt der da raus. Gesprungen. Ja, jetzt komm her. Die sind gleich da, ey. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Leer. Leer. Alles klar. Oh, Safe Point. Sehr schön. Da gibt es eine Spritze. Der steht eh auf. Hier sind schlimme Sachen passiert. Oh, der steht. So, das nehmen wir alles mit. Hier gibt es was. Okay. Okay, ist denn sowas hier? Okay. 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 Gleiches wird denn mit da können wir rein hier können wir nicht rein da liegt einer drin ich komme Oh! Ach, diese scheiß unsichtbaren Viecher sind hier wieder. Ah. Warte. Ah, komm her, mein Freund. Hoch oder? Na gut, nur hoch. Dr. Tala. Oh, Dr. Tala. Dr. Tala, sieh mal wieder. Beobachtungsprotokoll. Aber das Subjekt scheint jegliche Intelligenz und Selbstkontrolle zu verlieren. Leitet das Subjekt an Mahler weiter. Vielleicht hält uns das Coal vom Hals. Ähm. 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 Muss ich nicht da hoch? Ach, warte mal. Habe ich ne... Habe ich ne Sicherung oder was? Eine Waffe gibt's anscheinend noch. Habe ich ne Sicherung gehabt? Muss ich jetzt wieder zurück? Ach ne, hier muss ich rein. Naja, es war nur so ne Batterie für den Handschuh. Das ist aber auch neblig, ey. Pist auf, ich brauch erstmal nen Schuss, sonst geht's hier nicht weiter, sonst ist sie gleich tot. Wir sind fast da. Immer schön weiter. Na, wo kommen sie her? Von unten. Von oben. Von rechts, von links. Wo sind die scheiß Köpfe? Hä? Ich hab doch so ne Batterie. Also doch. Oh. Supplies, supplies. Da ist nix drin. Warum ist da nix drin? Kannst du mich verarschen? Na gut, den nehm ich gerne. Freie Auswahl. Freie Auswahl. Okay. 400. Hm. Gibt auch nix von kaufen. Oh. Willst du mich eigentlich verarschen? Gibt's denn wenigstens was hier drin? Gibt's denn wenigstens was hier drin? Hey, hier war ich doch schon, aber unten. Wir waren unten. Jetzt sind wir außen quasi. Wir gehen jetzt einfach durch diesen ganzen Traktor, aber auf nem anderen Weg. Oder auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Von da oben. Ich meine ursprünglich. Ich meine ursprünglich. Oh nein. Ach, ich kotze, ey. Oh no. Oh no. Oh no. Keine Munition mehr. Oh. Fuck. My. Knife. Wo is in der- Wo is in der- Guck. Nein. Guck mal. Kannste einfach nicht. Du kannst einfach nicht sagen, ich möchte einen angreifen. Ich möchte abbauen. Und Steuerung ist einfach so beschissen. Geht nicht Ganz vergessen Ist noch so langweilig, immer diesen selben Scheiß Gegner zu kriegen Dann fängst du immer wieder hier in derselben Scheißstelle an Ja Ich verstehe auch nicht, warum man manchmal rennen kann Und manchmal nicht Ja gut, wegen diesen Dingern wahrscheinlich So, was haben wir denn jetzt noch? Hier haben wir 5 Schuss Hier haben wir 10, hier haben wir 8 Das sieht echt knapp aus Was ist das? Was ist das? Was ist das? ich kann nicht rennen hier was ein scheiß äh von munition alter Jetzt geh vorbei, weil ich hier nicht ausweichen kann, wenn ich im Kampf bin. Oh, es ist so dumm. Okay, wie bereiten wir uns denn jetzt am besten darauf vor? Wir haben kaum noch Munition. Oh, es ist so dumm. 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 Es ist so dumm. Oh, es ist so dumm. Oh, es ist so dumm. Oh, es ist so dumm. Juck den einfach nicht. Oh, es ist so dumm. Oh, es ist so dumm. Oh, es ist so dumm. Oh, es ruckelt trotzdem die Sau. Oh, es ist so dumm. Oh, es ist so dumm. Wo ist er? Vollbildfenster Vollbild Okay Ist jetzt besser? Warte, ich hab's noch nicht Ich glaub jetzt haben wir's Okay, versuchen wir's mal so Was ist denn das jetzt für ne Auflösung? Grafik 2065 mal 1440 Das wollte ich doch Okay Das war grad ein bisschen komisch Okay, jetzt haben wir's Ja, jetzt sieht's besser aus Das ruckelt immer Das kannst du einfach vergessen Das kannst du einfach Kannst du einfach vergessen hier Okay 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 Das ist so geil. Du hängst in dieser Animation fest, das Viech krabbelt auf dich zu und du kannst einfach fucking nichts machen. Ich kann mich jetzt noch nicht mal heilen, weil er einfach zu schnell bei mir ist. Wie ist er? Du kannst gar nicht was kriegen. Es geht nicht. Es geht nicht, weil du hängst in der Animation fest. Das ist wie bei diesem Roboter, wenn er dich abknallt. Bist du einmal in der Animation drin, kommst du da nicht mehr raus. Es ruckelt einfach. Du hast hier 4K auf 2K und es ruckelt einfach. Und die Viecher bleiben einfach überall hängen. Das ist so ein Drecksgame. Im Echte. Wie kann man nur so eine Scheiße programmieren? Das ist so ein Drecksverlager. Ich habe keine Wunschung. Ich habe keine Wunschung. Das ist so ein Drecksgeber. Munition alle Renn doch weg, Junge Renn weg Renn weg, Alter Das kann doch nicht so schwer sein Nein, da drüberspringen Drüberspringen Ohhhhh Ohhhhh Das ist einfach so geil Das ist einfach so fucking geil Das ist einfach so geil, dieses Spiel Ach, ruckel, ruckel, ruckel Soll ich es auf HD umstellen, oder was? Wo ist die fucking Grafik? Grafik Komm, machen wir 1280x1020x1080 Bitteschön Vielleicht kann es da ja mal flüssig laufen Wenn ein paar Feinde da sind Hallo Jetzt wird schon hier abgestürzt Oh, was für ein Dreck, ey Ruckelt immer noch Wie kann das denn sein? Was für ein Verfickter Scheiß, ey Jetzt hau da ab, Junge Ich weiß nicht, warum das so rucket Explodier Drüber Achso, keine Munition mehr Hallo Ach, ey Meine Fresse Habe ich denn irgendwo noch Munition? Die will ich Ich mach das jetzt einfach so Nein, der, äh, oh, ja, komm Hier drüber Er, er kniet Hau rein Keine Munition mehr Ich kotze Wieder drüber Nein Er ist einfach Er ist einfach nicht fähig Über die Dinger zu springen Wir hätten ihn fast gehabt, ey Aber selbst hier ruckelt das Drecksgeld Ich glaub es einfach nicht Ah So, jetzt komm mal her Das ist einfach so Das war's. Spring da drüber, spring da drüber! Verdammte Scheiße! Endlich, ey! Was für ein Scheiß, ey! Jetzt können wir wieder auf 4K zurückgehen. Das macht überhaupt keinen Unterschied von der Performance. Das muss an irgendeiner anderen Scheiße liegen hier. So, jetzt können wir wahrscheinlich ein paar Feinde. Aber ich meine, hier gab es auch noch ein paar blaue Kisten. Da hinten drin nämlich. Toll, Kalisto-Credits! Kann in so einem Kampf kommen die ja richtig gut. So, ich glaube, das war's. Erstmal hier alle Waffen nachladen. Da haben wir eh nichts mehr für. Da bleibt ja nur die. Oh ja, da waren wir auch schon mal. Oh, dankeschön. Edward Bates. Subjekt 324-980. Hören Sie mich? Mich? Hören? Hört ihr mich? Ich kann es hören. In meinem Kopf. Es soll aufhören! Es soll aufhören! Es soll aufhören! Great. Kommen wir nochmal zu so einem Teil, wo wir sowas verkaufen können hier. Das Labor. Im Herzen der Handthaltung. Wahnsinn! Was? Zerstören hier? Science. Immer frische Ware. Oh. Was machen Sie? Ich sagte, was machen Sie? Das ist nur ein Hemmstoff. Verlangsamt die Infektion. Sie sagten, Sie können heilen. Kann ich. Mit Ihrer Hilfe. Aber Sie müssen mir vertrauen. Sie verschwenden Zeit und die hat Sie nicht. Also gut, tun Sie, was Sie tun müssen. Bald wird sich alles aufklären. Dann erklären Sie mir erst mal das hier. Sie kennen die Aufnahmen. Sie wissen, was auf Europa war. Keine Ahnung, was auf Europa war. Ich war nicht da, als der Angriff stattfand. Nein. Aber Sie. Wollen Sie es wirklich erfahren? Ja! Verdammt! Wie Sie wollen. Was haben Sie gemacht? Ich gab Ihnen, was Sie wollten. Den Fluch des Wissens. Ihr Chor ist jetzt mit Ihrem verbunden. Oder wird es sein? Der SYN-Prozess läuft noch. Die Daten werden nicht direkt übertragen. Dafür aber Ihre Erinnerungen. Sie kriegen Ihre Antworten. Na gut. Und wie können wir Sie heilen? Nehmen Sie das. Und stellen Sie ein Gegengift her. Aber Sie brauchen eine Probe von dem Alpha des Wordens. Von seinem was? Vom Ziel dieses Wahnsinns. Seines albernen Protokolls. Während des ursprünglichen Ausbruchs tat sich ein Kolonist, das Subjekt Null, dabei hervor, den Biophagen zu synthetisieren. Zu kontrollieren. Ja, das weiß ich von der Aufnahme. Etwas übergrößer. Stärker. Der nächste Schritt menschlicher Evolution. Leider wurde er bei der Arcus-Sterilisierung getötet. Und nun will der Warden die Bedingungen des ursprünglichen Ausbruchs replizieren. Und so Subjekt Null neu erschaffen. Als Subjekt Alpha. Indem er das Virus hier freigesetzt hat? Wie er immer sagt, Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aber wie kann er das denn? Das lässt sich niemals vertuschen. Er ist nicht allein. Er ist Teil einer Gruppe. Jahrhunderte alt. Sie wollen die Entwicklung der Menschheit. Sie, sie wacht auf. Seien Sie vorsichtig, Jacob. Ist das Gegenmittel hergestellt, beinhaltet es die reine Essenz seines Alphas. Er wird es mehr wollen als alles andere. Es ist der Schlüssel zu allem. Was ist mit Ihnen? Ich war an all dem hier beteiligt. Ich kann nicht erlauben. Also Gegenmittel herstellen, bösen Jungen verkloppen. Was war los? Wo bin ich? Ist egal. Wir haben, was wir brauchen. Bring es zu Ende. Los. Wie fühlst du dich? Als wäre da etwas in meinem Kopf, das die Kontrolle übernimmt. Das ist ja übel hier. Warte durch. Wir sind bald da. Ich brauche jetzt wirklich mal ein bisschen Munition und so. Das wäre wirklich nice. Oh. Und so ein Ding, wo ich diese ganzen Dinger verkaufen kann. Wo geht es weiter? Ah, sein Kumpel mit dem Feuerzeug. Ich kann wieder nicht rennen. Das macht mich aggressiv. Wo kann ich denn meinen Scheiß mal verkaufen? Gehen wir erst mal Aufzug fahren. Jetzt komm, beeil dich. Was ist vorhin eigentlich passiert? Ich erinnere mich nur noch daran, wie die Roboter uns angriffen. Du siehst scheiße aus. Was hast du hier ein Einmitteln zu beschaffen? Und wo warst du aus, ihr? Was haben wir denn für eine Wahl? Ja, siehste. Uh, neue Türen. Ah, der Wohnbereich. Was soll das sein? Das ist definitiv nicht die UJC. Wer ist es dann? Duncan Colts Triumph. Ist das das hier? Ja. Haben wir gerade nicht Duncan Colt. Dank Colt da. Danke Colt. Colts Triumph. Heute Nacht, während das Gefängnis schläft, werde ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich werde mal das Experimente freisetzen. Genug geredet. Jetzt werden wir handeln. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Computer. Kalisto-Protokoll initiieren. Ach so. Deswegen heißt das Spiel so. Gut. Haben wir das auch gelernt. Schön, dass sie auch immer hier ihre, äh... Audio-Loks überall liegen lassen. Die guten Statuen. Die ist ja durch die Scheibe geflogen, wenn ich mit meinem Mega-Stock das nicht machen kann. Oh. Seltene Bücher. Na gut, komm. Äh. Was zur Hölle? Dani? Dani, wo bist du? Wir sind wieder in ihrer Erinnerung. Wir sind wieder auf Europa. Jetzt sag nicht das Mädchen mit dem Würfel. Das Mädchen mit dem Würfel. Nichts! Lass mich raus! Was redest du? Draco. Ich schiebe dir das an. Was ist denn das? Siehst du das? Draco? Was hast du da? Was wir hier haben, geht uns nichts an. Er wusste es. Er wusste es. Das war unsere Schuld. Lilly! Das ist ihre Tochter. Nein, nein, nein! 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 Ich wollte dich beschützen. Das hast du nicht verdient. Das Kind. Europa war kein Terroranschlag. Sie haben das Bildmaterial manipuliert, um zu verschleiern, was sie im Black Island testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Ich hätte es stoppen können. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? Jakob, was ist los mit dir? Hey, komm schon, komm schon. Ich kann nicht. Ach, kannst du. Ist fast geschafft. Nein, lass mich nicht für meine Taten büßen. Ich komme mit dem Heilmittel zurück. Ich komme selbst zurecht. Lass mich für seine Taten büßen. Nein, lass mich nicht für meine Taten büßen. Kriege ich denn nochmal einen Verkäuferich hier? Einen Verkaufsstand. Yeah! Das ist einer, glaube ich. UJC-Druck zu Ihrem Diensten. Okay. Also, wir können das verkaufen. Wir können das verkaufen. Wir können das verkaufen. 2400. Ich weiß nicht, ob das bei der Maschinenpistole noch viel Sinn macht hier weiter auf Zielsuchgeschosse. Viel teuer. Viel teuer. Was haben wir da? 2700. So viel haben wir nicht. Die haben wir voll. Der Handschuh. Die Wiederauflade-Dingsbums. Hm. Energie-Upgrade. Oder die Boomkugeln. Was ist das? Der Revolver. Hm. Nehmen wir die Boomkugeln. Abgeschlossen. So. Sonst noch was Schönes? Nochmal beim Schlagstock. Fehler. Die unsachgemäße Nutzung dieser Maschine. Ach ja, ja. Komm mal die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. Na, wann kommen sie? Boah, gibt's aber viele, ey. Wo ist sie? Kann ich alles gebrauchen hier. Okay, irgendein Kampf wird hier gleich stattfinden. Es würden hier nicht so viele Koffer an so'n Scheiß rumstehen. Aber ich rüste mich mal vorher aus. Hallo? Okay, dann wollen wir mal sehen. Was? Ich hab nicht eine einzige Munition dafür. Okay. Okay. Okay, wo muss ich jetzt lang? Also hier gibt's überall so Bombendinger. Das ist schon mal gut. Wenn wir gleich hier irgendwo reingehen. Müssen. Müssen. Da ist auch noch ein Koffer. Das ist nur Gesundheit. Wo? Hä? Wo müssen wir denn rein? Lass mich verarschen. Müssen wir nur... Ach hier. Hier geht's rein. Guck mal. Ich bin unbedacht. Es käme zu viel. Es wäre gehörter, nicht zu handeln. Besonders, da die Gemeinsamkeit endlich in greifbarer Nähe ist. Und... Wie gerufen. Da ist er ja. Der Überleben. Der Überleben ist solitärisch. Bier, solitärisch. Wo ist der Alpha? Geben Sie mir das verdammte Gegengift. Ich lasse Sie nicht sterben. Ihre Freundin. Ich habe Sie beobachtet. Habe Ihre Akte studiert. Sie sind nicht so unschuldig, wie Sie tun. Sie haben gezeigt, dass Sie zu allem bereit sind, um Ihr Überleben zu sichern. Der Überlebende wird solitärisch. Und was ist mit Ihnen, hä? Sicherst sterbende Leuten auch zu geilen, ist das Ihr Protokoll? Nein. Sie irren sich, Mr. Lee. Das Protokoll strebt nicht nach Tod, sondern nach Leben. Die Zukunft liegt im All. Unser Schicksal. Doch für das All sind wir nicht geschafft. Diese schwache Hülle hält uns zurück. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Und nun sehen wir den Grund, der meine Methoden bestätigt. Mein letzter Test. Wer ist der wahre Überlebende? Der Mensch? Oder mein Alkohol? Ach, fuck, ey. Sieh einer an. Fünf, zwei, eins. Weißt du, ich sollte dir danken. Doch nur weiß ich. Das ist ein Geschenk. Weißt du, der Warden hat mir die Augen geöffnet. Mir meine Bestimmung gezeigt. Ich werde so verkacken an der Stelle. Ich werde so verkacken an der Stelle. Du musst dir schon etwas mitmachen. Du musst dir schon etwas mitmachen. Wie komme ich denn da weg aus diesem Kreislauf? Wie komme ich denn zu den Explosivdingern? Ich würde mir mal gerne einen spritzen hier. Niemand wird dich retten! Ich versteh das nicht. Nein, du trinkst mir! Du entkommst mir nicht! Ich schlage dich! Ich schlage alle! Ich stehre Alpha, der über... Was passiert mit mir? Alles... ...hat seinen... Ich hasse sowas, Alter. Ja, nice! Böse! Du kommst ja nicht da weg! Kannst einfach vergessen! Du kommst ja nicht da weg! Oh! Oh! Nee! Oh! 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 Da sind ja diese ganzen Sprengdinger! Da ist eins! Oh! Fuck you! Jetzt kommen da auch noch diese Dinger! Ah! Es ist schon wieder alle! Ich kotze, ey! Das ist doch einfach nur dumm! Warum macht man denn sowas? Man kommt da nicht weg! Der rennt auf dich zu! Du kommst da nicht weg! Dann sind diese Kriechviecher! Dann ist deine Munition wieder alle! Dann ist deine Energie wieder scheiße! Du kannst dich aber nicht aufladen, weil du nicht da wegkommst! Jo! Beim drüberspringen! Gutes! Richtig, richtig gutes Spiel! Richtig gut! Du hast so viele Chancen bei dem Spiel! Das ist nötig, weil ich einfach keinen Skill habe! Weil ich einfach keinen Skill habe! Daran liegt das! Hier ist das Vieh! Jeder andere macht das natürlich mit Links! Oh, ich kann mich nicht heilen! Ich kann nicht schießen! Oh, fuck ey! Ich kann doch nicht mehr die scheiß Waffe wechseln! Das geht doch nicht! Weil in der Zeit hat sich das Vieh halt! Ich hab keine Ahnung, wie ich das schaffen soll! Das ist voll echt! Das ist voll echt! Richtig! Das war's. Hallo. Jetzt bin ich eh tot. Das ist so geil. Du kannst dich nicht heilen. Egal, wo du hinrennst. Wo sind denn jetzt? Hier war alles voll mit diesen Explosiven. Lass dir Zeit, Yoga. Das war's. 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 Das funktioniert einfach nicht. Das war's. 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 Mann! Ich bin ausgewichen. Gar nichts dafür. Funktioniert nicht. Ich hatte volles Leben und er erwischt mich einmal und du bist tot. Wo sind denn diese da? Komm, heil dich jetzt, du Hohensohn. Während ich über das Scheißteil geklettert bin, haut er mich einmal weg. Keine Chance, ein Schlag tot. Ein Schlag tot. Fick dich einfach. Kannst du es vergessen. Kriegst du nicht ab. Was wird das jetzt? Wie weischt man eigentlich diesen Weg? Was ist denn? Ich muss hier eigentlich abnehmen? Ich muss mich heilen. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich brauche Deckung und muss mich heilen. Aber es geht nicht. Das ist so ätzend. Ich komm doch wieder angerannt. Nirgendwo ist hier mehr so ein Explosiv-Ding, ey. Keine Munition mehr. Oh, hier. Also, wieder Waffe wechseln auf irgendeine Scheiße. Hey, die standen doch überall rum hier. Ich hasse es. Äh, 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 äh. Ja, vielleicht 대해 wechseln. Oh, tan capital! Oh, lösst du jetzt! Was ist denn so? Ich wollte mich gerade heilen, ich wollte da in den Säcken liegen, es funktioniert einfach nicht. Er erwischt dich einfach immer, ist wie die Schüsse von diesem Scheißroboter. Das ist... Er hing noch in der Heilanimation. Das ist doch einfach nur zum Kotzen. Ich weiß einfach nicht, was ich hier machen soll. Ich will das nicht schaffen. Das ist einfach keine Chance. Ich habe doch jetzt das Ding mir gerade genommen, oder nicht? Nein. Ich will mich jetzt heilen, verdammte Scheiße. Darf ich mich mal heilen jetzt? Hallo, Heiland! Ey, selbst da aus der Animation wirst du rausgeholt. Das ist so scheiße. Das ist einfach nur scheiße. So, Munition alle. Ich habe keine Ahnung. Nein. So, jetzt schnell weg hier. Einfach irgendwo hin. Was macht er jetzt? Nein, da kommen sie wieder. Schnell kommen wir zur Animation raus. Es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Also vom Gameplay her ist das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Es ist einfach so unglaublich schlecht. Du kannst halt einfach keine Wippung nehmen. Es geht halt nicht. Nein, da geht doch nicht. Was ist denn der andere? Was ist der andere? Ich muss mich jetzt heilen irgendwie Aber der kommt ja jetzt direkt wieder auf mich zu gerannt Also wo kann ich hingehen, damit er mich heilt Es geht nicht Es geht einfach nicht Ich kann nicht nachladen Und ich kann nicht heilen Das dauert einfach zu lange alles Und ich kann nicht heilen Wo ist er jetzt Bubble Kick ist auch immer gut Es ist doch so scheiße Es ist doch so scheiße Was für ein Scheißspiel Was für ein Drecksspiel Ich hab keine Ahnung wie man das lösen soll Wie viele Augen man fällt Keine Chance Er kommt ja wieder auf dich zu gerannt Weißt du Ja klar, guck mal Du wirfst Das ist doch kacke Wenn du drüberspringst Wirst du erwischt Und wenn irgendwas in der Hand Das explodiert Das ist doch keine Ahnung Das kann doch keiner Da kann doch keiner Spaß machen Das ist doch ein bisschen Das ist ja einfach Das ist halt einfach drück Wie hat er mich denn jetzt erwischt? Bitteschön Von der Helden Man juegas verran Spaß 4 4 5 1 4 5 ца 1 Nein, schieß! Schieß doch! Ich kann nicht passen! Da holt er seinen scheiß Schlagstock raus! Da! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wie soll man da eigentlich ausweichen? Wenn der Sinner wird, kann man nicht ausweichen. Ich weiß nicht, wie man diesen Dingern ausweichen soll. So, ich brauche noch mehr von diesem... Here weh! Das war's für heute. Ich glaube schon wie die Krabbeviecher. Das war's für heute. Unmöglich! Das war's für heute. Ich kann mich nicht mehr ein. Ich kann mich nicht mehr ein. Ich bin ganz wieder tot. Weil er diese Dinger halt wirft. Ich kann einfach... Ich hab keine Munition mehr. Ich hab nirgends noch mehr Munition. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Wir hätten er mutiert. Und ich muss nochmal ne Runde machen. Halt durch, Donnie. Sie denken, sie können uns besiegen? Ferris war schwach. Keine gute Hülle. Die Probe ist der Schlüssel zu einem uralten Traum. Das nennt man nicht verlieren, Mr. Lee. Sondern Fortschritt. Und sie gehört mir. Nein, das glaub ich nicht. Bitte. Jetzt ist nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Lassen Sie die Probe hier und gehen Sie. Eine Rettungskapsel wartet oben auf Sie. Um Sie zu dem Leben zurückzubringen, das Sie einmal hatten. Sie und ich. Wir können beide haben, was wir wollen. Also, Mr. Lee, was wollen Sie? Ich sage Ihnen, was ich will. Ich will meine Schwester. Arschloch. Ach, Schwester. Nicht, nicht Tochter. Ja, okay. Ein topferer Versuch. Aber Sie wissen doch mittlerweile sicher. Ich verliere nie. Doch. Diesmal schon. So eine Verschwendung. Alles nur für ein Leben. Glauben Sie nicht, dass Sie uns aufhalten. Die gesammelten Daten werden die nächste Phase des Protokolls einleiten. Und was Sie angeht. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Auf nimmerwiedersehen, Miss Nacker. Und Mr. Lee. Hoffentlich hat es Ihnen in Black Iron gefallen. Reaktorkärter. Komm, komm schon. Die Kapsel sind hier lang. Lauf. Renn. Können wir jetzt noch sterben? Schneller. Auf einmal kann er rennen, du. Wenn so ein scheiß Monster hinter dir her ist. Da lässt er sich Zeit. Oh Gott, wir wollen noch einen Lebensbalken. Wir müssen zu den Rettungskampeln. Er weiß natürlich auch sofort, wo die ist. Fast geschafft. So rein zur willig sind die auch genau hier die Rettungskampsel. So rein zur willig sind die auch genau hier die Rettungskampsel. Ja, früher nicht. Jetzt schon. Ich kann nur vergangen haben, die hier kommen. Was willst du damit sagen? Es tut mir leid. Alles. Ich gehöre hierher. Tu es nicht. Jacob! Tu es nicht. Da kommen sie. Der Transfer verlief in beide Richtungen. Er lernte mehr über mich. Und ich über ihn. Oh, Kalisto-Protokoll 2 mit ihr als Hauptdarstellerin. Ich erinnere mich nicht, als er mir auch die Beweise beschaffte, die ich die ganze Zeit gesucht hatte. Er gab sein Leben, damit ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte. Wollte er das wiedergutmachen, was er getan hat? Oder suchte er eine Art Erlösung? In jedem Fall hoffe ich, dass er etwas Frieden fand. Oh, überlebt er doch. Er hat alle erledigt. Nur mit dem Messer. Nachdem wir mit schwerstem Gerät unsere Probleme hatten. Okay. Das war The Kalisto-Protokoll. Und ich hoffe, er hat es gefallen. Ihr habt sicherlich zwischendurch gemerkt, dass ich ziemlich den Hals voll hatte. Vor dem Spiel. Äh, zu Recht, wie ich auch finde. Ich gehöre hierher. Hä? Okay. Also, ihr habt ja sehr ehrlich gemerkt, wie ich immer wieder, vor allem bei den Kämpfen von diesen Boss-Fights, ich fand es teilweise überflüssig schwer. Und sie haben es halt einem auch noch schwerer gemacht, indem dann diese Krabbelfiecher kamen und dieser Scheiß. Und technisch war es halt einfach eine Katastrophe. Es lief wirklich scheiße. Also, ich habe RTX 3080 Ti, 64 GB RAM und einen Ryzen 3950X. Und ich habe sonst nie solche Probleme wie bei diesem Spiel gehabt, dass es wirklich so krass geruckelt hat. Also, das Schlimmste war wirklich bei dieser Fallszene, wo du irgendwie runtergefallen bist. Und gerade immer bei den Kämpfen extrem, extrem nervig. Also, dass man das Spiel nicht nur noch ein halbes Jahr hätte optimieren können, bevor man es auf den Markt haut. Und auch diese, es wirkt so kantig. Da ist nichts rund. Dieses ganze Spielgefühl, diese Kämpfe, das wirkt einfach nicht rund. Ähm, die Story ist auch nicht wirklich tiefgründig. Ist halt so ein Mittelding. Ja, da sind halt Experimente, die wurden freigelassen. Blablubb, er opfert sich zum Schluss. Oder doch nicht, jetzt, wie man gesehen hat, ne. Ähm, was natürlich gut war, die Grafik. Also, grafisch, es war sehr hübsch anzusehen. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass irgendwie die Sprache nie synchron war mit den Bewegungen. Aber es kann auch sein, dass es sein kann, dass es mit der Übersetzung zu tun hat. Vielleicht fehlte da auch noch ein bisschen Arbeit. Also, ja. Also. Ich bin gespannt. Also, es wird sicherlich ein Callisto Protocol 2 irgendwann geben. Ähm, es war auf jeden Fall, zwischendurch war es dann schon spaßig. Und ich finde, es war teilweise auch abwechslungsreich. Aber teilweise auch sehr viele Wiederholungen. Gerade diese Schächte, die man immer wieder durchkrabbeln musste. Dann diesen, diesen Doppelkopfgegner, den man drei oder viermal hatte. Warum? Warum muss man immer wieder diesen, diesen Endgegner zwischendurch nehmen? Verstehe ich einfach nicht. Na gut, ich lasse jetzt den Abspann laufen. Und ich hoffe, ihr habt, euch hat es gefallen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen laut wurde zwischendurch. Dann lasst gerne ein Like da, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder, wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.